Wir schaffen was und hier draußen sieht man ja schon, dass wir große Dinge bauen. Das ist natürlich Faszination pur, wie so eine große Maschine einfach funktionieren kann. Es ist jedes Mal ein kritischer Moment, auch für uns, darum mit sehr viel Gefühl muss ja der Backefahrer arbeiten. Der Tunnel ist fertig und den habe ich nicht gebraucht. Wenn der einen Fehler macht, dann kann das Menschenleben kosten und die Schäden extrem hoch sein. Großbaustelle bei Kirchheim Unterteck bei Stuttgart. Eine neue Zugstrecke zwischen Wendlingen und Ulm führt die Deutsche Bahn durch das Alpvorland. Mit zwei mehr als 100 Meter langen Tunnelvortriebsmaschinen bohren sich rund 200 Mineure durch die schwäbische Erde. Anderthalb Jahre dauert es, bis die Tunnelbauer acht Kilometer weiter westlich auf der anderen Seite wieder ans Tageslicht kommen. Überwacht wird der Vortrieb von sechs Schichtingenieuren, darunter vier Frauen, was vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre, denn Frauen im Tunnel brachten angeblich Unglück. Bauingenieurin Sarah Gitzen begutachtet den Fortschritt. In der Südröhre sind schon 205 Meter geschafft. Wir fahren den Vortrieb mit der Maschine auf. Das heißt, vorne ist das Schneidrad mit einem Durchmesser von 10,87 Meter. Das frisst sich durch den Felsen. Wenn die Vortriebslänge erreicht ist, bleibt die Maschine stehen und wir können dann in der Maschine die Tübinge einbauen. Das sind sieben Stück, das heißt sechs mit einem großen Schlussstein. Das heißt, wir können Vortrieb und Innenschale in einem gleich herstellen. Tübinge sind Fertigbauteile aus Stahlbeton, die zu Ringen zusammengebaut werden und so die Tunnelschale bilden. An guten Tagen schaffen es die Menüre, 15 Ringe in 24 Stunden einzubauen. Noch sieht das aber anders aus. Wir sind in der Anfahrsituation noch, da ist es immer am Anfang ein bisschen langsamer. Die Mannschaften müssen sich erst aufeinander einspielen, die Maschine kennenlernen, jede Maschine reagiert anders, handelt anders. Aber wir sind schon ganz zufrieden und jetzt wird es auf jeden Fall auch zügig weitergehen. Gesteuert wird die Tunnelbohrmaschine, kurz TBM, aus einem unscheinbaren Container im Nachläufer der Maschine. Kamil Popovic kontrolliert das Gerät in der Nordröhre, das einen Monat später gestartet ist, als die Südschmaschine und noch zur Hälfte außerhalb des Tunnels steht. Wir sind fast fertig für den Start, um den kompletten Erdhaushub für Ring 19 zu machen. Ich zeige euch den Startprozess. Ich muss als erstes die hydraulischen Ölpumpen starten. Der gesamte Startvorgang dauert einige Minuten. Ich starte den Bohrkopf. Ganz einfach, nur ein Knopf. Jetzt startet er. Unser Förderband läuft. Der Bohrkopf läuft mit zwei RPM, also zwei Rotationen pro Minute. Das ist unsere Schneidradverschiebung, eine Art Gelenkverbindung. Wir fahren jetzt auf Automatik. Wenn das Förderband bereit ist, können wir mit dem Ausschub beginnen. In der Vortriebsphase pressen Hydraulikzylinder das Schneidrad mit einem Druck von bis zu 400 Bar gegen die Ortsbrust. 140 Schneidrollen graben das Erdreich ab. Ein spezieller Schaum hilft dabei. Dieser Knopf ist für das Schaumsystem. Der Schaum macht das Material feuchter und leichter auszuheben. Manchmal hat es eine schwierige Konsistenz. Zu feucht oder zu trocken. Also benutzen wir eine Mischung aus Wasser, Luft und Tensiden für den Schaum. Jetzt muss ich mal für zwei Minuten weg, um das Schaumsystem neu zu starten, weil ein Sensor ausgefallen ist. TBM-Fahrer müssen ihre Maschine genau kennen. Ein Sensor schlägt Alarm. Popovic profitiert von seiner Erfahrung. Es war nur eine Verstopfung. Kleiner Sensor, großes Problem. Bei jedem Tunnelbau warten auf die Mineure neue Herausforderungen. Welche Vortriebsart gewählt wird, hängt unter anderem von der Geologie des Geländes ab. Beim Alpvorlandtunnel kommen konventionelle Vortriebsarten wie Sprengen aus einem anderen Grund nicht in Frage. Wir fahren unter der Autobahn entlang. Also wir sind hier direkt neben der A8, kurz vor Stuttgart. Und das Sprengen würde sehr große Erschütterungen hervorrufen. Das ist mit der Maschine dann angenehmer, weil wir keine Erschütterungen erzeugen. Die Anwohner über uns merken von der Maschine gar nichts. Für das Projekt waren monatelange Vorbereitungen notwendig, denn die Maschinen mussten neu gebaut werden. Zunächst wird die Maschine, bevor sie überhaupt mal bei uns auf der Baustelle landet, im Werk hergestellt, konstruiert. Es wird sich überlegt, welche Anforderungen werden von uns gestellt, beziehungsweise welche Anforderungen stellt das Projekt. Das Werk liegt in Schwanau in Baden-Württemberg und gehört der Firma Herrenknecht. Das mittelständisch geführte Unternehmen hat sich auf Tunnelbohrmaschinen spezialisiert und ist Weltmarktführer auf diesem Gebiet. Dann wird die Maschine im Werk hergestellt. Wir waren dann da, haben eine Werksabnahme gemacht. Das heißt, die Maschine ist komplett aufgebaut und läuft im leeren Raum sozusagen. Es werden auch keine Tübingen gebaut, aber es wird eine Probefahrt gemacht. Tunnel-Vortriebsmaschinen bestehen aus mehr als 90.000 Teilen. Herrenknecht baut Maschinen mit einem Durchmesser von 10 Zentimetern bis 19 Metern. Die Größe des Schneidrads richtet sich danach, wie breit am Ende die Tunnelröhre werden soll. Der Nachläufer wird auf Radkästen, die sich am Tunnelrand abstützen, nachgezogen. Mehr als 200 Parameter stimmen die Hersteller auf jedes Projekt ab. Schnäppchen sind die gigantischen Bohrer nicht. Jede der beiden Maschinen kostet 15 Millionen Euro. Wenn alles in Ordnung ist und die Maschine wurde abgenommen, wird sie wieder in mehrere Einzelteile zerlegt, wird in mehreren Pfaden hier hingebracht. Fast 200 Kilometer haben die Einzelteile so bis zur Baustelle zurückgelegt. Bis zum ersten Andrehen dauert es noch weitere sechs Monate. Hier sollte man besser keine Teile verwechseln, denn die beiden Tunnelbohrmaschinen sind spiegelverkehrt konstruiert. Dann wurde sie mit einem 1200 Tonnen Kran in den Vorhandschnitt runtergehoben und hier dann zur endgültigen Maschine zusammengebaut. Die Züge werden am Ende durch zwei eingleisige Röhren fahren, die durch Querschläge miteinander verbunden sind. Das Besondere ist, dass jede Röhre oder jeder Tunnel die eigene Maschine bekommt. Das ist schon besonders. Normalerweise gibt es nur eine Maschine, die dann zurückgezogen wird und für die zweite Röhre verwendet wird. In der Südröhre in Kirchheim-Unterteck ist die Maschine bereit für den Bau von Ring 19. Zunächst muss Popovic sein Arbeitsgerät dafür zwei Meter weiter durch den Berg steuern. Jetzt sind wir bereit, die Maschine zu schieben. Das ist die Klappe für den Schneckenförderer, der das Material von vorne befördert. Jetzt öffne ich die Klappe und starte den Schneckenförderer an. Jetzt starte ich den Vortrieb. Jetzt bewegen wir uns. Hier sehen Sie die Geschwindigkeit der Maschine. Wir bewegen uns mit 20 Millimetern pro Minute. Das ist nicht Höchstgeschwindigkeit, aber am Anfang können wir noch nicht die volle Kraft der Maschine nutzen. Das ist wegen der Antriebskolben am Ende der Maschine. Wenn wir Vollgas geben, drücken wir unsere Ringe aus dem Tunnel heraus. Das ist gefährlich. Das Erdreich wird beim Abbau konditioniert und anschließend mit Hilfe eines Schneckenförderers abkransportiert. Als TBM-Fahrer muss Popovic sein Förderband stets im Blick behalten. In dieser Kamera kann ich die Beschaffenheit des Abraums sehen. Das ist wichtig. Es darf nicht zu fest oder zu flüssig sein, damit er auf dem Band bleibt. Unser Bohrkopf hat eine Geschwindigkeit von zwei Umdrehungen pro Minute, aber der Schneckenförderer ist viel schneller. Er hat jetzt eine Geschwindigkeit von 4,5 bis 5 Umdrehungen pro Minute. Momentan ist das Förderband vielleicht 500 Meter lang, aber am Ende ist der Tunnel 8 Kilometer lang, also wird das Band jeden Tag länger und länger. Die Beschaffenheit des Materials muss dafür sehr gut sein, damit wir kein Problem haben, den Abraum bis zum Absetzer zu befördern. Das Material wird über zwei Förderbänder auf mehrere Haufen verteilt. Wo der Abraum hinkommt, ist genau festgelegt. Das große Gelände ist jedoch nur Zwischenlager für den Erdbrei. Bevor dieser abtransportiert werden kann, muss er noch weiter bearbeitet werden. Wir befinden uns hier gerade bei dem Absetzer West. Das ist der Absetzer für die Nordröhre. Jede Maschine hat seinen eigenen Bereich, wo der Abraum abgeworfen wird. Hier wird im Moment das Material gekalkt. Das Kalken macht man, damit es wieder eine neue Festigkeit annimmt oder eine neue Form annimmt, mit der das Material dann über Lkw abgefahren werden kann. Etwa 180 Schwerlaster bringen täglich den Abraum zu Deponien im süddeutschen Raum. Insgesamt kommen in anderthalb Jahren 3,2 Millionen Kubikmeter Bergschutz zusammen. Ein Teil wird direkt wiederverwendet, um Lärmschutzwelle zu errichten. Es kommt immer darauf an, wie schnell wir fahren, wie viele Ringe bauen. Es ist immer unterschiedlich, wie viel am Tag ankommt. Wir versuchen immer pro Haufen, der auf einem Absetzer produziert wird, 500 Kubik runterzulassen. Und dann wird der Absetzer geschwenkt und dann werden die nächsten 500 Kubik Haufen hergestellt. Der fertige Tunnel besteht am Ende aus 54.000 Tübingen. Die Stahlbetonteile werden ringförmig aneinandergesetzt und bilden die Sicherung für den Tunnel. Hergestellt werden die Tümminge in Sichtweite auf der anderen Seite der Autobahn. Das Werk wurde extra für die Tunnelbaustelle errichtet. Während der gesamten Bauzeit wird hier Nachschub für den Tunnel produziert. Bis zu 150 Elemente verlassen das Werk pro Tag. Katharina Kresse leitet das Werk und überzeugt sich persönlich von der Qualität ihres Produkts. Tübingen werden bei uns hier eine Standfertigung. Das bedeutet, dass wir hier die Schalung stehen haben. Wir haben insgesamt 77 Schalungen. Es gibt elf Ringe, die wir an einer Belegung fertigen können. Die Schalung an sich füllt ungefähr vier Kubik. Das heißt, wir füllen zweimal Beton ein. Der Beton wird eingefüllt, da wird gerüttelt, verdichtet. Dann werden die Schalungen in der Rückkehr abgeschossen, abgezogen, Schalungen zugemacht und abgedeckt. Stahleinlagen verleihen dem Tübingen eine höhere Zugfestigkeit. Um Bläschenbildung zu vermeiden, wird der Beton gerüttelt. Durch die Herstellung in den Schalungen können die Bauelemente millimetergenau gefertigt werden. Ungefähr nach 8,5 Stunden können wir den Stein entschaden, dann ist er noch relativ warm und frisch. Deswegen geht er dann da hinten in unser Zwischenlager, liegt dort nochmal ungefähr für 24 Stunden und geht dann raus aufs Außenlager. Das Außenlager befindet sich auf dem Baufeld Ost. Hier warten die Steine auf ihren späteren Einbau in den Tunnel. Knapp einen Monat verbringen die Bauteile an der frischen Luft. Auf den ersten Blick sehen alle Bauteile gleich aus, aber Tübingen ist nicht gleich Tübingen. Der schwerste Stein wiegt 10,5 Tonnen, so viel wie zwei ausgewachsene afrikanische Elefanten. Sarah Gitzen achtet darauf, dass die Tunnelsegmente ihren richtigen Platz finden. Wenn die Steine vom Tübingwerk kommen, dann haben wir drei verschiedene Lagerplätze, wo wir die Steine einsortieren können. Das ist natürlich alles vorher, wo sich das überlegt, wie die Steine eingelagert werden. Das ist kein wahlloses System. Jeder Stein hat am Ende seinen Platz, welcher Lagerplatz, welche Reihe und wir wissen ganz genau, wo jeder Stein sich befindet. Tübinge haben angeschränkte Kanten, was den Bau von Kurven erleichtert. Auf geraden Strecken werden die Tunnelringe abwechselnd um 180 Grad versetzt eingebaut. Wir bauen im Tunnel Links- und Rechtsringe ein. Insgesamt aus sieben Steinen besteht ein Ring, die werden hier alle eingelagert. Da muss natürlich beim Transport in den Tunnel drauf geachtet werden, dass die richtigen Steine zum zugehörigen Ring runtergefahren werden. Gar nicht so leicht da, den Überblick zu behalten. Eine sorgsam geplante Lagerung verhindert, dass es beim Bau zu Verwechslungen kommt. Jeder Tübingen hat seine eigene Nummer, seine Identifikationsnummer. Und über diese Nummer können wir jederzeit herausfinden, wann wurde dieses Segment hergestellt, wann wurde es zu uns rüber gebracht, eingelagert und schließlich auch, wann es im Tunnel eingebaut wurde, beziehungsweise auch wo. Der Einsatz von Tübingen setzte sich im Alpenraum bereits vor 100 Jahren im Tunnelbau durch. Die Fertigbauteile ermöglichen einen effizienten Bau mit Tunnelbohrmaschinen. Rund um die Uhr wird im benachbarten Tübingenberg gearbeitet. In der 72 Meter langen und 35 Meter breiten Halle stellen pro Schicht 35 Menschen ausschließlich Tübingen her. Die Tunnelbauteile sind exakt zwei Meter lang und keinen Zentimeter länger. Werksleiterin Katharina Kresse achtet penibel darauf, dass ihr Team absolut präzise arbeitet. Wir haben in Bogenlänge, haben wir Toleranzvorgaben von 0,3 Millimeter, die wir auch einhalten. Also es sieht ziemlich groß aus. Man denkt immer, es ist auf der Baustelle passt schon irgendwie, aber bei uns in Tübingen haben wir sehr hohe Toleranzanforderungen. Und das bei einem Außendurchmesser von 10,5 Metern und einer Dicke von 45 Zentimetern. Ein Ring besteht aus sieben Tübingen, davon sind vier Standardsteine. Dann haben wir einen K-Stein, das ist immer der mit den schrägen Kanten, der wird als letztes reingeschoben mit Schlusssteinen. Und dann haben wir die Gegenschlusssteine, die quasi den Ring komplizieren. Wie gesagt, ein Ring sind sieben Steine. Wir haben als Standardringe einen rechtsbauenden Ring und einen linksbauenden Ring. Und dann gibt es noch diverse Sonderringe für Querschläge oder Ackerschienen und sowas. Nach einer abschließenden Qualitätskontrolle werden die Tübinge für den Transport zur Baustelle verladen. Die Halle wird in Zweischichtbetrieb betrieben. Das heißt, wir haben 24 Stunden am Tag Betrieb, 5,5 Tage die Woche. Und liefern dann kontinuierlich die Steine raus Richtung Außenlager, oben auf der B-Ost an der Maschine. Von dort werden dann die Maschinen versorgt. Im Zwischenlager liegen die Steine ungefähr 28 Tage, bis sie eine 28 Tage Festigkeit erreichen und können dann eingebaut werden. Zum Schluss erhalten die Tübinge noch Dichtungsbänder, damit die Tunnelschale kein Wasser durchlässt. Dann geht es immer paarweise ins Außenlager. Sare Gitzen landete direkt nach dem Studium im Tunnelbau. Vorbehalte gegenüber Frauen im Tunnel erlebte sie nicht. Auch deshalb hat sie ihre Entscheidung, unter Tage zu arbeiten, nie bereut. Es macht einfach Spaß. Es ist beeindruckend, in so einer Maschine zu arbeiten. Es ist einfach eine Freude, zur Arbeit zu gehen und Tunnel zu machen und Vortrieb zu machen und an Stellen zu sein, wo vorher noch keiner war. Also wir sind die ersten, die jetzt an diesem Ort sich aufhalten können. Einmal Tunnelbauer, immer Tunnelbauer. Also wenn man Tunnelbauer liebt, dann bleibt man auch da. Ich habe noch nichts anderes gemacht und meine Kollegen auch nicht. Für den Bau des Alpvorlandtunnels kommen erddruckgestützte Maschinen zum Einsatz. Durch die Vortriebspressen wird ein sogenannter Stützdruck auf das Aushubmaterial übertragen, um einen unkontrollierten Einsturz des Tunnels zu verhindern. Der Tunnelbauer in der Nordröhre ist derweil angefahren. Wir müssen hier verschiedene Parameter kontrollieren, wenn wir Vortrieb machen. Wenn ich Material aushebe, balanciere ich den Druck vorne aus. Wenn ich zu wenig Druck habe, kann die Decke über mir einstürzen. Wenn ich zu viel Druck habe, kann das Erdreich nach außen gedrückt werden. Also muss ich die Balance finden zwischen zu niedrigem und zu hohem Druck. Deshalb wird die Maschine EPB-Maschine genannt, Earth Pressure Balance, auf Deutsch Erddruck Balance. Acht Kilometer weiter westlich sollen die beiden Stahlbohrer 18 Monate später wieder aus der Erde herauskommen. Der Ausgang der Nordröhre ist bereits geöffnet. Auf dieser Seite wird sogenannter konventioneller Vortrieb gefahren. Der Untergrund besteht zu Teilen aus eher weniger festem Tongestein. Schichtleiterin Karolina Pozzowska achtet deshalb besonders auf Sicherheit. Aufgrund der Geologie, die wir hier anstehen haben, öffnen wir mit einer sehr, oder ist der konventionelle Vortrieb hier in einer sehr hohen Vortriebsklasse. Und eine sehr hohe Vortriebsklasse heißt, dass wir hier eine hohe Sicherung haben. Hier sieht man das sehr gut, hier haben wir, wie man es halt erkennen kann, ein Sägezahnprofil. Das Profil weitet sich auf, aufgrund dessen, dass wir alle sieben Abschläge, Abschläge sind ja bei uns die eineinhalb Meter, die, wie sieht man hier jetzt leider nicht, ein Rohrschirm einbauen müssen. Dieser Rohrschirm ist ein 140 mm Durchmesser, Stahlrohr, zwölf Meter lang und wird dann mit Zement verpresst. Das ist quasi für unsere Köpfe die Sicherung, um den Ausbruch zu machen. Abschlagstiefen bezeichnen den Bereich, der ohne Sicherungsmaßnahmen geöffnet werden kann. Um den Tunnel zu stützen, wird die Außenschale mit Spritzbeton hergestellt. Besonders am Anfang des Tunnelbaus stehen die Sicherungsmaßnahmen im Vordergrund. Die Minöre arbeiten sich in Schritten von 1,20 Meter Länge in den Berg hinein. Der konventionelle Vortrieb ist mühsam, das weiß auch Pozzorska. Derzeit füllen wir hier unser Kalottensohlgewölbe mit Schottermaterial aus. Wie man hier sehen kann, ist das Kalottensohlgewölbe rund ausgebildet, um einfach mit den Geräten hier reinfahren zu können, dass sie eine Standfläche haben, müssen wir es mit Schotter wieder auffüllen. Dieser Schotter, der wird so wie er hier auch liegt, wieder ausgebaut, wenn wir dann den kompletten Ringschluss, das heißt den kompletten Regelquerschnitt, dann mit Strosse und Sohle öffnen. Begonnen wird mit der Kalotte, dem oberen Bereich der Tunnelöffnung. Als zweites folgen die unteren zwei Drittel, die sogenannte Strosse. Trotz des großen Aufwands lohnt sich der konventionelle Tunnelvortrieb an dieser Stelle. Wir sind natürlich, was die Vortriebsleistung angeht, etwas langsamer als ein Maschinenvortrieb, ein TBM-Vortrieb. Wir können aber dadurch auch verschiedene Querschnitte öffnen. Also wir können verschiedene Größen realisieren und das kann natürlich eine Tunnelbohrmaschine nicht. Sie hat ihren Standarddurchmesser und den fährt sie auch auf und wir sind da sehr flexibel. Wenn alles glatt geht, sollen die Mineure in der Nordröhre auf die Tunnelbohrmaschine treffen. Der Treffpunkt ist klar definiert. Nach 134 Tunnelmetern kommt hier ein Verbindungsbauwerk. Das ist ein Aufwaltungsbauwerk und es folgt dann die Anbindung an die Güterzug-Anbindung. Und deswegen kann die TBM, die hat einen bestimmten Durchmesser und deswegen fahren wir hier den konventionellen Vortrieb auf. Die Tunnelröhre ist vorbereitet für den 44 Tonnen schweren Tunnelbagger. Auch Karolina Puzowska ist gespannt, was sie im Gestein erwartet. Für die Ingenieurin ist Tunnelbau ein Traumberuf. Während des Studiums machte sie ein Praktikum auf einer Tunnelbaustelle mitten in Stockholm. Eine Erfahrung, die sie seitdem nicht mehr losließ. Wenn man das einmal miterlebt hat, wie eine Sprengung oder auch die ganzen Vortriebsarbeiten eigentlich unter Tage ablaufen. Und die ganze Mentalität und Arbeitsweise dann... Also ich wurde total angefixt und es hat mir dann auch so einen Spaß gemacht, dass ich das im Masterstudium vertieft habe. Und auch eigentlich nur solche Stellen gesucht habe. Es ist halt einfach kein Standardberuf und es ist auch keine Standardbauweise. Beim Tunnelbau, du machst einen Meter auf und du siehst, dass vielleicht etwas ganz anderes vor dir steht, als vielleicht ursprünglich geplant ist. Man muss sofort reagieren mit verschiedenen Sicherungen oder an einer etwas anderen Bauweise. Man hat halt einfach immer Überraschungen und der Alltag wird nicht langweilig. Und man weiß nie, was im Untergrund eigentlich los ist. Und ich glaube, im Bau ist das schon etwas sehr Spezielles. Bis zu 63 Meter über Deckung trägt der fertige Tunnel. Am Ende wird der Alpvorlandtunnel einer der längsten Eisenbahntunnel in Deutschland sein. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Während sich der Bagger im Westen mühsam durch den Berg schaufelt, gräbt sich die TBM auf der Ostseite mit sieben Meilenstiefeln ins Erdreich. Der Vortrieb für den nächsten Ring läuft. Mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Stunde. Kamil Popovic muss dafür sorgen, dass sein Bohrer am Ende auch wirklich an der richtigen Stelle wieder aus der Erde kommt. Während des Erdaushubs muss der TBM Operator die ganze Zeit das Ziel der Maschine im Auge behalten. Das ist unser Auge. Es erfasst alles hier drin. Ohne das könnten wir nicht fahren. Wir würden zu weit rechts oder links fahren. Dann hätten wir ein großes Problem. Unser Ziel ist natürlich in der Mitte. Der Pfeil ist die TBM. Hier ist die Vorderseite und hier die Rückseite. Vorne geht unsere Front 6 Millimeter höher und 3 Millimeter nach links. Das ist also ein sehr präziser Vorstoß. Hier ist die Richtung. Unsere Richtung ist minus 23. Das bedeutet, wir verringern unsere Höhe die ganze Zeit um zwei Zentimeter. Weil die TBM tiefer und tiefer fahren muss, damit wir unter die Autobahn kommen. Während TBM Operator Kamil Popovic die Maschine sicher ans Ziel bringt, kümmert sich Maschineningenieur Uwe Stenner mit Begeisterung um die Technik der beiden Tunnelbohrer. Bis an ihr Lebensende. Da gibt es Unterschiede. Die Südmaschine wird wahrscheinlich rausfahren, wird demontiert und komplett an den Hersteller zurückverkauft. Bei der Nordmaschine wird sie wahrscheinlich, es gibt auch Varianten, wo sie im Berg stehen bleibt. Dann wird das ganze Nachläufer-System zurückgezogen und geht auch zurück an den Hersteller. Und die Maschine selber wird ausgekernt. Teile gehen zum Hersteller und ein Teil bleibt im Tunnel und ist verloren. Weil die meisten Tunnel immer grundsätzlich verschiedene Durchmesser haben. Oft wegen der Bodenverhältnisse, ein Vortriebsverfahren, dass ich ein Hydroschild brauche oder ein EPB-Schild oder ein Hartgesteinsschild. Zusätzlich aber auch noch, dass wir immer verschiedene Durchmesser haben. Und wenn ich jetzt, hier haben wir einen Durchmesser von 10,88, wenn der nächste Tunnel jetzt einen Durchmesser von 9,50 Meter hat, kann ich mit Teilen der Maschine was anfangen, aber mit dem größten Teil nicht, weil er zu groß ist. Das passt nicht rein, also muss ich die Teile ersetzen. Und da wir fast überwiegend mit unterschiedlichen Durchmessern arbeiten, ich kann dann im Zentimeterbereich was machen, aber wenn es mehr wird, passt es einfach nicht mehr. Am vorderen Ende der Tunnelbohrmaschine befindet sich das Schneidrad, das mit 52 Schneidrollen und 140 Schälmessern belegt ist. Betrieben wird das Rad mit einer Leistung von satten 4.400 Kilowatt, was fast 6000 Pferdestärken entspricht. Mit 190 Tonnen wiegt das Schneidrad etwa so viel wie zweieinhalb Diesel-Loks der Deutschen Bahn. Für Uwe Stenner sind die beiden Tunnelbohrer nicht einfach nur Arbeitsgeräte. Das ist meine Maschine, mit der mache ich meinen Vortrieb und hinterher ist auch jeder stolz, der Tunnel ist fertig und den habe ich mitgebaut. Also das ist grundsätzlich der Antrieb von einem Tunnelbauer eigentlich, dass er sagt, hier habe ich was gebaut. Tunnelvortrieb ist eine harte und gefährliche Tätigkeit. Besonders in der Frühphase des Tunnelbaus im 19. Jahrhundert forderte der Erdaushub viele Todesopfer durch Unfälle, aber auch Menürkrankheiten wie Bleichsucht. Ein Aberglaube hat sich aus jener Zeit erhalten, so darf eine Frau auf keiner Tunnelbaustelle fehlen. Das ist die Figur der heiligen Barbara, das ist die Schutzheilige der Bergleute und Tunnelbauer. Barbara Tag ist am 4. Dezember. Das wird auch von den Tunnelbauern sehr ernst genommen. Also am 4. Dezember ist eigentlich auch speziell im mitteleuropäischen Raum auf jeder Baustelle ein Feiertag. Es wird normalerweise nicht gearbeitet. Es gibt eine Zusammenkunft meistens mit einer Segnung oder einer Prozession, manchmal auf der Baustelle, manchmal auch mit Pastor oder Priester in der Kirche. Das wird unterschiedlich gehandhabt, aber auf alle Fälle ist es quasi ein Feiertag für die Bergleute und die Tunnelbauer, der hier in diesem Raum immer noch begangen wird. Wir kaufen sie, manchmal hat sie auch einen Tunnelbauleiter oder einen Projektleiter in Besitz und stellt sie hier zur Verfügung. Es wird die Barbara hier aufgestellt, die Aufstellung wird schon, wird sie eingeweiht, auch wieder mit einer Segnung. Die Segnung findet während der Taufe statt. Nicht nur der Tunnel, auch die eingesetzten Bohrer bekommen einen Namen. Trotz allerlei Prominenz ist eine Tunneltaufe vor allem ein Event für die Mineure. Zudem geht es darum, den Tunnelbohrmaschinen einen örtlichen Bezug zu geben und so in der Region um Zustimmung für das Projekt zu werben. Die Maschine der Südröhre wird von Schülerinnen einer Wendlinger Realschule getauft. Wir taufen dich auf den Namen Wanda. Der Name ist ein Akronym und steht für Wendlingen am Neckar durchs Alpvorland. Die Nordmaschine ist nach Sibylle von der Tech benannt, einer Sagengestalt aus der Region. Eine weise Frau, die große Schätze besaß und den Armen half. Aus Gram über ihre Söhne verließ sie die Gegend. Ihre Namensvetterin bleibt die nächsten anderthalb Jahre hier. Drei, zwei, eins und los geht's! Das sogenannte Andrehen ist nur symbolisch. Erst einen Monat später wird Wanda ihren Weg in die Dunkelheit aufnehmen. Nicole Hoffmeister-Kraut tritt ihre Arbeit dagegen jetzt schon an. Sie ist Tunnelpatin und damit einer der wichtigsten Menschen an der Baustelle. Ich wünsche Ihnen, liebe Mineure, viel Freude und Erfolg bei Ihrer Arbeit, gutes Durchhaltevermögen und allzeit einen sicheren Tunnelbau. Mögen Sie alle gesund und wohlbehalten Ihre Arbeit zu einem guten Abschluss bringen. Gottes Segen und Glück auf! Als Tunnelpatin vertritt Hoffmeister-Kraut die heilige Barbara auf Erden. Sie leistet den Mineuren Beistand und leiht ihnen ihr Ohr. Damit ist sie eine wichtige Ansprechpartnerin für die Tunnelarbeiter, denn der Job ist hart. Also für mich ist es eine große Ehre, zum einen für dieses einer der größten Projekte jetzt hier bei der Ausbaustrecke um Wendlingen, den Alp-Vorland-Tunnel Patin stehen zu dürfen und die irdische Vertreterin der Barbara. Dadurch in dieser Funktion meinen Schutz, meine Hände, meine Begleitung für die Mineure, das ist eine Ehre, die wird nicht vielen Menschen zuteil. Ich bin stolz drauf und ich freue mich jetzt auch auf die nächsten Jahre, wo ich die Mineure begleiten darf. Ich wünsche ihnen viel Gesundheit, ich wünsche keine Unfälle, ich wünsche einen störungsfreien Bau, ich wünsche ihnen Glück auf. Drei Monate später sind die Maschinen bereits halb unter der Erde. Eine der größten Gefahren im Tunnelbau ist ein Feuer. Fluchtmöglichkeiten gibt es im Tunnel dann keine. Uwe Stenner und seine Kollegen wollen sich nicht alleine auf himmlischen Beistand verlassen. Wanda und Sibylle verfügen daher über Rettungscontainer, die 24 Stunden langen Schutz für 26 Menschen bieten. Die wesentliche Tätigkeit des Containers ist, hier hinten ist ein großer Wassertank. Das Wasser wird grundsätzlich gekühlt, ergibt dann quasi Kälte ab, damit der Container bei einer steigenden Außentemperatur innen immer noch eine Temperatur erzeugt, in der man diese 24 Stunden abwarten kann. Weil ansonsten würde man hier, wenn das Feuer zu dicht ist, gekocht werden. Das ist die eine Maßnahme. Die zweite Maßnahme ist, wir haben hier die Luftversorgung. Das heißt, wir haben hinten Druckluftflaschenbatterien drin. Das heißt, die erste Maßnahme, die ich komme, ist das System einschalten, weil es läuft auch über eine Notstromanlage. Das heißt, wenn die Stromversorgung weggeht, habe ich ausreichende Notstromkapazität, um die 24 Stunden alle Funktionen aufrecht zu erhalten. Das schalte ich hier mit ein. Wenn ich die Anlage eingeschalten habe, muss ich hier gucken, ich habe noch einen Luftanschluss von draußen, wo der Kompressor Luft liefert. Weil ich ja Kohlendioxid erzeuge, also Atemgase, die ich beim Ausatmen erzeuge, gibt es hier zwei sogenannte Scrubber. Da kommt Atemkalk rein. Der ist hier unten in den Boxen vorrätig. Den kippe ich einfach hier rein, schalte den Scrubber an und der zieht mir die CO2 aus der Luft raus, damit ich nicht an CO2-Vergiftung eingehe. Hier im Rettungscontainer weiter haben wir hier die Wasserflaschen, die Trinkwasserflaschen für die 24 Stunden. Hier oben sind die Messgeräte für die Luftmessung, die auch die Alarmanzeigen bedienen. Der Vorhang dient einerseits als Abtrennung für die Chemietoilette, die hier hinkommt, andererseits ist es auch ein Rauchvorhang. Wenn die Tür während der Verrauchung auf und zu geht, weil Leute kommen, soll der Rauch raus bleiben. Zusatzausrüstung sind hier diese Kreislaufatenschutzgeräte. Das ist für die Rettungstrupps, die wir vorhalten müssen zur Brandbekämpfung mit den eigenen Leuten. Da sind speziell ausgebildete Leute, die die bekommen und mit denen sie vier Stunden autark von jeglicher Außenluft sind. Das ist ähnlich wie bei der Feuerwehr, die diese Geräte dann auch als Kreislaufatenschutzgeräte hat. Ansonsten haben wir hier noch Restausrüstung wie Medizinkasten, Rettungstragen. Man passt immer auf, weil es ist und bleibt ein schon, ich will nicht sagen risikoreicher Arbeitsplatz. Wenn man aufpasst, ist es normal. Aber man muss halt schon aufpassen. Man arbeitet auf beendetem Raum in einer geschlossenen, ich sag mal Röhre und das erfordert einfach gewisse Achtsamkeit. Derweil hat Sibylle zwei Meter Vortrieb geschafft und ist somit bereit für den Ringbau. Auf zwei Fahrten verteilt werden Tübinge für den Einbau geliefert. Gebracht werden die Stahlbetonteile von sogenannten Multi-Service-Vehicles, die in den Nachläufer der Maschine hinein und wieder hinausfahren können, ohne zu wenden. Karmel Popovic stoppt die Maschine, damit seine Kollegen den Ring einbauen können. Hier sehen wir die Zylinderausweitung. Daraus erkennen wir, wann wir den nächsten Ring bauen können. Wenn der Vortrieb beendet ist, dann ist Ringbauzeit. Die Steine werden einzeln in den Segment-Feeder gefahren, von wo sie an der Tunnelwand eingebaut werden. Wie Lego-Steine hebt der Kran die 10,5 Tonnen Brocken mühelos mit einer Vakuumplatte an. Jeder Handgriff muss sitzen, das Team genau aufeinander eingespielt sein. Natürlich ist das ganze Team wichtig. Jede Sektion, jeder Mann. Ohne sie können wir den Vortrieb nicht machen. Es ist nicht nur der TBM-Fahrer, so wie die Ringbauer, die Mörtel-Einspritzer, das ganze Support-Team. Wir sind ein Team und wir arbeiten als Team. Die Tümminge werden in der Reihenfolge zum Segment-Feeder gebracht, in der sie eingebaut werden. Liefert der Kranfahrer einen falschen Stein, so muss der mit großem Aufwand wieder zurückgefahren werden. Polier-Günter Müllner passt auf, dass das nicht passiert. Die Reihenfolge der Tümminge, die angeliefert werden, ist laut Konzept vorgegeben. Wir bauen die ersten drei Steine nach rechts, nach oben oder nach links, nach oben. Dann wird oben links und rechts der Flankenstein angebaut und dann anschließend das letzte der K-Stein reingeschoben. Dann ist der Ring wieder fertig. Nach Ladefolge werden wir dann bauen. Die Tunnelbauer werden durch den Schildmantel geschützt, der sich zwischen ihrem Arbeitsbereich und der Tunnelwand befindet. Die Steine werden mit einem speziellen, leistungsstarken Kranarm, dem Erektor, bewegt. Der Erektor-Fahrer steuert sein Gerät auf Sicht und wird dabei von seinen Kollegen unterstützt, damit der Stein seine genaue Position findet. Der Erektor ist ein sehr kompaktes Gerät an sich. Der hat die Funktion, der kann sich ringsherum drehen. Der hat zwei Arme, links und rechts, die aus rot und blauen Hubarme gekennzeichnet sind. Auf diesen Arme ist diese Vakuumsaugplatte angebracht. Die saugt den Tübingstein mit 0,8 bis 0,9 Bar Vakuumunterdruck an. Der fährt dann auf diese Steine rauf, saugt den Stein an, bringt ihn nach vorne in Position, dreht ihn in die Position, zieht ihn dann zurück zum zuletzt gebrauten Ring. Dann wird er eingerichtet. Das heißt, beim Erektor kann man den Stein auch verkippen und am Tisch selber verdrehen. Er wird exakt auf Millimeter eingerichtet mit diesem Erektor, Multifunktionsgerät. Und danach fahren die beiden Vortriebsdressen ran und drücken den Stein an den zuletzt gebauten Ring. Der Erektor löst das Vakuum, fährt runter, fährt zurück, holt sich den nächsten Stein. Die Vortriebspressen fahren von der Stelle zurück, an der ein neuer Stein gesetzt werden soll. Der kleinste Tübing ist der sogenannte Schlussstein, der den Ring am Ende schließt. Seine Position lässt sich genau berechnen. Ist der Schlussstein gesetzt und der Ring somit komplett, schieben sich die Vortriebspressen wieder nach vorne und drücken die Maschine weiter, bis zum nächsten Ring. Die Pressen drücken zudem den neu gesetzten Stein an den zuvor gebauten Ring. Dabei wird kontinuierlich Mörte zwischen Tübinge und Baugrund gefüllt, um die Röhre zu stabilisieren. Insgesamt brauchen die Menüre etwa eine halbe Stunde, bis der Ring fertig ist. Sofern nichts schief geht. Das hängt besonders vom Erektorfahrer ab. Der nächste Fahrt ist eigentlich Erfahrungssache. Da werden manchmal Leute neu eingeschult dazu und nach einer gewissen Weile, wenn der Polier denkt, der Mann ist so weit, dann darf er das Gerät benutzen. Es ist ja nicht nur so, dass der Mann das Gerät steuern kann. Das ist eine Arbeit, die mit höchster Konzentration vonstatten geht. Der Mann darf sich durch nichts ablechnen lassen, weil wenn der einen Fehler macht an seiner Fernbedienung, kann das Menschenleben kosten und die Schäden extrem hoch sein. Millimetergenau muss der Erektorfahrer seine Maschine steuern. Denn die Tübinge müssen genau aufeinander passen, damit der Ring am Ende auch vollkommen dicht ist. Eine Aufgabe, die hohe Konzentration erfordert. Wenn man den Ring falsch baut, zum Beispiel, man baut zwei mal zwei Millimeter zu weit nach außen, dann wird das Schlusssteinmaß, was man dann für den sogenannten K-Stein braucht, einfach zu groß. Und dann werden die Fugen zu weit offen und die Dichtungen würden sich nicht quetschen. Das heißt, es kommt dann Wasser rein beim Ring. Darum ist Genauigkeit auf den Millimeter das Wichtigste überhaupt. Wie genau die Männer gearbeitet haben, zeigt sich jetzt. Der Schlussstein oder K-Stein muss noch an die richtige Stelle platziert werden. Ob das passt? Der K-Stein ist der letzte Stein, den wir einbauen. Der K-Stein kompletiert den Ring wie ein Verschlusssegment. Das Computersystem hilft uns, die richtige Position zu finden. Ansonsten müssten wir viel Zeit für Messen und Rechnen aufwenden. So geht es viel schneller. Popovics Kollegen haben alles richtig gemacht. Der Schlussstein sitzt perfekt. Der Ring ist komplett. 10 Stunden täglich unter der Erde, ohne Sonnenlicht und weist weit von zu Hause weg. Für den Tunnelbau muss man geboren sein. Die Faszination an meinem Beruf, ja, als erstes ist es einmal die Kameradschaft, die vorherrscht in der Schicht, in den eigenen Leuten, mit denen ich arbeite. Ja, und der Job an sich ist auch irgendwie sehr interessant, weil immer wieder neue Situationen vorherrschen, die man dann mit seinem Fachwissen eigentlich bewerkstelligen kann. Und da sieht man dann, ob ein Mann qualifiziert ist oder nicht. Das ist eine sehr interessante Arbeit. Ich liebe meinen Job. Und ich habe auch nicht vor, mit 60 Intentionen zu gehen. Dieser Ring ist fertig. Popovic kann die Maschine wieder in Gang setzen und mit dem Vortrieb fortfahren. Mehr als 7000 Ringe müssen die Menüre noch bauen. Eine Sisyphus-Arbeit. Aber Popovic freut sich drauf. Meine Arbeit ist ganz schön schwierig und wichtig und gefährlich. Sie macht mich glücklich. Ich mag das Gefühl, einen wichtigen Job zu machen und es ist toll, Teil dieses Projekts zu sein. Die Deutsche Bahn wird sehr davon profitieren. Wir sind dabei erst am Anfang. Wir haben erst 19 Ringe gelegt. Da werden noch viele, viele folgen. Wir werden sehen, wie es nach dem ersten Kilometer weitergeht. Die Ein-Kilometer-Marke ist immer ein magisches Ziel. Ich bin sehr glücklich mit meiner Arbeit hier bei diesem Projekt. Bis der erste Kilometer geschafft ist, dauert es noch viele Wochen. Kamil Popovic und seine Kollegen sind stolz auf ihre Arbeit im Maulwurf aus Stahl. Die Faszination, an neue Orte unter der Erde vorzustoßen, treibt sie an. Ein Bürojob wäre überhaupt nichts für mich. Also den ganzen Tag irgendwo drin zu sitzen, da bin ich wirklich froh, dass ich draußen bin. Ich wollte immer was bewegen und hier bewegt sich auf dieser Baustelle wirklich viel. Wir haben das Ding zusammengefügt auf zehn Zentimeter mit zwei Zentimeter Luft nach oben und unten. Wir schaffen was und hier draußen sieht man ja schon, dass wir große Dinge bauen. Bei Geildorf im Landkreis Schwäbisch Hall entsteht die höchste Windkraftanlage der Welt. Je ehrgeiziger das Bauprojekt, desto spezieller und größer sind auch die zur Durchführung benötigten Maschinen. Der Bau von Windkraftanlagen ohne den Einsatz riesiger Spezialkrane undenkbar. Da schwingst du mal ein bisschen nach rechts. Krane sind Spezialisten für das Heben und Senken riesiger Lasten. Der Kranführer arbeitet dabei oft blind. Es gilt, hören statt sehen. Ohne Kommando darf er gar nichts machen. Das ist schon mal das Erste. Also vor allen Dingen, wenn Leute da stehen, da darf er nicht einfach irgendwie anziehen oder schwenken. Das muss alles auf Kommando sein. Die Krankommandos, die sind Seil auf, Seil ab, Ausleger führen, Ausleger auf und schwenken im Prinzip. Ja gut, langsam und schnell gibt es auch natürlich. Also wenn es jetzt vorsichtig sein muss, oder wenn Gefahr droht, dann wird halt langsam geschwenkt und langsam aufgezogen und abgelassen. Also man geht immer vom Kran aus, wo der Kran steht. Man dreht sich mit dem Rücken zum Kran und dann sagt man halt, links schwenken, rechts schwenken. Was sich so einfach anhört, erfordert erhebliches Fingerspitzengefühl und absolute Konzentration des Kranführers. Einmal nicht aufgepasst und der Schaden ist groß. Die Last kann da unten abhauen, Schaden, Personenschaden, Materialschaden, kann alles passieren, wenn man das nicht in Ruhe macht. Wenn du da jetzt irgendeine Bewegung zu doll machst, dann würdest du die Platte zusammenhauen, die Halbschale. Oder du würdest eben das Ding da hinten rausreißen und die Rüste würden da drinnen umfallen und da drinnen sind die Leute und das geht nicht. Das sind jetzt die letzten zehn Zentimeter wieder, was er haben will oder die letzten fünf. Ich weiß es nicht. Jetzt nur nicht ablenken lassen. Gekonnt führt Kranführer Ralf Karras die teuren, schweren Teile zusammen. Millimeterarbeit am Joystick. Schauen Sie selber, wir haben das Ding zusammengefügt auf zehn Zentimeter, mit zwei Zentimeter Luft nach oben und unten. Der Schwäbische Windpark peilt mit einem seiner Türme eine Nabenhöhe von 178 Metern an. 14 Meter mehr als der bisherige Rekordhalter aus Rheinland-Pfalz. Hier geht es also auch um den Weltrekord. Das ist jetzt ein Prototyp-Turm, also den bauen wir jetzt das erste Mal, also wir als Team. Und bei anderen Anlagen ist es einfacher, aber bei diesen ist es alles neu und da muss man speziell dann mit der Bauleitung oder der Projektleitung abstimmen, welche Kräne wir dafür bräuchten und dazu bestellen dann. Wenn ich den Kram bestelle, bestelle ich deswegen, weil ich die Endhöhe brauche von die 94 Meter von diesem Betonturm, damit er den Adapter von Gewicht her noch auf diese Höhe kriegt. Da brauche ich den 11200 dafür und es gibt aber noch eine Nummer kleiner, 1750, aber der wäre für den Turm zu klein. Die Vorzüge des LTM 11200 9.1. Auch aus wirtschaftlicher Sicht für dieses Projekt mit insgesamt vier Türmen die erste Wahl. Mit diesem Kran kann man auch sehr schnell von Anlage zu Anlage umsetzen. Umsetzzeiten von bis zu vier Stunden sind möglich. Mit anderen Kränen brauchen wir da deutlich länger. Mit dem LTM 11200 haben wir sehr schnelle Umsetzzeiten und können auch die Windenergieanlage sehr schnell montieren. Zusätzlich können wir noch eine Spitze montieren. Mit dieser Spitze können wir auch höhere Betontürme montieren als mit herkömmlichen Kranen. Schon ohne solche Gitterverlängerungen hat er den längsten, genauer gesagt den längsten Teleskopausleger weltweit. Diesen Rekord hält der LTM 11200 in der Kategorie Mobilkrane. Der Clou, sein fahrbarer Untersatz hat eine Straßenzulassung für LKW, freilich ohne seine diversen Auf- und Anbauten. Nicht jeder Arbeitsschritt bei der Errichtung eines Windrades erfordert die Superkräfte des LTM 11200. Arbeiten am Boden könnten auch durch kleinere Kollegen ausgeführt werden. Doch am Ende kommt es schließlich doch auf die Größe an. Das ist der größte Telekran, den es überhaupt weltweit gibt. Auf Rädern. Außergewöhnlich ist eben die Länge des Auslegers und dass man da eben noch solche Lasten ziehen kann. Der LTM 11200. Ein Superkran. Kein Wunder, dass er den Namen eines antiken Superhelden erhalten hat. Das ist unser kleiner Herkules. Mein Kollege hat ihn so getauft und ich habe nichts dagegen. Das gesamte Windkraftprojekt bei Schwäbisch Hall umfasst vier gigantische Anlagen. Darunter auch einige, die auf riesigen Betonfundamenten zu stehen scheinen. Aber das täuscht. Doch dazu später mehr. Durch die Montage auf dem Betonturm wird die Gesamthöhe des späteren Windrades einmal 240 Meter erreichen. Herkules macht es möglich. Dieser Herkuleskran, dieser LTM 11200, hat hier dieses Aktivbecken gebaut, also diesen Turm. Man sieht, das sind einzelne Ringe. Also diese Ringe wurden immer aus vier Fertigteilschalen zusammengebaut, hier unten auf der Kranstellfläche. Und wurden dann als ein Hub eingehoben in das Baufeld. Und somit ist dieser Turm relativ schnell gewachsen. Doch dann stieß Herkules rasch an seine Grenzen. Ein anderer Krantyp übernahm die Aufgabe, die gewünschte Turmhöhe zu erreichen. Dieser Herkuleskran ist ein Auslegerkran. Das bedeutet, dass ein Auslegerkran benötigt immer eine sogenannte Zwangsauslage. Also umso höher das Bauwerk wird, umso weiter muss der Kran natürlich dann auch wegstehen und umso größer muss die Kranstellfläche sein. Und wir können mit diesem Turmdrehkran auf immer gleichbleibender Fläche in der Höhe wachsen. Der hier eingesetzte Spezialist, ein selbstkletternder Turmdrehkran. Oberste Teil schiebt sich hydraulisch hinauf. Dann zieht der Kran das nächste Gittersegment parallel zum Turm in der Höhe und setzt es in die entstandene Lücke. Es ist natürlich schon irgendwann mal dann die Grenze erreicht. Man denkt nur dran ans Hubseil, das natürlich dann auch dementsprechend lang sein muss. Und natürlich brauche ich dann schon dieser Kran kann nur eine gewisse freie Höhe klettern. Also irgendwann mal muss ich den wieder irgendwo verankern und dazu nehmen wir hier unseren Hybridturm. Das ist ein Betonturm, der ins Fundament verspannt ist. Und wenn dieser Turm sozusagen verspannt ist, dann kann sich dieser Kran wieder an diesem Turm befestigen und klettert dann wieder in einer bestimmten Höhe frei nach oben und kann dann errichten. Und wenn ich irgendwann mal nicht mehr gegen einen Turm oder gegen irgendetwas Stabiles verankern kann, dann ist natürlich irgendwann mal die Grenze dann erreicht. Das Selbstklettern. Eine Erfindung für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Drehkopfdurchsatz heißt das Patent, welches Liebherr 1957 für sein Kletterprinzip erhält. Zurück zu Herkules. Der Kraftprotz hat auch einen Nebenjob, als Personenaufzug. Die Monteure erklimmen ihren luftigen Arbeitsplatz nämlich nicht zu Fuß, sie schweben hinauf. Schwindelfreiheit. Eine Grundvoraussetzung des Jobs der Monteure. Auch hier gilt Safety First. Keinen Arbeitseinsatz ohne Komplettabsicherung. Die haben halt einen Klettergurt an. Das ist halt ein Ganzkörpergurt mit Beinschlaufen, alles dran. Und falls jemand drunter fällt, ist er eingehangen. Nach wenigen Minuten Flugzeit erreichen die Monteure die aktuelle Turmhöhe von 57 Metern. Das Seil ist so lang vom Rettungsset wie der Turm selber. Das wird dann bis runter gelassen, im Turm oder außerhalb vom Turm. Und da wird dann halt abgeseilt. Wenn jetzt irgendwas, ein Gewitter, ein Schnelles kommen würde oder wenn jetzt der Kran ausfällt, irgendwas, dann können die sich halt selber retten. Das Turm-Team hat seinen Arbeitsplatz erreicht. Nun ist es am Bodenteam, die nächsten Ringe zu fertigen, um für Nachschub zu sorgen. Herkules und sein Kranführer im Dauereinsatz. Die Stimme ist ja so rein, oder? Willst du den hier reinstellen? Ja, der andere A5 hoch, nicht? Der andere A5, einen Ticken nach rechts, einen Ticken nach rechts schwenken. Gelernt hatte ich auf dem Autokran zu DDR-Zeiten. Der hieß noch ADK 12.5. Auf der Raupe und auf dem Bagger. Weil das war der Beruf Baumaschinist oder Baumaschinenführer, Baumaschinist. Und den 2er-Führerschein, den Lkw-Führerschein hast du auch gleich mitgemacht. Die Kräne zu Ost-Zeiten waren viel kleiner gewesen. War zwar auch schon teilweise mal ein Gittermast gewesen mit 40 Meter Ausleger. Aber die komplette Computertechnik und das alles hat sich komplett alles geändert gehabt. Die Maschine übernimmt jetzt die notwendigen Berechnungen im Zusammenspiel von Höhe, Last und Winkel des Auslegers. Am Ende obliegt die Feinarbeitern aber doch den Menschen. Perfekter Job. Wie ein Reißverschluss fügen sich die Halbschalen zusammen. Doch warum sind die hier eigentlich rot? Wenn jetzt die Sonne von da kommt, sehen manche Flugzeuge den Turm nicht. Und deswegen ist der Ring rot. Der ist in einer bestimmten Höhe. Und deswegen hat er auch die Ausbuchtungen drin. Da kommt eigentlich noch Flugfeuer rein. Also das sind für die Nacht halt Lampen, die in der Nacht blitzen. Das sind die, die man in der Nacht überall sieht auf den Bergen. Und die kommen dann meistens da rein, aber sind jetzt noch nicht geliefert worden. Die müssen dann nachträglich im Nachgang eingebaut werden. Und am Tag braucht man die Lampen nicht, deswegen ist der Ring rot. So, da sehen Sie jetzt, da sind jetzt innen die Eisen drin, die von oben eingeführt werden. Die werden mit Draht befestigt, dass wenn die zusammengeschoben werden, dass die Eisen quasi drin bleiben. Ab jetzt ist echte Handarbeit gefragt. Mit der hydraulischen Presse schiebt der Polier die letzten Zentimeter der tonnenschweren Betonschalen aufeinander zu. So lange, bis die beiden Halbschalen perfekt ineinander passen. Diesen Zustand fixiert René Kerner mit Riesenschrauben. Er zieht sie mit einem Drehmomentschlüssel auf das Nenn-Drehmoment von 500 Newtonmetern an. Hält. Um die beiden Halbschalen endgültig miteinander zu vermählen, verwenden die Bauprofis Beton. Es gibt eine kleine Öffnung im Konstrukt der Halbschalen, die genau für diesen Vorgang vorgesehen ist. Zum Verkleben der Halbschalen verwenden die Turmbauer einen sehr flüssigen, schnell aushärtenden Beton. Der Vergussbeton kann nicht rauslaufen, weil um die Vergusstasche herum ist ein Fugendichtband eingeklebt. Das, was Sie hier sehen. Und dadurch ist der Ring eigentlich hundertprozentig dicht. Und dadurch, dass der Vergussbeton auch so schnell aushärtet, ist da keine Gefahr, dass es irgendwo auslaufen kann. Nur wenige hundert Meter entfernt. Die Baustelle der nächsten Windkraftanlage. Es ist einer der drei Türme, die auf einem Betonturm errichtet wurde, mit einem riesigen Betonbecken, in das nach Fertigstellung Wasser eingefüllt werden soll. Es ist ein Reservoir, das für einen Wasserstand von 13 Metern ausgelegt ist. Das Konstrukt ist eine sogenannte Wasserbatterie. Die Energie entsteht später durch das Gefälle von Berg zum 200 Meter tiefer gelegenen Tal. Die eigentliche Batterie ist dann später das Wasser. Wenn wir das Wasser vom Tal hochpumpen, dann wird das hier in diesem Becken gespeichert. Sowohl im Passivbecken als auch im Aktivbecken. Und wir haben dann sozusagen ein Potenzial, das hier oben liegt. Und sobald wir Wasser benötigen, lassen wir das ins Tal ab und erzeugen dann über eine Turbine Strom. Wir haben 160.000 Kubikmeter Wasser, mit dem wir hier pendeln können zwischen Berg und Tal. Wir haben durch die Nutzung als Wasserbecken hier oben und als Windkraftstandort, haben wir sozusagen die Fläche doppelt genutzt. Als Batterie oder als Speicherort und als Erzeuger gleichzeitig. Die Entwicklung geht immer noch mehr in die Höhe. Und wir haben halt hier mit diesen 40 Metern Becken, haben wir halt oben nur noch einen 120 Meter Turm draufbauen müssen, dann waren wir halt schon bei 180. Also ein Meter Höhe ist etwa ein Prozent mehr Windertrag, so muss man das etwa rechnen. Theoretisch ist es einfach eine Wirtschaftlichkeitsfrage. Höhe bedeutet natürlich zunächst auch erstmal mehr Herstellkosten. Theoretisch ist dort dann irgendwann mal der Physik vielleicht die Grenzen gestellt, aber man könnte auf dem Hochhaus mit 300 Metern sicher auch noch eine Windkraftanlage draufbauen. Auf der ersten Baustelle gibt es keine Becken oder Wasserbatterien. Hier wird lediglich der Turm für das pure Windrad erstellt. Inzwischen sind die Halbschalen des roten Rings ausgehärtet und Herkules zieht sie nach oben, auf 60 Meter Höhe, zu ihrem endgültigen Bestimmungsort. Mit jedem Höhenmeter wird die Arbeit für Kranführer Ralf Karras ein wenig diffiziler. Jeder Meter an Entfernung erfordert ein höheres Maß an Fingerspitzengefühl für die Steuerung des gelben Riesen. Erlernbar ist es eigentlich nicht. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Man muss sich eben bewusst sein, wie lang der Ausleger ist. Und mit jeder kleinsten Bewegung, wenn ich hier unten Millimeter bewege, bewegt sich da oben 10, 20, 30 Zentimeter was. Und das sollte man dann eben alles ganz in Ruhe und sachlich machen, weil ansonsten wird das nichts. Ein Millimeter Fingerbewegung und schon bewegt sich der rote Ring um ein Vielfaches. Jetzt ist das Turmteam gefragt und der Einsatz körperlicher Kräfte. Das perfekte Zusammenspiel zwischen Kranführer, Herkules und der Montagemannschaft ermöglicht ist, die einzelnen Ringe des Turmes zusammenzustecken wie Teile eines überdimensionierten Lego-Puzzels. Bis schließlich alles passt. Bis zum Ende des Tages schafft die Crew noch drei weitere Segmente aufzusetzen. Zur Freude des Bauleiters. Wir haben nun knapp 80 Meter Betonturmhöhe erreicht, können noch ein Betonsegment mit dem LTMF 200 setzen. Danach werden wir morgen früh diese Spitze an den Kran anhängen und können so die letzten vier Ringe von dem Betonturm setzen, dass wir die Gesamthöhe von 96 Meter erreichen. Der Ring in roter Farbe warnt niedrig fliegende Flugobjekte, wie zum Beispiel Hubschrauber, vor einem Hindernis in ihrer Höhe. Dieser Anblick ist Reisenden aus der Umgebung von Ulm vertraut. So sieht der Firmensitz von Liebherr aus, einem der größten Arbeitgeber der Region. Diese 220 Meter lange Halle ist die Geburtsstätte von Herkules, dem weltgrößten mobilen Kran. Herr über diese Montagehalle ist Markus Frankenhauser. Er ist der Bereichsleiter für die großen Sonderkran-Anfertigungen. Seinen Job hat er von der Pike auf gelernt. Er ist bereits seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen tätig. Hier wurde er zum Industriemechaniker ausgebildet und ist sozusagen mit den Kranen gewachsen. Wir sind hier beim LTM 11200. Das ist der größte Mobilkran der Welt mit einer Gesamtlänge vom Unterwagen von 22 Metern. Wir sind hier in der Montage in Normallage. Wir produzieren das Gerät in einmal Rückenlage und Normallage. Das heißt, Normallage ist hier der Fahrzustand, wie er später auf der Straße draußen fährt. Und aktuell sind wir hier in der Montage beim Motor plus die Kleidungen, Verkleidungen, den Spritzschutz. Und momentan ist hier der Motormontage vorgesehen. Da ist ein Motor, ein Lipa-Motor drin mit 500 kW Leistung. Die Motoren kommen aus dem Werk in Bühl, aus der französischen Schweiz. Um einen Unterwagen für einen Kran des Typ LTM 11200 zu fertigen, benötigen die Ehinger 25 Tage. Für die Produktion des Oberwagens veranschlagen die Schwaben 22 Tage. An dieser Stelle geht es darum, die Kabine anzubauen, in der später der Kranführer sitzt. Auch sie verfügt über spezielle Eigenschaften. Die Besonderheit hier ist beim LTM 11200, dass er eine sogenannte Schwenkkabine hat. Und diese muss im Fahrzustand komplett nach hinten geschwenkt werden, weil sonst die maximale Breite im Fahrzustand zu breit wäre. Die StVO muss schließlich eingehalten werden. Sonnenaufgang über dem schwäbisch-fränkischen Wald. Um in noch größerer Höhe arbeiten zu können, müssen die Männer ihren Kran heute Morgen als erstes umbauen. Vor dem Anbau steht der Abbau. Zunächst geht es einer Sicherheitsvorrichtung an den Kragen. Die dient dafür, wenn man das Seil aufzieht, sieht das da oben nicht mehr, dass der dann abschaltet. Dass man sich den Haken in den Rollenkopf reinzieht. Das stoppt einfach als eine Sicherheitseinrichtung bei dem ganzen Kran. Egal, ob es der kleinste oder der größte ist. Das wird abgemacht, weil ich das nachher an der Spitze brauche. Es wird da umgesetzt. Ralf Karras hat das Teleskop des Krans für den Umbau eingefahren. Weitere Teile, die bislang Herkules höchsten Punkt markierten, müssen nun an die zukünftig höchste Stelle gelangen. Dazu schraubt Ralf Karras sie zunächst ab. Das ist genauso wie diese Flutbeleuchtung für oben für die Flugzeuge. Und der Windmesser sind auch alle Sicherheitseinrichtungen. Und die bauen wir halt um, weil wir ja den Ausweg ja länger machen jetzt. Auf der Baustelle ist alles bereits vorbereitet. In wenigen Metern Entfernung liegen die bereits vormontierten Gitterteile. Sie werden dann mit Hilfe eines kleinen Krans zum Ende des Teleskops bewegt. Dort passgenau aufgesteckt und mit Bolzen befestigt. So der Plan. Die 25 Meter Gitterteile kommen jetzt noch vor den Ausleger davor gebaut. Das werden die Hubhöhe und die Endhöhe des Turmes erreichen. Und die Lasten immer noch dahin klicken. Und deswegen wird alles, Endschalter, Windmesser, Flutleucht, alles umgebaut. Weil das ist nachher der höchste Punkt oben im Himmel. Auch bei Kranhersteller Liebherr werden Gittermasten montiert. Nur in ganz anderen Dimensionen. Die Anzahl der Gitter-Elemente variiert. Je nachdem, welche Höhe der Kunde zu erreichen wünscht und welchen Platz er auf der Baustelle hat. Dieter Meier überwacht den allerersten Zusammenbau des neuen Krans. Es ist natürlich immer aufregend. Ich habe das jetzt schon öfters gemacht, aber es ist immer wieder ein interessantes Gefühl, dieses lange System aufzurichten. Das Herzstück der Maschine findet sich in der Krankabine, der Computer. Hier habe ich das sogenannte Rüstbild. Und das Rüstbild sagt mir aus, bzw. muss ich eingeben, welche Ausrüstung ich gerade aktuell angebaut habe bzw. anbaue. Dann sieht man hier die ganze Kürzel. Die Kürzel TXX steht für verstellbare Winkelsystem. Dann habe ich hier meine 202 Tonnen Gegenballast. Der Bereich ist meine Abstützung. Und aufgrund von den Eingaben bekomme ich dann hier meine aktuelle Traglast-Tabellen. Ja, wo ich dann abrufen kann und gleich sehen kann, wo kann ich hier in welcher Tele-Länge wieviel Last anheben. Heute überprüft Dieter Meier einen Kran, der mit einem Gittersystem von rund 100 Metern Länge bestellt wurde. Wippspitze lautet der Fachbegriff für das gesamte Gitterteil. Jedes Gerät ist ganz speziell, weil unter anderem werden sie auch mit verschiedenen Ausrüstungen verkauft. Die werden nicht immer mit der maximalen Länge verkauft, sondern manchmal kriegen wir ein Kürzelsystem. Und darum ist jeder Kran speziell und individuell. Jedes dieser perfekt auf die Wünsche des Kunden hingefertigten Geräte wird vor Auslieferung einmal komplett zusammengebaut, aufgerichtet und auf korrekte Funktion hin getestet. Also der erste Prüfabschnitt ist super gelaufen. Das ist so wie mit PKW. PKW ist zwar gleich, aber doch nicht gleich. Jeder hat so seine Magen am Anfang und die machen wir ja dann weg. Aber dazu sind wir ja da. Aufgrund von den sehr vielen Teilen, die angebaut werden, kann es schon mal sein, dass man da was zum Schluss noch bei uns auf dem Abnahmeblasen optimieren muss. Je länger das System wird, desto weniger Teile kann ich dann eigentlich ausfahren. Wo muss ich meine Lasten heben? Muss ich die auf ein Hochhaus raufheben? Muss ich abwinkeln? Oder kann ich gerade hoch, kann ich einen Kran auslegen und so weiter? Das sind scheinbar so große Palette an Einsatzgebieten, wo dann vom Einsatzplaner dementsprechend zusammengestellt wird. Teleskopkrane mit Verlängerung kommen häufig beim Bau von Industrieanlagen zum Einsatz. Zwar werden alle Teile platzsparend gestapelt angeliefert, für den Zusammenbau vor Ort ist dann allerdings der Kunde selber zuständig. Die Baustelle, auf der so ein Kran später zum Einsatz kommt, muss über entsprechend viel Platz und ebene Flächen in passender Länge verfügen. Wir sehen jetzt, wir haben hier die maximale Länge, das ist unser Ziel. Wir haben jetzt hier die 90 Meter, die angesprochenen 90 Meter hochgezogen. Und wenn wir jetzt durch das ENI-System mit vier Segmenten, sechs Meter, zwölf Meter, zwölf Meter Reduzierung, Kopf und Maschnase verlängern, dann ist das ganze System eigentlich komplett. Das Aufrichten des Krans in voller Länge erfolgt in entsprechenden Etappen. Unter realen Bedingungen gestaltet sich so eine Montage nicht ganz so einfach. Guck mal, so habe ich das hier gemeint. Du machst den Schlint hier raus, ziehst den Bolzen ein Stück zurück, dass du das hochklappen kannst, machst den wieder runter und machst die Lasche auch wieder runter, weil hier kommen nachher die Bolzen rein, die sind da an der Seite dran. Geh mal weiter raus noch. Ein Stückchen raus noch. Die Baustelle der Windkraftanlage befindet sich mitten im Wald. Hier müssen sich die Männer mit beengten Verhältnissen arrangieren. Erschwerend kommt hinzu, dass das Montageteam noch nicht so lange zusammenarbeitet. Noch kennen die Männer ihre Kollegen nicht gut genug. Das Team ist noch nicht perfekt eingespielt. Außerdem ist der Untergrund nicht ganz gerade. Was dazu führt, dass nichts auf Anhieb so perfekt zusammenpasst, wie gewünscht. Kleine Schräglagen oder leichte Verkantungen führen dazu, dass immer wieder nachgebessert werden muss. Das kostet Zeit. Schon jetzt zeichnet sich ab. Den Plan der Bauleitung, die Verlängerung noch vor der Mittagspause fertig montiert zu haben, werden die Monteure nicht einhalten können. Doch die Männer müssen trotz des zeitlichen Verzuges ruhig und gelassen bleiben. Sie wissen, Eile und Hektik würden das genaue Gegenteil bewirken. Ja, das ist die falsche Kette. Die ist ungleich. Man guckt, ob man ihn reinfängt. Kurz danach der Stopp. Das sind die Handzeichen für Kranfahrer. Da brauchen wir keinen Funk und nichts weiter. Peter! Wir müssen meine Kette drin machen. Die ist uneben. Die ist nicht gleich. Peter, gehst du mal rein, ziehst mal den Ausleger bitte ein bisschen hoch. Ausleger hochziehen. Peter, der sitzt in die Lasche auf. Der sitzt hier auf, wenn wir weiter hochlassen. Uh. Nach vielem Hin und Her, endlich geschafft. Gearbeitet wird generell mit wenigen Worten. Hier herrscht meist nonverbale Kommunikation. Die Handbewegung, Kranfahrer untereinander brauchen nicht viel reden. Die zeigen nur ein ganz klein bisschen und dann funktioniert das. Wenn es ein eingespieltes Team ist. Doch das ist hier noch nicht der Fall. Und auch der Kran ist ja noch ganz neu. Du gehst unten. Achso, geh du mal unten mit der Leiter hin. Ja. Es geht voran. Zwar etwas langsamer als geplant, doch stetig. Element für Element. Kranführer ist in Deutschland übrigens kein Ausbildungsberuf. Häufig reicht eine simple Unterweisung. So bietet beispielsweise die Akademie des Technischen Überwachungsvereins TÜV dreitägige Grundlehrgänge an. Deutschlandweit. Voraussetzungen sind Volljährigkeit sowie körperliche und geistige Eignung. Aggregat vor und die Presse gleich wieder hoch. Natürlich ist so ein Crashkurs nicht mit jahrelanger Erfahrung von Profis vergleichbar. Doch auch die haben schließlich irgendwann einmal klein angefangen. Inzwischen funktioniert die Zusammenarbeit immer besser. Ralf Karrers und seine Kollegen sind sich der Tatsache bewusst, dass alles perfekt sein muss. Sonst klappt es nicht. Es muss wirklich alles passen. Die Anschlagmittel müssen gerade sein. Und du musst auch wissen, was der andere Kran zum Beispiel, was der tun muss, um das Teil auf diese Position zu bringen. Endlich ist er drin. Wieder haben die Männer einen Teilerfolg erzielt. Bei Liebherr Weissmann, wie wichtig das Teamwork bei der Montage der riesigen Geräte ist. Je besser das Team harmoniert und zusammenarbeitet, desto schneller sind sie im Aufbau. Ja, wenn sich jeder auf der andere eigentlich verlassen kann, was er macht, ohne dass sich einer nochmal speziell nachprüft. Das ist doch besser und leichter tut man sich da. Bei Dieter Meier und seinen Kollegen wirkt die Montage der Gitterteile wie ein Kinderspiel. Ja. Da hol' ich nachher, ich hol' ich nachher, ich hol' ich nachher geschwein' an den Aufsteller auch gesehen, dann tun wir die auch gleich von da rein, oder? Ja. Ja. Und dann tun wir, und dann tun wir. Unsere Kunden sagen, wir haben hier Laborbedienungen, ja, gegenüber draußen. Hier passt es schnell und einfach. Das sind die sogenannten Laborbedingungen und sauber hinfahren. Ja. Dann könnte es endlos so weitergehen. Auf alle Fälle geht die Technik immer weiter, wird immer besser, wenn man bedenkt, was wir jetzt für Stahl verwenden. Und das brauchen wir ja jetzt schon seit fast zehn Jahren. Wohin die Reise geht, ich glaub', das weiß noch keiner zu beantworten. Das wird das Material mit drin, wo man dann irgendwann mal auf Kohlefaser geht, Teile von Kohlefaser, leichtbauweise, inwieweit man das realisieren kann. Wohin die Grenze, oder wo die Grenze ist, ich weiß nicht, ob das jemand beantworten kann. Doch es ist durchaus vorstellbar, dass die Ehinger Ingenieure schon längst an der Entwicklung von Kranen der nächsten Generation arbeiten. Neue Erfindungen und Verbesserungen sind hier schließlich Teil der Tradition. Der Erfolg der Firmengruppe baut auf einer Vision ihres Gründers Hans Liebherr auf. Handwerker und Konstrukteure sind es, mit denen er 1949 den ersten mobilen Turmdrehkran entwickelt. In kurzer Zeit wird aus einer kleinen Baufirma des Pioniers ein Baumaschinenhersteller, der seine Rolle als Weltmarktführer im Bereich Mobil- und Raupenkrane bis heute behaupten kann. Platz zwei und drei gehen übrigens an Tadano Faun, einem fränkischen, von Japanern aufgekauften Unternehmen, und Money to Walk aus den USA. Auf dem Prüfgelände rund um das Werk muss jedes der jährlich produzierten rund 1400 Geräte die Feuertaufe bestehen, bevor es an die Kunden ausgeliefert wird. Egal ob es ein Gerät mit der Tragkraft von nur 30 Tonnen oder ein Gigant mit 3000 Tonnen Tragkraft ist. Auch auf unserer Baustelle im Wald hat es das Team inzwischen geschafft. Die Anbauten sind fertig montiert. Endlich kann das Teleskop mitsamt seiner neuen gelben Spitze erstmals zu voller Höhe ausgefahren werden. Bis zum höchsten Punkt werden es dann 125 Meter sein. Die Anbringung der zusätzlichen 25 Meter Gitter hat mehr als einen halben Arbeitstag in Anspruch genommen. Je weiter sich das Teleskop in die Höhe schraubt, desto größere Kräfte wirken auf den unteren Teil des Krans ein. Von entscheidender Bedeutung bei allen Kranen mit Ausleger sind daher die hier filigran wirkenden Ärmchen, die nach hinten abstehen. Die Ärmchen nach hinten sind die Abspannung und damit mache ich den Ausleger stark. Vorhin, wo ich austeleskopiert habe, hat der Ausleger nach vorne gehangen. Durch die Abspannung, wie die da hinten heißt, ziehe ich den Ausleger in die entgegengesetzte Richtung und dadurch mache ich den stark. Und dadurch kriege ich dann auch diese Lasten bewegt, wie wir jetzt zum Beispiel in diese Höhe ziehen. Seine Lasten kann der Kran natürlich nicht bis in 125 Meter hinaufziehen. Abgezogen werden muss die Höhe der zu ziehenden Last, sowie die Höhe der Mastnase und der Befestigungseinrichtungen an der Spitze. Die im Prospekt angegebene Maximallast von 1200 Tonnen kann der LTM 11200 nur unter bestimmten Bedingungen bewältigen. Mit gewisser Zusatzausrüstung und bei einer maximalen Ausladung von drei Metern. In seinem jetzigen Rüstzustand mit der Gitterverlängerung kann Herkules maximal 53 Tonnen Last ziehen, dafür aber bis in die gewünschte Höhe von über 100 Metern. Das Ziehen großer Lasten ohne entsprechenden Gegenballast undenkbar. Und der muss stabil verankert sein. Auf der Straße bewegen wir das Gerät in der Fahrerkabine vorne. Um es zu fahren wird lediglich ein Lkw-Führerschein der Klasse 2 benötigt. Wenn man dann das Gerät starten würde, ist ein bisschen wie Mäusekino. Viele Knöpfe. Und viele Kontrollanzeigen, alle mit unterschiedlichen Bedeutungen. Da der Kran sich hochpumpen kann und wieder ablassen kann, hast du ein Niveau hoch und runter. Und dann hast du noch irgendwelche Sperren drin. Verschiedene Lenkprogramme, um diese Größe in verschiedenen Baustellen entweder gerade reinzufahren oder komplett seitlich versetzt reinzufahren. Oder die vordere Achse lenkt so rum und die hintere Achse lenkt so rum. Maximal darf das Fahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 75 km pro Stunde bewegt werden. Die farbliche Lackierung jedes Krans erfolgt auf Wunsch, je nach Geschmack des Kunden. Dieses bunte Fahrzeug geht zum Beispiel an einem Besteller aus Japan. Beim Unterwagen des LTM 11200 sind alle neun Achsen lenkbar. Fahrzeugführer Florian Stöhr demonstriert einige der computergestützten Fahr- und Lenkprogramme. Zu seinem Aufgabengebiet als Geräteprüfer gehört auch die Durchführung von Probefahrten. Das war zum Beispiel Kreisfahrt, engste Wenderadius. Wenn man auf der Baustelle einparkt oder sich positioniert zum Kranarbeit machen oder das versetztes Fahren, wenn es richtig eng wird, um einfach in eine enge Lücke zu kommen und dass der Kran optimal steht für seine Arbeit. Um seine Arbeit verrichten zu können, muss der Kran vor Ort noch entsprechend zusammengebaut werden. Im fahrbereiten Zustand fehlt ihm so einiges. Also hier fehlt jetzt der Teleskopausleger, da das Gerät so wie es jetzt gefahren wird pro Achse 12 Tonnen hat. Und das ist in Deutschland nur zugelassen, also schwerer darf er nicht sein. Bei dem kommt das Teleskop extra auf Baustelle, auf dem Motivlader, wird dann abgestützt auf Füße, dann fährt man mit dem Kran drunter und dann wurden die ganzen Bolzen verbolzt für die Wippzylinder und für das Teleskop. Und dann kann der Kran arbeiten. Zwar reicht ein Führerschein der Klasse 2, um das Gefährt auf der Straße bewegen zu dürfen, doch die Lkw-Fahrer sollten zusätzlich mit der Technik vertraut sein. Und genau wissen, welches Lenkprogramm für welche Situation am geeignetsten ist. Außerdem sollte er vor allem eines, Größenverhältnisse richtig abschätzen können. Das Fahrzeug ist drei Meter breit, vier Meter hoch, bei einer Gesamtlänge von 22 Metern. Auch bei diesem Krantyp kommt es auf die Maße an. Kurz vorgestellt, das ist der LR 13000, seines Zeichens der weltweit stärkste Raupenkran. Hier ist er zu Prüfzwecken komplett aufgebaut. Zum Kunden gelangt er dann in zahlreichen Einzelteilen. Wohlgemerkt, jedes einzelne Teil darf die zulässigen Gesamtgewichte und maximalen Abmessungen für den Transport nicht überschreiten. Im Klartext heißt das, dass jedes Teil auf eine maximale Breite von vier Metern, der Standardlänge für den Lkw-Transport und ein maximales Gewicht von 70 Tonnen pro einzelnen transportiertes Teil beschränkt sind. Diese Vorgaben einzuhalten ist die wahre Herausforderung für die Maschinenbauingenieure, die den LR 13000 konstruiert haben. Heraus kommt ein Mammutpuzzle. Die Anzahl seiner Einzelteile hängt allerdings vom zukünftigen Job ab, für den der Kran maßgeschneidert wurde. Doch so viel sei verraten, es können durchaus 250 einzelne Lkw-Ladungen zusammenkommen. Die Spezialität des riesigen Raupenbaggers? Das Heben extremer Stückgewichte. Der Kraftprotz schafft bis zu 3000 Tonnen an maximaler Traglast, mit denen er sich dank seiner panzerfahrzeugartigen Raupen auch auf der Baustelle fortbewegen kann. Bewegungsmöglichkeit und Höhe, in die er die Lasten ziehen kann, hängen auch bei ihm vom Rüstzustand ab. Im Maximalausbau kann er noch 60 Tonnen Last bis in eine Höhe von 245 Metern ziehen. Das macht ihn übrigens auch zum höchsten Kran der Welt. Die Kollegen dieses Giganten hier sind in aller Welt im Einsatz. Einer war beispielsweise in Dubai am Bau des weltgrößten Riesenrades beteiligt. In Mexiko und Pakistan ging es hingegen um den Aufbau von Raffinerien. Kein Wunder, Kraftwerksbau gehört zu seinen Spezialitäten. Im Gegensatz zum LR 13000, der sich mitsamt seiner Last auf seinen Raupen bewegen kann, arbeitet Teleskopkran Herkules zwingend statisch auf der Stelle. Wir erinnern uns, die maximale Achslast darf nicht überschritten werden. Mobil ist er nur dann, wenn alle Verlängerungen abgebaut sind und der Gegenballast entfernt ist. Hier in Geildorf hat Herkules Gegengewichte von insgesamt 200 Tonnen. Seine maximale Tragkraft beträgt rund 70 Tonnen. Es gibt eine grobe Faustformel. Ungefähr das doppelte Gewicht der zu ziehenden Last wird als Gegenballast benötigt. Ganz genau berechnet das allerdings der Computer. Jeder dieser starken Krane hält seinen Rekord in einer anderen Disziplin. Qualitäten, die ihn für ganz unterschiedliche Einsätze prädestinieren. Sie endlos wickelt die Winde das Stahlseil auf. Es hat eine Gesamtlänge von 185 Metern und ein Eigengewicht von 2120 Kilogramm. Um arbeiten zu können, verfügt Herkules über zwei derartige Stahlseile. Eines für die linke, eines für die rechte Teleskopabspannung. Kontrolliert, gesteuert, von den Profis in Bodennähe. Wir haben jetzt oben eine Spitze noch dran. Die Spitze ist 25 Meter lang. Und somit kommen wir jetzt auf eine Höhe von 113 Meter. Und dadurch ist das Gerät noch feinfühler zu fahren, weil es noch länger der Ausleger ist. Jeder Kranführer darf maximal zehn Stunden arbeiten. An dieser Baustelle ist extreme Konzentration gefragt. Daher gibt es für jeden dieser Krane drei Führer, die sich in Schichten abwechseln. Dabei klingt der Trick doch eigentlich ganz einfach. Ruhig schwenken. Ganz ruhig schwenken. Ganz ruhig den Ausleger bewegen. Weil ansonsten, jede hektische Bewegung bringt immer mehr Unruhe in die Last rein. Und die Lasten nachher oben im ruhigen Zustand an der Position zu bringen. Genau da oben. In 100 Meter Höhe. Schließlich ist es soweit. Perfekte Landung in luftiger Höhe. Hier zeigt sich, was echte Profis zu leisten vermögen. Maximal zwei weitere Ringe kann Herkules mit seiner fest verlängerten Spitze noch in die Höhe hieven. Danach kommt Kollege Turm-Drehkran zum Einsatz. Wie bereits bei den anderen drei Windmühlen-Türmen. In einem Vierteljahr soll der Windpark ans Netz gehen. Die Türme werden in wenigen Wochen fertiggestellt sein. Wir bauen was. Und das gefällt uns schon gut. Also ich bin seit Jugendjahren schon am Bauen interessiert. Habe auch vorher Zimmerer gelernt. Und dann eben mit dem Bauingenieurstudium noch mehr in das aktive Bauen eingestiegen. Und wir erschaffen. Wir erschaffen was. Und hier draußen sieht man ja schon, dass wir große Dinge bauen. Und das macht schon Spaß jeden Tag aufs Neue. Die Herausforderungen und sich fast zu überlegen, wie wir solche großen Teile bewegen. Und wie dann sowas groß entsteht. Das macht Spaß, ja. Und es klappt tatsächlich. Ein neuer Weltrekord ist geglückt. Der Ton ist fertig und den habe ich mitgebrochen. Wir machen manchmal knifflige Sachen, wo man am liebsten aussteigen würde und sich auch dahinter stellen würde, wie die alle zugucken. Die sind dann schon immer wieder faszinierend, was die da noch mehr schaffen. Es gibt schon Zeitdruck, weil schon die ersten Baustellen terminlich festgelegt sind. Ich wollte immer was bewegen und hier bewegt sich auf dieser Baustelle wirklich viel. Arbeit unter Hochdruck in Niedersachsen. Südöstlich von Hannover sind 4,5 Kilometer Gleis komplett gesperrt. Auf der Trasse zwischen Hasum und Hildesheim müssen die Gleise komplett umgebaut werden. Komplett Umbau bedeutet? Neben den Schienen werden auch die darunter liegenden Schwellen ausgetauscht. Dafür haben die Gleisbauer nur knapp zwei Wochen Zeit, denn dann sollen hier schon wieder Züge rollen. Gut, dass die Eisenbahner dafür eine riesige Arbeitsmaschine dabei haben. Einen Gleisschnell-Umbauzug vom Typ Zoom 315. Bauleiter Bart Galinski weiß, dass die Zeit trotzdem drängt. Stress ist immer, also gehört dazu, sag ich mal. Zeitdruck ist immer da. Wir wollen auch immer pünktlich in Betrieb gehen, deswegen müssen wir uns Gas geben, sodass wir quasi pünktlich in Betrieb gehen können und die Züge wieder fahren können. Was wir jetzt gerade waren, das Anlager, das macht die Maschine selber, wenn alle quasi auf sich aufpassen sollen. Das sind Knöpfe, die kann man drücken, wenn jemand gefährdet ist, kann man den Knopf einfach drücken und dann sollen alle quasi auf sich nehmen, was die jetzt gerade machen. Da sollte man besser nicht seine Finger dazwischen bekommen, denn der Portalkran wiegt 20 Tonnen und braust mit 20 Kilometern pro Stunde vorbei. Der Gleisbauzug führt Transportwagen für die Schwellen mit sich. Inklusive der Transportwagen kommt der Zoom 315 auf eine Gesamtlänge von knapp 500 Metern. 180 Schwellen führt jeder Wagen mit sich. Wir befinden uns jetzt gerade bei den Maschinenanfang. Ab hier bis zu hinten hat der Zoom ca. 120 Meter. Hier hinten hinter uns, da sind sogenannte SMPS-Wagen. Auf die Wagen liegen die Neuschwellen und hier werden auch die Altschwellen transportiert. Mit diesem Portalkran, der hinter uns jetzt gerade fährt. Unermüdlich bewegt sich das Ungetüm mit einer Geschwindigkeit von 350 Metern pro Stunde voran. Schaffen die Gleisbauer heute ihr Pensum? In Königsborn bei Magdeburg trifft Tradition auf Moderne. Seit den 1960er Jahren kamen Züge der DDR-Reichsbahn für Ausbesserungen hierher. Seit der Wende hält die Deutsche Bahn ihre modernsten Schienenfahrzeuge auf dem Gelände des ehemaligen VEB in Schuss. Einmal im Jahr kommt der Zoom 315 zur Winterwartung in die Bahnwerkstatt. 33 Mitarbeiter kümmern sich einen Monat lang allein um das 760 PS starke Kraftpaket. In der Werkstatt zerlegen die Männer den Zug in seine Einzelteile für gründliche Instandsetzungsmaßnahmen. Die Bauteile verschleißen schnell, denn der Zug ist das ganze Jahr über im Einsatz. Jedes einzelne Aggregat wird genau unter die Lupe genommen. Die Gleisbauer pflegen ihren Zug dabei selbst. Viele Macken fallen den Eisenbahnern schon draußen im Einsatz während der Arbeit mit der Maschine auf. Einmal im Jahr haben sie die Möglichkeit, ihr Arbeitsgerät in aller Ruhe auf Vordermann zu bringen. Das ist ein Hauptaggregat der Maschine. Damit werden die Schwellen ein kleines Stück rüber geschoben, um sie in der Maschine weiter zu transportieren. Die Schwellen kommen auf der Maschinen linken Seite bis zur Mitte gefahren und werden dann auf die rechte Seite rüber geschoben und werden dann weiter transportiert. Einmal ein bisschen auspendeln lassen. Jetzt ist Vorsicht geboten, denn das Aggregat könnte die umherstehenden Maschinen beschädigen. Das Teil wurde ausgebaut an seinem Arbeitsort und muss überarbeitet werden, ist verschlissen. Dann wird es revisioniert, Teile erneuert, geschweißt und danach kommt es wieder rein. Bauleiter Martin Heine weiß genau, was sein Gleisumbauzug alles aushalten muss. 94 Kilometer Gleise umgebaut und gleichzeitig auch Schienen gewechselt. Und auf diesen Grund, weil er halt auch mit dieser Leistung das Jahr gefahren ist, wird er jetzt hier in Königsborn Zentralwerkstatt der Bahnbaugruppe gewartet und repariert. Werden diverse Baugruppen ausgetauscht und halt weitere Reparatur und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Der Zoom 315, auch Büffel genannt, besticht vor allem durch seine Leistungsfähigkeit. Mit seiner Hilfe können 20 Menschen 2,5 Kilometer Gleise an einem Tag verlegen. Für denselben Job wurden früher etwa 100 Gleisbauarbeiter benötigt. Bob Schwertfeger kontrolliert die Fahrgeschwindigkeit des Gleisumbauzugs und bedient zudem den Aufnehmer, mit dem die Altschwellen aus dem Gleisbett gehoben werden. Also das ist eigentlich ganz einfach. Hier hat man den Fahrgeber, hier hat man die direkte Bremse, die praktisch nur die Maschine bremst. Ja, das ist die direkte Bremse. Fahrstopp lösen, das heißt, wenn jemand draußen einen blauen Fahrstopp gedrückt hat und den wieder rausgenommen hat, dann muss ich praktisch diesen Fahrstopp quittieren, damit die Maschine wieder weiterfährt. Dann habe ich hier den grünen Knopf. Das heißt, wenn ich in grün drücke, geht meine Anlage auf Start. Das ist eine halbautomatische Anlage. Das ist hier mein Aufnahmehaken, womit ich praktisch die Schwellen aus dem Altschotter hochreiße. So, dann geht das hier weiter. Dann habe ich hier die Schwellentransportbänder. Normalerweise laufen die alle automatisch. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwo mal eine Schwelle so halb runtergerutscht ist oder, oder sage ich mal, irgendwelche anderen Sachen passieren, dann gehe ich auf meine Anlage auf Stopp und dann bekomme ich Kommando von draußen. Das heißt, ich muss dann vielleicht einzelne Bänder bewegen. Das mache ich dann mit diesen Knöpfen hier bzw. mit diesen Button. Also angestrebt ist eigentlich, wir fahren immer so schnell, wie es geht. Aber so schnell, dass alle Gewerke hinterher kommen. Wenn die Kollegen nicht hinterher kommen, dann muss man halt ein bisschen langsamer fahren, damit die Kollegen das schaffen. Oder zum Beispiel, der Verleger kommt nicht schnell noch hinterher. Oder der Portalkrank kriegt die Schwellen nicht schnell noch rangefahren. Dann muss man halt auch ein bisschen langsamer fahren. Oder halt auch ein bisschen schneller, wenn es dann halt alles läuft. Bevor der Zoom 315 neue Schienen verlegen kann, muss er die alten Holzschwellen entfernen. Die nimmt er mit seinen mächtigen Armen auf, die an Büffelhörner erinnern. Daher hat er seinen Spitznamen. Büffel. Zuvor müssen noch letzte Schrauben entfernt werden. Also die Kollegen, die jetzt gerade hier sich befinden, die beide, die sagen wir quasi, wie sie jetzt gerade sehen. Die jede 20. Schraube an der Schwelle musste quasi gelassen werden, dafür, dass der Umbauzug nicht ausgleicht. Und jetzt die Kollegen, die beiden, die sich gerade befinden, die müssen diese Schrauben jetzt lösen, dafür, dass die Schwellen danach umgebaut werden. Dieses Schritt, das ist der quasi letzte nicht vollautomatisierte Schritt, der durch den Maschinenbediener quasi durchgeführt werden muss. Die Holzschwellen haben ausgedehnt. Die alten Schienen werden nach außen gedrückt, damit sich das Aufnehmeraggregat die Schwellen rausgreifen kann. Das Gerät wird hydraulisch betrieben. Die alten Schwellen werden ausgebaut, die werden auf dem Vorderband gelegt und mit dem Vorderband gehen die quasi nach oben. Pro Stunde werden so rund 400 Holzblöcke abtransportiert. Von da, wenn die mit dem Portalkran transportiert, zu den SMPS-Wagen, wird die quasi abgelehnt werden. Die Besatzung besteht aus 20 Mitarbeitern, die werden hier benötigt, um die Maschine zu bewachen. Aber eigentlich, die Arbeit als solche leistet die Maschine und die Leute sind hier, um die Maschine zu bewachen. Die Gleisbauer stehen über Funk miteinander in Kontakt. So kann der Aufnehmerfahrer die Maschine sofort stoppen, wenn es irgendwo hakt. In der Werkshalle von Königsborn bei Magdeburg können die Wartungsarbeiten wetterunabhängig geführt werden. Der Ausbau der Geräte läuft wie am Schnurchen. In der Mitte des Zuges wurde bereits das Aufnehmeraggregat demontiert. Markus Matzke und Chris Schmidt kümmern sich nun um die Kleinparäne. Das ist von diesem Aufnehmeraggregat, was die alten Stellen quasi ausbaut, ist das einer von der Arbeitsstellung. Also quasi das Aggregat muss man dann beim Arbeiten runterlassen und bei der Fahrt, beim Übersetzen wird das wieder hochgenommen, damit es nicht im Profil ist. Die beiden Gleisbauer entfernen einen Hydraulikzylinder, über den das Aggregat hoch und runter gefahren wird. Zuerst die Hydraulikanschlüsse kommen abgeschraubt. Dann werden die Schläuche blind gemacht und danach nehmen wir hier den Bolzen und schlagen wir raus, dass wir den Zylinder rausheben können. Der Aufnehmer gehört zu den am stärksten beanspruchten Bauteilen im Gleisbauzug. Eine Betonschwelle wiegt durchschnittlich 300 kg. Die inneren Bauteile da, die verschleißen ja auch so nach und nach. Und das muss dann halt jährlich überprüft werden, weil wenn uns das auf Baustelle passiert und der undicht ist, dann müssen wir es auf Baustelle machen. Und da wird es wesentlich schwieriger, den zu wechseln halt. Im Jahr hebt das Aggregat rund 155.000 Schwellen aus dem Gleisbett. Das geht auch an den Hydraulikzylindern nicht spurlos vorüber, die selbst äußerst massiv und schwer gebaut sind. So eine Büffelwartung ist deshalb nichts für Schwächlinge. Markus, ich bring mir meine Hydraulik her. In den Seitenschiffen der Werkhalle befinden sich kleine Werkstatträume, in denen Einzelteile repariert oder neu angefertigt werden. Hannes Bröse arbeitet in der Hydraulikwerkstatt und bringt die ausgebauten Zylinder wieder auf vorne. So, dann haben wir einen doppelten Hydraulikzylinder, er arbeitet auf beiden Seiten, hat zwei Kammern, zwei Kalbenstangen und ist halt dafür da, dass wenn man mehrere Sachen hat, also von der einen Seite was bewegen will, von der anderen Seite was bewegen will. Ein- und ausfahren. Sämtliche Aggregate im Zoom 315 werden hydraulisch betrieben. Für Hannes Bröse gehört die Reparatur von Zylindern daher zum Arbeitsalltag. Am Anfang muss man erstmal kontrollieren, dass noch Öl drauf ist, dass man irgendwo eine Ölwanne oder irgendwas drunter hat, um das Öl abzulassen. Zunächst muss Bröse an die Kolbenstange kommen, die sich im Inneren des Zylinders befindet. Gar nicht so leicht, nachdem das Gerät ein Jahr lang draußen im Einsatz war. Die Zylinder haben alle so ihren Verschloss. Der gelernte Mechatroniker weiß, wo bei den Kolben meistens der Schuh drückt. Also im Prinzip tauscht man jetzt nur die Dichtung und überprüft die Kolbenstange jeweils auf Risse oder Einrisse. Die wollen wir dann austauschen, da haben wir Tauschsätze für. Und dann hat man hier drinnen, wie man jetzt hier sieht, nochmal hier diese Ohrringdichtung. Und hier, ja. Wo er dann an der Fläche abdichtet und innen drinnen natürlich an der Kolbenstange, das wäre dann diese Dichtung. Nun muss Bröse noch die Kolbenstange vom Gelenkkopf trennen. Doch der ist widerspenstig, denn das Gewinde ist festgegammelt. Der muskulöse Hydrauliker greift nun zu rabiateren Methoden. Ja, jetzt muss ich ein bisschen warm machen, damit der Kleber, der sich an der Verschraubung ist, löst und man den abbricht, den Flansch. Der Gelenkkopf muss ab, denn darunter befinden sich die Dichtpakete, die der Mechatroniker tauschen muss. Es hilft nichts. Der Kolben wehrt sich mit Erfolg. Hannes Bröse weckt die Optionen ab. Jetzt setzen wir nochmal die Variante, dass wir den nochmal abkühlen lassen und dann das Gleiche nochmal machen. Oder dann wäre noch die Lösung, wenn die Kolbenstange an sich, kleine Riefen oder irgendwas aufweist, dass man dann den Kopf im Prinzip auftrennt von beiden Seiten, um im Prinzip eins von beiden zu retten, die Kolbenstange oder halt den Gabelkopf. In Niedersachsen bringt der Portalkran emsig nagelneue Stahlbetonschwellen heran. Sie fixieren die Schiene und verteilen die Belastung in den Unterbau. Zuvor hat der Büffel schon das Planum für die Neuschwellen gefräst. Die Neuschwellen werden mit dem Kran auch aufgenommen, auf dem Stapel, werden die auf die Vorderwand gelegt und dann werden die quasi mit der Maschine, also um 180 Grad gedreht, dann werden die durch die ganze Maschine transportiert. Und dann werden die wieder 90 Grad gedreht, sodass sie quasi parallel zum Gleis sind und dann werden die angebaut. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem Mammut, kann der Büffel zwei Schwellen zugleich einbauen. Dabei arbeitet er sehr präzise. Aber auch bei Gleisumbauzügen gilt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Zwischen Mitte von jeder Schwellen muss ein Abstand eingehalten werden von 60 Zentimeter. Und das gufft jetzt gerade der Kollege mit diesem Messmutter. Und wenn der Kollege feststellt, dass der Schwellenabstand nicht eingehalten ist, dann müssen die Schwellen von Hand eingerichtet werden. Also dann bricht der Brechstange, wird die Maschine ganz kurz gehalten, sodass er Zeit hat, die Schwellen einzurichten und dann wird quasi weitergearbeitet. Der Büffel erleichtert die Arbeit für die Gleisbauer enorm. Die Bahn klagt trotzdem über Nachwuchsprobleme. Am fehlenden Teamwork liegt das sicher nicht. Eher daran, dass der Job äußerst anstrengend ist. Bart Galinski ist sich sicher, die richtige Berufswahl getroffen zu haben. Ich war als Kind, ich wollte immer was bewegen und hier bewegt sich auf dieser Baustelle wirklich viel. Deswegen habe ich jetzt meinen beruflichen Traum auch erfüllt. Bei der Winterwartung wird der Zug in Königsborn auf Herz und Nieren geprüft. Einmal im Jahr schauen sich die Mitarbeiter der Bahnbaugruppe vor allem Hydraulik, Motoren und Bremsen ganz genau an, damit der Büffel möglichst lange durchhält. Immerhin kostet so ein Ungetüm einen zweistelligen Millionenbetrag. Dieser und noch ein weiterer Zoom 315 sind die größten Maschinen der Deutschen Bahn und seit 2010 unablässig im Einsatz. Philipp Hedenius arbeitet bei der Bahnbaugruppe und kümmert sich dabei um die Feinarbeit. Der Mechaniker misst das Profil der Radsätze. Die Werte geben mir so viel Ausschluss, dass das Profil in Ordnung ist. Wir sind in den Toleranzwerten. Die Werte sind aber, also es gibt vorgeschriebene Werte. Ich mache das mittlerweile schon seit drei Jahren. Ich messe die ganzen Radsätze von unserem Fahrzeug in der Bahnbaugruppe. Die Grenzwerte verinnern sich und dann sieht man auf den ersten Blick, ob die Werte in Ordnung sind oder ob hier gegebenenfalls eine Reprofilierung der Lauffläche notwendig ist. Das Profil ist soweit in Ordnung. Fertig ist Hedenius aber erst in etwa vier Stunden. Immerhin muss er 24 Radsätze sorgfältig checken. Zum Profil müssen wir auch noch das Stichmaß prüfen bei unseren Radsätzen. Dazu haben wir unsere Stichmaßlehre, die wir zwischen den Rädern ansetzen und im belasteten Zustand, also immer den untersten Punkt vom Rad, messen wir das AR-Maß. Draußen wird Martin Heine den Rahmen des Aufnehmers begutachten, der bereits komplett auseinandergenommen ist. Der Bauleiter hat Erfahrung und weiß, an welchen Stellen es regelmäßig zwickt. Also wir befinden uns jetzt hier in der Wäsche, die zur Zentralwerkstatt von Königsborn gehört, wo man dann halt kleine Maschinenteile oder komplette Maschinen oder auch größere Baugruppen halt reinigt, bevor sie weiter aufgearbeitet werden. Oder auf Sichtprüfung dann auf Risse und so weiter kontrolliert werden. Da achtet der Kollege dann hauptsächlich in den Rahmen, Ecken, Rahmenverbindungen, Trägerverbindungen, Schweißnähte allgemein, Lagersitze, ob dort sich Risse befinden oder auch Farbabplatzungen, die auf Risse hindeuten, zu sehen sind, was dann nochmal nachgearbeitet wird und notfalls geschweißt wird, um dann wieder komplettiert zu werden. Heine barkt ein erstes Fazit. Wenn es dann hier gerissen ist an den Stellen. Ja, ungewaschen, sage ich mal, sehe ich jetzt erstmal nichts. Wie gesagt, da ist ein Schwachpunkt, aber das sieht man halt wirklich nur, wenn er richtig gereinigt ist und dann vielleicht sogar noch beschliffen werden muss, dann sollte man das schon sehen. Drennen in der Werkstatt wird derweil der Zug weiter auseinandergenommen. In knapp einer Woche sollen die ersten großen Teile schon wieder eingebaut werden. Nachschub für Mechaniker Hannes Pröse, der sich um den nächsten Hydraulikzylinder kümmert. Dieser Kolben ist in Ordnung, nur die Dichtungen müssen erneuert werden. Der Hydrauliker braucht dafür ruhige Hände, denn es ist eine wahre Fummel. Ja, es ist schon eine Übungssache. Also wie gesagt, desto kleiner die Zylinder werden, desto knubbliger werden die Dichtungen und dann brauchen wir schon doch ein bisschen Fingerfertigkeit zu viel. Und manchmal auch Geduld. Und schon ist das erste fertig. Hannes Pröse arbeitet in der Zentralwerkstatt ausschließlich mit Großgeräten. Der Mechaniker kümmert sich dabei selten um die ganz großen Bauteile des Büffels. Trotzdem bringt der gigantische Arbeitszug den Mechatroniker immer noch zum Staunen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie groß so eine Maschine ist und wie viele kleine, wie viele ich in so einer Maschine doch haben kann. Aber dafür sind wir ja da. Also man wächst mit den Maschinen. Und fertig. Der Zylinder kann wieder eingebaut werden. Faust. Also als nächstes wäre jetzt der Schritt dran, dass man den Zylinder nochmal auf Funktionen überprüft, um zu gucken, ob er überall dicht ist an die ganzen Windstoppen. Und wenn das alles gegeben ist, wird wieder das Aggregat abgeklemmt und man macht die Schläuche ab, lässt den Zylinder nochmal leerlaufen, damit sich die Kollegen nicht einsauen und dann kann er wieder eingebaut werden. Das Schienennetz der Deutschen Bahn umfasst 35.000 Kilometer. Rumtrödeln können die Eisenbahner deshalb nicht. Es gibt schon Zeitdruck, weil schon die ersten Baustellen terminlich festgelegt sind. Also wir haben dann schon im März und April die ersten Baustellentermine. Und da muss natürlich die Maschine einsatzbereit sein. Die wird nochmal auf einer Probebaustelle erprobt und eingestellt. Und sollte dann aber irgendwann Ende März einsatzbereit sein, um die vertraglich festgelegten Baustellen abzuarbeiten. Eine dieser vertraglich festgelegten Baustellen befindet sich in Niedersachsen. Bei Hildesheim geht ein Team von Schraubensammlern dem Gleisbauzug voran. Die ausgedienten Schienen müssen von den Altschwellen getrennt werden, damit der Büffel beides wechseln kann. Der Job ist mühsam, gerade bei eisigem Novemberwetter. Gleisbauer müssen in jeder Jahreszeit ran. Der Büffel macht fast alles automatisch, doch diesen Arbeitsschritt kann er noch nicht übertragen. Die Schrauben ziehen wir leider nicht mehr. Da wird es viel zu viel Schrauben. Also wenn man überlegt, wenn man ein paar Kilometer Umbau macht, hast du ja keine Nerven mehr zum Zählen. Nach viereinhalb Kilometer Schrauben ziehen dürfte dann auch der Rücken schmerzen. Die Männer legen alle Kleineisenteile in die Mitte des Gleisbettes. Abgeholt wird der Metallschrott von einem weiteren Spezialzug, dem Kleineisensammelwagen KSW 311. Wir haben jetzt 4,5 Kilometer Umbau und Schienenteilung ist jetzt 60 Zentimeter. Das ergibt 7.500 Schwellen und pro Schwell haben wir vier Schrauben. Das heißt, müssen auf dieser Baustelle fast 30.000 Schrauben gelieft werden. Alles, was quasi ausgebaut würde, das was quasi aus Metall ist, wird in der Mitte gelegt und der Sammler sammelt das alles. Jährlich baut die Bahn rund 1.000 Tonnen Kleineisen aus. Der Metallschrott wird sauber recycelt. Die Gleisabnutzung ist auf diesem Streckenabschnitt nicht so hoch wie auf Hauptverkehrsstrecken der Bahn. Gewechselt werden müssen die Gleise dennoch nach spätestens 60 Jahren. Genau, also jede Strecke hat so eine bestimmte Liegedauer. Diese Liegedauer hier auf diese Strecke wurde schon erreicht und deswegen ist es für die Bahn wirtschaftlicher, jetzt die komplette Strecke umzubauen, als dann an vorne einer Strecke so eine kleine Instanthaltungmaßnahmen durchzuführen. Deswegen wurde die komplette Strecke umgebaut nach fast 50 Jahren eigentlich. Wie man schon sieht, diese Schiene, die wurde schon ein bisschen abgenutzt. Also das hält sich noch alles im Rahmen, also die alle technischen Parameter würden eingehalten. Trotzdem sieht man schon, dass diese Schiene ein bisschen abgenutzt ist, deswegen sollte die auch getauscht werden. In Königsborn in Sachsen-Anhalt läuft bei der Winterwartung bislang alles nach Plan. Die ersten Bauteile werden bereits wieder eingebaut. Das wird doch Zeit. Denn in zwei Wochen muss der Zoom 315 wieder einsatzbereit sein. Dann geht es schon wieder auf die Schiene. Währenddessen wird der Büffel erst einmal wieder hübsch gemacht. Marcel Grünwald und seine zwei Kollegen benötigen zehn Tage, um den Zug vom Dreck eines ganzen Jahres zu befangen. Die Fahrzeugreiniger bringen normalerweise Personenzüge auf Vordermann. Die Arbeit am Büffel ist für sie jedes Mal eine ganz besondere Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Meine Aufgabe ist quasi jetzt hier den ganzen Dreck abzusaugen und die ganzen Steine rauszusortieren, damit die Baumaschine wieder flüssiger läuft. Also sauberer wird wieder. Quasi den ganzen Dreck von vorne im Jahr saugen wir jetzt hier ab. Fegen alles zusammen. Sogen die ganzen Steine raus, damit hier nichts noch ein paar verkeilt. Und dann, ja, ist er wieder sauber. Staubfrei. Leider ist es mit ein bisschen Staubsaugen nicht getan. Ist schon eine sehr mühsame Arbeit. Also das ist auf jeden Fall ziemlich anstrengend, weil manche Sachen, die hängen auch richtig hier in den Rillen alles eng fest. Du musst sie ja auch zwischen krabbeln und hoch und runter. Es ist schon ganz vieler Knochengriff. Sand, Schotter, Steine. Grünwald hat an seinem Job mit unterschiedlichen Arten von Dreck zu tun. Eine Sorte mag er überhaupt nicht. Naja, der nasse Dreck quasi noch, wo einfach ein bisschen feucht ist, der ganze Schlamm und alles. Das ist halt eben, muss man halt wirklich ziemlich dolle bohren und rauskratzen. Hatten wir erst dann da oben gehabt. Da war noch alles feucht gewesen. Da haben wir dann da mit der Hände und mit Spachtel und Schraubenzieher alles rausgekratzt. So gut wie es ging. Und jetzt müssen wir halt abtrocknen lassen, damit wir es dann morgen oder so absaugen können nochmal. Es ist auf jeden Fall eine schöne Arbeit, sag ich mal. Man weiß wenigstens, was man tut. Und ja, also mir macht es persönlich Spaß. Während die Kollegen schrauben und hämmern, wird weiter vorne Dreck ganz anderer Art bekämpft. Lutz Klautsch wechselt die Rußpartikelfilter für den Dieselmotor. Diese Beschichtung, die lässt dann nach und dadurch wird diese Rußabrenntemperatur, dass der Ruß abbrennen kann, diese Temperatur wird dann nicht mehr erreicht, wenn die Beschichtung beschädigt ist. Und die würden viel zu schnell zugehen und zu hohen Abgasgegendruck erzeugen und der Motor kann dann nicht mehr richtig seine volle Leistung kriegen. Alle 10-12.000 Stunden müssen die Filterkassetten getauscht werden. Besser geht das zu zweit, denn eine Kassette wiegt um die 20 Kilo. Darin sind Dichtmatten wabenartig verbaut, die sich ausdehnen können und so bei jeder Temperatur eine rußundurchlässige Fläche bilden. Man kann immer einen rumdrehen. Der Eintritt sieht von der Sache her genauso aus. Das der Abgas eintritt. Es ist immer so, dass hier, wo ein Kanal geschlossen ist, der ist auf der anderen Seite offen und umgekehrt. Und dieses Abgas, das tritt in diese Öffnung ein und geht dann seitlich durch diese Wandung, das ist ein poröses Keramikmaterial, geht das seitlich durch. Und diese Länge stellt dann auch diese Filterfläche dar. Es ist nicht so wie beim normalen Filter, dass das hier dieser Filter ist, sondern dass das Abgas hier reingeht und dann seitlich durch das Material das Abgas und da dann auch der Ruß zurückgehalten wird. Die nächsten 3000 Stunden arbeiten die Filter wieder wie gewünscht. Dann wird eine gründliche Reinigung verliegt. Der Büffel ist eine Sondermaschine und wird nicht in Serie gefärbt. Beschädigungen, die erst in der Werkstatt auffallen, können daher lange Verzögerungen nach sich ziehen. Philipp Hedenius versucht trotzdem immer, perfekt vorbereitet zu sein. Wir haben für die Maschinen Ersatzteckkataloge, wir haben auch Fristenpläne, die im Vorfeld über einen längeren Zeitraum, also die Maschinen müssen sechs Wochen vorher, bevor sie zur Instandhaltung kommen, eine Vormeldung abgeben. Mit benötigten Ersatzteilen, was sind dann Defekte da, was müssen wir an Ersatzteilen vorhalten. Und das wird dann im Vorfeld über Arbeitsvorbereiter, Instandhaltungsplaner abgewickelt, in Zusammenarbeit mit der Werkstatt, mit dem zuständigen Meister dann hier vor Ort. Um die logistische Planung dann, um einen reibungslosen Ablauf dann zu gewährleisten. Die Neuschwellen werden über ein Förderband auf dem Zugdach transportiert. Bauleiter Martin Heine begutachtet den Fortschritt der Reparatur in 4,80 Meter Höhe. Also wir befinden uns hier im Bereich der Neuschwellenförderanlage und der Schotterförderanlage, wo weitere Instandsetzungsarbeiten stattfinden. Besondere halt, sage ich mal, ist das Förderband der Schotteranlage, was sehr aufwendig aufgearbeitet werden muss. Also die Lauffähigkeit der sogenannten Tragrollen in Schotterbändern, in Schottertransportbändern wird durch eine Sichtprüfung und einfach ein Probieren der Lauffähigkeit nachgewiesen. Die Kollegen drehen dann einfach die Rolle, gucken nach dem Spiel vom Lager und sollte sich die Rolle schwer drehen oder gar nicht mehr drehen oder halt, man merkt, dass das Lager kaputt ist, defekt ist, wird die Rolle ausgebaut und es kommt eine neue Rolle. Eisenbahner brauchen handwerkliches Geschick, um ein Ersatzteil auch mal schnell selbst herzustellen. Maschinist Bob Schwertfeger fertigt neue Buchsen für das Aufnehmeraggregat an. So, ich schruppe jetzt praktisch die Buchsen vor, bringe die grob auf Maß, dann spanne ich um und drehe die praktisch fertig. Die Buchsen werden im Aufnehmer verbaut und dienen als Gleitlager für die Wellen im Gereck. Im ersten Arbeitsgang bereitet Schwertfeger die Lagerungen für den späteren Feinschliff vor. Im Vergleich zum grobmotorischen Schwellenwechsel ist diese Aufgabe wesentlich feiner. Das ist Millimeter. Und nachher beim Fertigdrehen geht es ja noch um Hundertstel. Die Drehbank ist nur einer von vielen Arbeitsorten für Bob Schwertfeger. Hobeln, fräsen oder bohren muss der Maschinist ebenso können. Diese Fertigkeiten hat sich Schwertfeger während der Tätigkeit als Gleisbauer angeeignet. Schludern darf er nicht. Das Maß für die Buchsen ist exakt vorgegeben. Dieses Maß hier drin muss original 60 sein und jetzt haben wir 61 bis 62 Millimeter. Das hat also praktisch ein Spiel von einem bis zwei Millimeter. Und dadurch klappert das ganze Aggregat. Und dadurch werden die regelmäßig getauscht, einmal im Jahr. Gleich sechs Buchsen fertigt Schwertfeger auf einmal. Eintönig findet der Maschinist einen Job aber nicht. Der ist garantiert nicht monoton, weil man da wechselnde Teile hat. Das fängt ja an beim Ausbauen, das geht weiter beim Sauermachen, geht weiter beim Ausmessen, geht weiter beim Teile zuschneiden, Teile anfertigen, Teile einbauen, Teile zusammenbauen. Ja, also das ist schon ziemlich abwechslungsreich und interessant. Bei Hildesheim wird ein Zwei-Wege-Bagger eingegleist. Die Maschine kann auf Straßen und auf Schienen fahren und kümmert sich um das Feintuning der neuen Schienen. Die Tragelemente wurden in 120 Meter langen Abschnitten angeliefert. Die 157 PS des Baggers werden benötigt, denn jede Schiene wiegt 60 Kilogramm pro laufendem Meter. Präzision ist auch beim Handling der Stahlbauteile wichtig. Wir haben die im Vorfeld abgeladen. Bei den Abladungen könnte dazu kommen, dass die um ein paar Zentimeter versetzt werden müssen. Und deswegen werden die Schienen mit Zwei-Wege-Bagger jetzt angepasst. Die Schienen werden miteinander gelascht. Diese Lücke zwischen beiden Schienen darf auch nie so riesengroß sein. Die eine Lasche hat ungefähr 60 Zentimeter. Deswegen, diese Lücke zwischen beiden Schienen darf jetzt nicht größer sein als 20, 40 Zentimeter so ungefähr. Weil sonst halbt die Lasche die Schienen nicht zusammen. Dabei handelt es sich nur um eine provisorische Befestigung. Wenn der Büffel seine Arbeit erledigt hat, werden die Schienen miteinander verschweißt. Das Provisorium muss stabil sein, denn die Konstruktion muss die 450 Tonnen Gewicht des Gleisbauzugs tragen. Damit der Büffel die neuen Schienen verlegen kann, legt er zunächst die alten Schienen am Gleisrand ab. Mit einer Rolle führt der Büffel die ausgediente Schiene nach außen und gleichzeitig das Wechselteil nach innen. Hier eigentlich, ich würde da hingehen und das ist diese Stelle, genau. So. So, und an dieser Stelle, das ist die alte Schiene, das ist die neue Schiene. Und an dieser Stelle, wenn die quasi oberfaltet mit diesen Rollen, also heißt die alte Schiene, die drinnen war, die kommt quasi raus und wird bei der Maschine vorbeigeführt. Und die neue Schiene wird oberfaltet und wird da an dieser Stelle an neue Schwellen angewiesen. Die Spurweite muss später noch einmal von Menschenhand kontrolliert werden. Denn die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung schreibt einen maximalen Toleranzbereich von 40 Millimetern vor. Der hintere Teil des Zuges fährt schon auf den neuen Schienen. Die kreuzen sich und dann die alte Schiene ist draußen, sodass sie quasi bereit ist, um die zu verkleiden und dann zu entsorgen. Und die neue Schiene ist schon dann aufgestrahlt. Der Büffel gehört schon zur dritten Generation von Gleisumbauzügen. Von 30 Jahren gab es schon Umbauzüge, aber die waren auch wie so weit automatisiert wie heutzutage. Eigentlich die Entwicklungsrichtung geht noch weiter. Also dann sollen quasi, glaube ich, die Umbauzüge der Zukunft nochmal automatisiert werden. Sondern dass da noch wenige Leute benötigt werden, um diese Maschine zu bewachen, kontrollieren und auch steuern. Als letztes schüttet der Büffel das Gleis wieder mit neuem Schotter zu, dem ein Teil des alten Schotters beigemischt wird. Das Gestein macht das Gleisbett elastisch und nimmt Kräfte aus dem Gleis auf. Das Gleis ist damit fast fern. Hier sieht man quasi diese Befestungsmittel, die sind noch los. Also die Klamen sind noch nicht verspannt. Da kommt jetzt hinterher so eine Montagekolonne. Die Schraube wird quasi gelöst. Diese Spannklammer wird quasi an Schiene herangesetzt. Und dann wird diese Klammer wieder festgemacht, sodass quasi die Schiene wirklich mit Schwelle verbunden ist. Danach kommt eine Stoffmaschine und die Stoffmaschine wird quasi den Schotter verdichten. Und danach werden noch die Schienen geschweißt und wird hier ein Spannungsausgleich gemacht. Ein Spannungsausgleich ist notwendig, weil sich die Schienen im Sommer ausdehnen. Die Stahlbetonschwellen nehmen weitere Spannungen auf und leiten sie in den Untergrund. Das passiert hier erst in anderthalb Wochen. Heute haben die Gleisbauer ihr Soll erstmal erfüllt. Der Zoom 315 ist so lang, dass die 50 Jahre alte Werkshalle in Königsborn mit 90 Metern zu kurz für den gigantischen Umbauzug ist. Knapp 20 Meter des Büffels stehen deshalb außerhalb der Werkstatt. Seine Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde erreicht der Büffel nur, wenn er gerade nicht arbeitet. Für seine Größe und Komplexität ist der Wartungsaufwand relativ überschaubar. Gleisbauer Chris Schmidt kümmert sich um ein Gerät, das besonders viel aushalten muss und deshalb regelmäßig gründlich gewartet wird. Es geht um die Schrapperkette von der Maschine, also die macht den Schotteraushub. Und da werden die Zähne von der Kette festgeschweißt, dass sie nicht rausrutschen, wie auch immer, dass sie halt befestigt sind. Und die werden halt festgeschweißt, jedenfalls der Ring hinten, dass sie nicht rausrutschen können während des Arbeitens. Die Zähne graben sich durch das Schotterbett und nehmen die Steine auf. Die alten Steine sind abgerundet, weshalb sie nicht mehr verkannten und somit schlechter zusammenhalten. Schmidt und seine Kollegen tauschen pro Jahr mehr als 300.000 Tonnen Schotter aus. Kein Wunder, dass die Kette das nicht ewig mitmacht. Kommt immer auf den Zustand auf der Kette an und wie viel Kilometer wir gemacht haben zum Jahr von der Leistung her, wie viel der Verschleiß halt ist. Danach richtet sich das alles. Die Schwachstelle der Kette sind die Zähne. Stumpf und abgerundet oder vielleicht auch welche abgebrochen oder so, kann alles möglich sein. Die Kette ist eine Neuanfertigung. Dieses Mal war der Verschleiß eben ein bisschen höher. Mit der Kette, die bleibt erstmal so in den Gliedern, in den Gliederabständen so drin. Und dann werden sie später halt zusammengesetzt und den Kettenkasten eingeführt und hochgezogen. Dass sie dann später arbeitsbereit sind, wenn es dann darauf ankommt. Chris Schmidt ist an dieser Stelle erstmal fertig. Die Kette wartet auf ihren Einbau in die Maschine. Angehende Gleisbauer machen zunächst eine zweijährige Ausbildung zum Tiefbau-Facharbeiter, bevor sie ein Jahr lang ihre Kenntnisse im Gleisbau vertiefen. Die Männer kennen die Geräte, mit denen sie arbeiten, ganz genau und wissen, an welchen Stellen Probleme auftreten. Die Reparatur der entsprechenden Teile übernehmen sie daher selbst. Auch Bauleiter Martin Heine fasst mit an. Herr Kollege Rumpel, komm, wir setzen mal den Puffer an. Letzter Feinschliff an einem Gerät, das schon wieder für den Einbau bereitsteht. Das Maschinenteil wurde umfassend aufgearbeitet. Wir befinden uns hier an einem der Hauptaggregate. Das heißt, das ist der Aufnehmer. Der bekommt jetzt den zweiten Öldruckdämpfer eingebaut. Das komplette Aggregat? Den hier ja, okay. Wurde vorher noch mal hydraulisch überholt. Der Rahmen auf Risse kontrolliert. Des Weiteren, nachdem Risse gefunden wurden, wurde er geschweißt. Farbgebung. Und dann wieder zusammengebaut. Ausgebuchst. Ausgebuchst, das heißt, er hat neue Buchsen bekommen. Die hier in der Dreherei gefärbt wurden. Und neue Säulen. Ja, das sind die Säulen, die neu sind, die beiden. Und hier hinter der Halbschale befinden sich die Buchsen. Einmal hier hinter, einmal da hinter. Fest? Gut. Am Zugende können die Gleisbauer ein großes Bauteil schon wieder einbauen. Einen Hubtisch. Ich glaube, der hat sich vorhin ein bisschen entlöst. Mal gucken, ob er gerade hin. Die Männer haben auf diesen Moment hingearbeitet. Nicht nur für Bauleiter Martin Heine ist dieser Augenblick aufregend. Denn die Frage ist, wird das Teil passen? Ja, ist schon wichtig, dass das passt. Weil man sonst die Arbeit ja doppelt macht. Und wie gesagt, es wird zwar nochmal ausprobiert. Auch unter Baustellenbedingungen, sage ich mal. Aber es ist schon wichtig. Und auch immer für die Kollegen dann ein schönes Erlebnis, wenn es halt gleich passt. Wenn du halt oben bist mit dem Teil, ist ja mit unser größtes Baugruppenteil. Und das passt, ist dann schon ein Erfolgserlebnis. Zuerst müssen die Gleisbauer das Bauteil sicher nach oben bekommen. Ja, es gehört schon dazu, dass das Teil sicher hängt. Und in dem Fall auch gerade hängt. Umso einfacher ist dann der Anbau. Und vor allen Dingen, dass es nirgendwo gegenschlägt und vielleicht noch gleich Schaden verursacht. Auf dem Zugdach geht die Arbeit erst richtig los. Beim Wiedereinbau ist noch viel mehr Fingerspitzengefühl notwendig. Also nachdem der sogenannte Einziehhaken dann unten erst mal komplett montiert ist. In dem Fall hat er neue Säulen bekommen, Führungssäulen und wieder neue Buchsen. Wird er dann da oben in Position gebracht, wird dann in die Aufnahmebuchsen reingeführt. Und dann manuell über Mechanik, Ruckzugs, Ketten und mit Hilfe des Kranes weiter in diese Buchsen eingeführt. Bis er dann komplett geführt ist. Jetzt ist er in der Position, die wir nennen, komplett ausgefahren. Das heißt, der Hydraulik-Sünder wird jetzt dann irgendwann montiert, wird dann angeschlossen. Und dann kann man den Rest des Hakens über die Hydraulik bewegen und einfahren komplett. Mit Gewalt sollten Chris Schmidt und seine Kollegen es lieber nicht versuchen, sondern mit Köpfchen. Ich denke mal eher, das ist ein bisschen mehr Konzentration als körperliche Anstrengung. Dazu kommt da oben natürlich eine gewisse Temperatur. Aber das Hingerspitzengefühl da bei der ganzen Sache ist dann schon ausstattgebend. Man muss natürlich gucken können, ein bisschen das Gefühl haben für die Waage. Das heißt, steht das Ding gerade, hängt das Ding gerade. Da sollte man schon ein gewisses Gefühl für haben. Martin Heine vertraut seinen Leuten. Ich denke mal, die drei haben so viel Erfahrung und haben das Ding schon so oft auseinander zusammengebaut, dass sie das, sag ich mal, gut gemacht haben. Das passt alles, das Ding ist drin. Wenn der nicht gepasst hätte, dann hätten wir ihn gar nicht eingeführt bekommen. Von daher, alles gut. Nicht nur dieses Bauteil ist wieder da, wo es hingehört. Wir liegen im Plan. Wir sind so weit, dass wir die aufgearbeitenden Komponenten wieder montieren in der Maschine. So, dass sie dann für die weitere Instandhaltung über nächstes Wochenende umgesetzt werden kann. Philipp Hidenius arbeitet fest in der Bahnwerkstatt und repariert und wartet auch andere der mehr als 100 Bauzüge der Bahn. Der Büffel ist nur einmal im Jahr da. Das ist schon was Besonderes. Es gibt so Momente, da hat man so Gänsehautmomente. Wenn man weiß, man hat die Maschine in den Stand gesetzt, hat auch daran gearbeitet und sieht sie dann draußen, wie sie arbeitet. Und kann dort die Leistung abrufen, die sie dann auch fordert. Das ist dann schon irgendwo, ja, da führt einen dann auch so ein bisschen mit Glück, ja. So, dass man sich auch freut, dass das so alles funktioniert. Bis es so weit ist, dauert es noch etwa zwei Wochen. Dann ist dieser Büffel wieder frei und wird zurück auf die Schiene gelassen. In stoischer Ruhe bewegt sich das Arbeitstier dann wieder durch das Land, um Schwellen, Schotter und Schienen zu verlegen, damit die Züge sicher und schnell an ihr Ziel kommen. Wir haben das Ding zusammengefügt auf 10 Zentimeter, mit zwei Zentimeter Luft nach oben und unten. Wenn der eine Fehler macht, hat das Menschenlebenkosten und die Schäden extrem hochzahlen. Es gibt schon Zeitdruck, weil schon die ersten Baustellen terminlich festgelegt sind. Nur nach Gefühl geht das. Und den Rest machen wir mit Kraft und Richtung. Das ist ja, finde ich, Faszination pur, wie so eine große Maschine einfach funktionieren kann. In der Lausitz wird seit dem 19. Jahrhundert Braunkohle abgebaut. Der Tagebau Jens Schwalde ist noch recht jung. Seit 1971 wird dort der fossile Brennstoff gefördert. Ganze Dörfer mussten bei Jens Schwalde der unstillbaren Gier nach dem Energieträger weichen. Geschlafen wird im Tagebau nie, denn die gefräßigen Kraftwerke in der Region müssen permanent gefüttert werden. Über eine gigantische Förderbrücke wird die Kohle abtransportiert. Majestätisch erhebt sie sich über dem bis zu 95 Meter tiefen Loch, das die Kohlebagger gegraben haben. Das Grundprinzip ist seit Jahrzehnten dasselbe geblieben. Riesige Eimerkettenbagger buddeln aus der brandenburgischen Erde die Kohle heraus. Bei dem größten Bagger im Tagebau Jens Schwalde, dem ES 3750, wird heute die Eimerkette gewechselt, mit der die Kohle abgetragen wird. Das muss etwa alle neun Monate erledigt werden. Routiniert bereiten die Mitarbeiter der Tagebauwerkstatt dafür alles vor. Später wird die neue Kette Stück für Stück auf die Eimerleiter aufgezogen. David Schlodder beaufsichtigt die Arbeiten. Also wir wechseln jetzt die Eimerkettenbolzen, die guten, und stecken jetzt diese Hilfsbolzen, die wir unten sehen. Die werden später getauscht vom Kehatz und dann ziehen wir die Kette auf. Kehatz sind spezielle Arbeitszüge, auf denen der Kettenwechsel durchgeführt wird. Da kommt auch schon der erste und bringt etwa 40 Meter der neuen Eimerkette. Drei weitere Kehatz werden folgen, denn der Wechsel geht nicht auf einen Schlag. An vier Stellen müssen die Männer zunächst die schweren Bolzen entfernen, die die einzelnen Glieder zusammenhalten. Die Männer müssen sorgfältig und zügig arbeiten. Denn Verzögerungen können den Zeitplan durcheinander bringen. Vor allem müssen die Mechaniker dabei Unfälle vermeiden. Es ist sechs Uhr morgens und minus zwei Grad kalt. Im Tagebau muss man hart im Nehmen sein. Heute ist die Herausforderung in die Kälte. Es geht alles ziemlich schwer. Ein bisschen schwerer wie sonst, wenn es halt 30 Grad sind oder 20 Grad. Dass nichts passiert. Es ist alles schwer. Die Bolzen wiegen, wie gesagt, über 50 Kilo. Die Scharken wiegen 250 Kilo, die wir nachher dann anheben mit Brechstange. Und das ist halt das Gefährliche, dass sich keiner die Finger einklemmt. Beim Bolzenwechsel zählt pure Kraft, denn die schweren Metallteile sitzen fest. Jede einzelne Bagger-Eimer belastet die Kette mit einem Gewicht von 2,6 Tonnen, also mehr als zwei vor wie Golf. Damit die Männer vom Tagebau an die nächsten Bolzen herankommen, muss die Baggerkette um exakt eine Viertelumdrehung weiter bewegt werden. Weil die Eimer verschlissen sind, tauschen sie die Männer aus. Verständlich, nachdem die Eimer mehr als 20 Millionen Kubikmeter Kohle und Abraum aus dem Boden geholt haben. Doch der allerletzte Bolzen macht Zicken. Es ist nicht das Problem, dass der Gummi sich mit dem Bolzen mit reinzieht. Den müssen wir lösen, den Gummi, oder rausziehen und dann sollte das klappen. Der Gummi dient als Dichtung für das Gelenk. Die Bolzen werden für den Wechsel ausgetauscht, weil sie zu unhandlich sind. Beim Kettentausch müssen die Glieder von alter und neuer Kette miteinander verbunden werden. Die Hilfsbolzen erleichtern diesen Vorgang enorm. David Schlodder ist sich sicher, dass seine Männer das hinkriegen. Schwerstarbeit für die Mechaniker. Alle Hilfsbolzen sind gesteckt. Seit 1981 ist der Bagger in Betrieb. Die Eimerschaufeln wurden schon mehrfach getauscht. Wir sind jetzt hier fertig. Wir haben jetzt die Hilfsbolzen alle gesteckt. Jetzt kommen wir vorne an die Eimerspitze und ziehen die neue Kette auf. 43 Eimer sind in der 160 Meter langen Kette verbaut. Zu viele, um sie alle auf einmal zu wechseln. Der Einbau der Hilfsbolzen hat drei Stunden gedauert. Aber damit liegen die Männer voll im Plan. Wieder müssen die Eimer zunächst in die richtige Position gebracht werden. Anschließend bereiten Schlodder und seine Kollegen ihr Arbeitsgerät vor. Der erste Eimerkettenbagger kam schon 1885 in Sachsen zum Einsatz. Eine der Stärken des Baggers ist seine hohe Leistungsfähigkeit. Nachteil, die Instandhaltung ist sehr aufwendig. Der Eimerkettenbagger ist mit einem Gesamtgewicht von 5166 Tonnen ein echter Brocken. Das größte Gerät ist die riesige Eimerkette. Der Bagger fährt schienengebunden und beschleunigt seine Masse auf maximal 12 Meter pro Minute. Der Kehaz wird für den Wechsel vorbereitet. Während die Kollegen für eine sichere Arbeitsfläche sorgen, werden die ersten beiden Hilfsbolzen an der Kette schon wieder entfernt. Genau hier soll der Kettenwechsel beginnen. Wir lösen jetzt wieder quasi das Stücke, wie bei seiner Fahrradkette, den Bolzen und schließen dann an die neue Eimerkette an. Schlodder steht immer in Funkkontakt mit dem Baggerfahrer. Denn der muss seinen Schwenkarm präzise bewegen, damit die Männer die Bolzen ziehen können. Dasselbe noch schnell auf der anderen Seite und der Wechsel kann beginnen. Die Kette ist gelöst. Die größte Herausforderung besteht nun darin, die alte und die neue Kette vorsichtig genau an die jeweils richtige Stelle zu positionieren. Präzisionsarbeit. Hier muss alles stimmen. Also es muss quasi auf einen Meter passen, dass wir den Eimerkettenbolzen reinkriegen. Also das wird dann ein bisschen dauern, ein bisschen hakelig werden, aber wir kriegen das hin. Wir haben einen guten Baggerfahrer, der schafft das. Ich muss aber klare Kommandos geben, quasi hoch, runter und ein, das einlassen, dann klappt das schon. Nur nach Gefühl geht das. Und den Rest machen mit Kraft und Brechstang. Für den Kettenwechsel müssen die Mechaniker ihre Positionen auf dem Kearz einnehmen. Denn da oben findet die Arbeit statt. Baggerfahrer André Tschiche hat einen besonders gefühlvollen Job. Also auf alle Fälle muss ich darauf achten, dass ich beim Schwenken oder Heben und Senken da vorne die Schlosser nicht beschädige oder verletze. Weil es sind doch ganz schöne Kräfte, die dort wirken. Und es sind ja nun mal keine Streichhölzer, die sie dort bewegen. So ein Eimerbolzen wiegt ja nun mal 65 Kilo. Und ich muss auch schreng auf die Kommandos achten, die ich kriege von dort vorne. Ansonsten geht das alles nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Am besten wäre millimetergenau, aber geht bei dieser großen Technik einfach nicht. Aber ich sage mal so, auf 5 bis 10 Zentimeter genau kriegt man das schon hin. Trotzdem sind noch kleine Korrekturen notwendig. Schlodder möchte die Eimerleiter noch ein Stückchen angehoben haben, damit die Kettenglieder genau aufeinander passen. An zwei Stellen müssen die Ketten miteinander verbunden werden. Viel Spielraum bleibt den Männern nicht. Also ist trotz aller technischer Hilfsmittel am Ende wieder Muskelkraft gefragt. Während des Kettenwechsels muss sich Schlodder auch mit der Zugbesatzung eng abstimmen. Die Kette wird gespannt und kann nun auf die Eimerleiter aufgezogen werden. Das ist ein Fall für den Baggerfahrer, der hochkonzentriert ist. Das ist zum Beispiel eine Herausforderung jetzt. Den kleinen Hochschnitt. Kleine ist relativ im Bergbau. Da geht es dann vorne wirklich um die berühmten 5 Zentimeter. Weil doch durch diesen langen Ausleger, wenn man da ein bisschen zu spät drückt, dann knirscht das dort vorn bestimmt. André Tschiche setzt seine Eimerleiter in Bewegung. Die alte Kette wird so auf den Kearz und die neu aufgearbeitete auf den Baggerarm gezogen. Nach drei Wochen auf dem Werkstatthof haben die neuen Eimer eine Rostschicht. Nach wenigen Stunden in Betrieb wird die aber vom Sand abgerieben sein. Um die Kettenglieder aufzutrennen, muss der Zug dann wieder in die richtige Position gebracht werden. Da kommt Rico Max Brandl ins Spiel. Ja, es ist immer, dadurch, dass die Wagen ja mit Luft gebremst sind, dauert es dann immer einen kleinen Moment, wenn ich sage bremsen und der dann die Bremse anlegt, dass die Wagen hier stehen. Das macht sich manchmal ein bisschen schwierig, gerade bei solchen Angelegenheiten, wo es so auf ein paar Zentimeter ankommt. Brandl gibt Schlodders Kommandos an den Zugführer weiter. Der Zug lässt sich weniger genau steuern als der Baggerarm. Dadurch, dass das Gleis jetzt hier noch nicht gerade perfekt liegt, müssen wir hier gerade ein bisschen hin und her fahren. Auch ein bisschen Erfahrung. Langsam schiebt sich der Zug in die richtige Position. Zentimeter für Zentimeter. Passt. David Schlodder und seine Kollegen können die Ketten wieder trennen. Ein Viertel der Arbeit ist geschafft. Brandl und sein Kollege setzen ihr Ketten-Einsatz-Austauschgerät in Bewegung, um das nächste Kettenteil zu holen. Etwa eine Stunde hat der Wechsel gedauert. David Schlodder und seine Kollegen sind aber noch lange nicht fertig. Dreimal müssen sie die Prozedur noch wiederholen. Rund 45 Minuten müssen die Mechaniker warten, bis der Kehrz mit den nächsten elf Eimern kommt. Zeit, einmal kurz durchzuschlafen. Also bei mir denke ich mal, du warst ganz entspannt. Ich bin ja bloß am Mikro, aber die anderen fünf Leute, die wissen schon, was sie gemacht haben heute. Wenn man das früh gesehen hat, immer mit dem Hammer die Bolzen rauspuchen, das ist schon nicht ohne. Während ein Bagger ruht, wird in der Grube weitergearbeitet. Der Tagebau steht niemals still. Drei Bagger graben nach dem kostbaren Sedimentgestein. Das Kraftwerk Jens Schwalde ist unersättlich. Dieser Schaufelradbagger vom Typ SR1523 sorgt für Nachschub. Pro Stunde gräbt das Gerät etwa 3500 Kubikmeter im Hochschnitt ab. Stück für Stück werden so die 8 bis 12 Meter dicken Flötswände abgetragen. Eine Schaufel fasst 700 Liter. Auch der kleine Bruder des ES-3750 ist im Einsatz. Im Gegensatz zum größeren Modell fährt er auf Raupen. Heute gräbt er im Tiefschnitt. So, wir setzen komplett zurück. Dann kriege ich eine Meterzahl von Maschinisten und da schneide ich einen. Und so nehmen wir das blockweise raus. Und los geht's. Ein Knopf und das ganze Ding kauft los. Hier steht fördernde Antriebe. Das ist die komplette Reihe. Verladeband, Drehteller, Eimerkette. Die Eimerkette gräbt das Material aus. Über das Verladeband werden Kohle und Abraum abtransportiert. Eberhard muss zunächst das Material zwischen zwei Flötsen abtragen, um an die nächste Kohleschicht heranzukommen. Mit dem Abraum wird weiter hinten die Grube wieder zugeschüttet. Der Baggerfahrer ist stolz auf seinen Job und die lange Zeit im Tagebau. Das ist das erste Mal hier. Ich bin seit 1979 in diesen Tagebau gelaufen bin. Da war es noch so. Tagesanlagen. Und der Schichtleiter damals, der hat dich dann gegriffen. Du warst neu. Und dann sind wir hinten reingelaufen. Ich habe von oben von der Schlosskante geguckt, so wie sie wahrscheinlich heute runter. Oh, sieht ja noch klein aus. Und wenn man dann davor steht. Himmel! Hier kannst du dich ja verlofen. Was der Bagger hier ausgräbt, wird auf ein Förderband verladen und zu den Zügen gebracht, die das Material ins Kraftwerk fahren. Am groben Rand müssen die Männer von der Tagebauwerkstatt noch ein letztes Kettenteil wechseln. Dann ist dieser Bagger wieder einsatzbereit. Ich kann mit dem Bagger hier schwenken. Der ist um 270 Grad schwenkbar, das Gerät. Dann fahren. Das Grauberegan kann ich heben und senken, um im Hochschnitt baggern zu können oder im Tiefschnitt. Fahren ist auf der Seite, ich kann einmal Richtung Strasseneinfang oder Richtung Strasseneinfang fahren. Brauchen wir jetzt nicht, weil wir ganz am Gleisende stehen. Also wenn wir noch weiter fahren Richtung Strasseneinfang, fahren wir vorne runter. Dann stehen wir auf dem sogenannten Sommerweg. Und dann haben wir hier nochmal mein Grauberegan, die einzelnen Winden. Eins, zwei, drei, vier und fünf. An den Pfeilen, muss man nachher mal sehen, kann man genau sehen, in welche Richtung. Ob nur heben oder senken. Aber größtenteils wird auf Sicht gebaggert. So behält er David Schlodder und Kollegen immer im Auge. Hilfst du da, trieb kurz vorwärts. Läuft alles nach Plan. Die Hilfsbolzen werden nun wieder gegen die richtigen Bolzen ausgetauscht. Dann ist der Job hier erledigt. Wichtig, dass nun auf den letzten Metern niemand mehr einen Fehler macht. Die Männer arbeiten mit sehr großen Teilen. Hier darf niemand unvorsichtig sein. Ich muss sie natürlich auf jeden verlassen können hier. Wir haben hier auch erfahrene Leute schon dabei. Man kann meistens bloß einen, sag ich mal so, unerfahrenen Mann mitnehmen, der angelandet wird. Aber ansonsten muss man sich auf die Leute verlassen können. Und das kann David Schlodder auch. Hier greift eine Hand in die andere. Bei mehreren Eimer wechseln im Jahr kein Wunder. Schlodder und seine Männer sind noch für zwei weitere Tagebaue im Lausitzer Revier verantwortlich. Fertig. Einen ganzen Arbeitstag haben die Mechaniker für den Wechsel der Eimerkette gebraucht. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Also wir liegen absolut im Soll, sag ich mal so. Wir haben, ja, es ist nichts passiert. Arbeitsschutzmäßig hat sich keiner verletzt. Die Kette ist oben. Unsere Arbeit haben wir erledigt. Und das, ja, damit sind wir zufrieden. Da können wir gut ein gewisses nach Hause gehen und ein Getränk zu uns nehmen. Die ausgewechselten Eimer kommen nicht auf den Schrott, sondern werden in die 50 Kilometer südlich gelegene Hauptwerkstatt Schwarze Pumpe gebracht. Dort werden sie aufgearbeitet für ihren nächsten Einsatz im Tagebau. Das gesamte Lausitzer Revier wird mit Ersatzteilen aus der Werkstatt beliefert. Im Hintergrund dampfen die Kühltürme des Kraftwerks, das mit Braunkohle betrieben wird. Die ausgebauten Eimer kommen auf den Keherz in Schwarze Pumpe an. Die Werkstatt erwartet sie schon. Auch hier kümmern sich die Werkstattmitarbeiter häppchenweise um die Kette. David Schlodder ist stellvertretender Leiter der Eimer-Wagstatt. Sein ganzer Berufsalltag dreht sich um die Grabgeräte. Also im letzten Jahr haben wir ca. 660 Eimer aufbereitet. Es gibt ja auch Lagereimer, die nicht nur aus dem Tagebau herkommen, sondern die vorher schon defekt waren oder verschlissen waren. Die werden vor Ort ausgebaut, kommen auch hierher und dann werden die auch aufgearbeitet und gehen dann wieder danach ins Lager. Auf dem Gelände der Werkstatt werden nicht nur Eimerketten aufbereitet, sondern auch alles, was sonst noch im Tagebau benötigt wird. Nach dem Ausbau ist vor dem Einbauen. David Schlodder inspiziert die Eimer ganz genau. Er entscheidet, was mit den Schaufeln zu geschehen hat und ob sie wieder in den Tagebau zurückkehren können. Dabei gibt es genau definierte Anforderungen, denen so eine Eimerschaufel gerecht werden muss. Der Verschleiß ist sehr unterschiedlich und hängt vor allem von der Art des Untergrunds ab, der abgetragen wird. Manchmal stoßen Schaufeln auf große Findlinge, die so einen Eimer zerfetzen können. Da sieht man hier den Eimermantel. Der ist durchgeschliffen, hat schon ein paar Löcher. Der ist quasi unter dem Grenzmaß von 8 Millimetern. Das heißt, der muss ab hier komplett gewechselt werden. Wird abgebrannt, neuer Mantel aufgesetzt, Mantelverstärkung angedrückt, die Nummer angeschweißt. Das war es zu dem Verschleißteil. Also das wäre jetzt das Seitenmesser. Das hat ein bestimmtes Spurmaß. Und das sehe ich schon jetzt im ersten Blick. Das sagt die Erfahrung, dass das auf jeden Fall gewechselt werden muss. Dann haben wir hier die Schneidecken. Die werden auf jeden Fall immer gewechselt. Das wird auch vor Ort passiert, von der Baggercrew, sage ich mal so. Die wechseln die auch, je nach Bedarf. Aber bei uns werden die auch jedes Mal ausgetauscht. Nicht jeder Eimer darf weiterleben. Die wichtigsten Bauteile sind die Träger, quasi das Herz der Schaufel. Sind sie irreparabel, wird der gesamte Eimer verschrottet. Die Eimer sind riesig. Sie fassen mehr als 3000 Liter Sand. Trotzdem muss Schlodder alle wichtigen Punkte zentimetergenau nachmessen. Bei dem Eimer habe ich festgestellt, dass der nicht mehr aufarbeitungswürdig ist. Das heißt, die Träger, die wir hier vorne sehen, die sind unter 40 Millimeter und damit Schrott. Der Aufarbeitungsaufwand ist einfach zu hoch von den Kosten her. Somit landet der Eimer in Schrott und wir müssen einen neuen bauen. Nach dem gründlichen Check kommen die Eimer in die Werkstatt. Hier müssen die Geräte zunächst wieder auf das richtige Spurmaß gebracht werden. Auch wenn der Kran mithilft, ist die Arbeit mit den fast drei Tonnen schweren Stahlteilen körperlich anstrengend. Dieser Eimer hat sich nach innen verzogen und muss etwa 100 Millimeter ausgebeult werden. Ein Fall für die Kaltrichtpresse. Dann ist es auch immer unterschiedlich. Mal ist die eine Seite zu weit nach innen oder die andere Seite. Das habe ich jetzt gesehen hier. Da sieht man von vorne, welche Seite. Und die Seite wird dann rausgedrückt. Manchmal haben wir auch hinten in der Beule. Da kann man auch hinten auseinander drücken. Da geht das auch. Aber der ist jetzt glatt hinten hier. Und die Seite steckt nach innen. Da drücke ich jetzt hier drauf. Das ist nach außen und dann ist das Spurmaß wieder hart. Ja, das passiert. Gebrochen ist nichts. Ja doch, hier ist der Trägerbruch. Hier ist der Bruch jetzt durch das Richten. Hier hat er jetzt halt weggeknallt. Der muss dann repariert werden. Es geht nicht anders. Es passiert, es passiert. Oh nee, das ist fies. Es ist auch ein alter Eimer. Der hat auch schon seine Brauchspuren. Es wird wieder neu eingesetzt, alles. Und dann macht er der Eimerschmied. Gerd Kassner arbeitet seit 1975 in der Werkstatt und hat alle Veränderungen miterlebt. Im Grund und Ganzen ist alles so geblieben. Brennen und Schweißen, wie gesagt, ist ja nur weniger durch die zwei Robbys. Ansonsten ist es schon eine körperlich schwere Arbeit. Ich bin jetzt 58. Das reicht langsam. Das ist wacke. Wenn du ja seit Anfang an dabei bist, über 40 Jahre hier, das merkt man. Aber wenn du jung bist, jungkräftig hier, ist das schon, wie gesagt, die jungen Leute fehlen noch. Du bist nicht mehr ran hier. Robbys, das sind Schweißroboter. Doch dazu später mehr. Nachwuchskräfte können in der Eimerwerkstatt eine Ausbildung zum Industriemechaniker machen. Trotzdem bleibt Nachwuchs zunehmend aus. In Jentschwalde werden jährlich 13 Millionen Tonnen Braunkohle abgebaut. Für die Förderung wird die größte mobile Maschine der Welt eingesetzt. Die Abraumförderbrücke F60, die seit 1978 in Betrieb ist. Über 15 Förderbänder wird einerseits der nicht benötigte Abraum auf der Kippebene wieder abgelassen. Andererseits wird die Braunkohle zu Transportzügen und schließlich weiter zum Kraftwerk transportiert. Dabei fährt die Maschine auf Schienen und ist immer in Bewegung. Die Brücke bewegt sich auf beiden Seiten auch in unterschiedliche Richtungen. Thomas Buckhatz erklimmt die mehr als 70 Meter hohe Hauptbrücke. Der Fachingenieur ist fasziniert von der ausgefeilten Konstruktion der Brücke, die sogar ihre Länge um einige Meter verändern kann. Hier befinden wir uns jetzt im Bereich des Rollbahnträgers. Der Rollbahnträger hat die Aufgabe, den Längenausgleich herzustellen. Wenn hier die Fahrwerke auf der Hauptarbeitsebene stehen bleiben und drüben auf der Kippenarbeitsebene die Fahrwerke weiterfahren, verändert sich der Winkel von der Hauptbrücke. Und der Rollbahnträger, das ist dieser graue Kasten, an dem dieses Tagkraft angebracht ist, dieser Teil ist dann beweglich. Die größte mobile Arbeitsmaschine der Welt ist nicht nur einen halben Kilometer lang, sondern auch über 13.500 Tonnen schwer. Neben Kohle holt sie auch Sand und Gestein in gigantischen Mengen aus der Erde. Die Förderbrücke wird aus einem vergleichsweise winzigen Kontrollcontainer gesteuert. Obwohl das Förderprinzip seit Jahrzehnten dasselbe geblieben ist, hat sich die Steuerungstechnik dahinter deutlich modernisiert. Herr über insgesamt 1,4 Kilometer Förderbänder ist Jürgen Schulz, der während dieser Schicht im Fahrstand sitzt. Er hat sämtliche Stationen auf der Förderbrücke durchlaufen, bis er in einem einjährigen Lehrgang die Berechtigung erworben hat, die Förderbrücke zu steuern. Ich habe hier jetzt meine ganze Bänder-Bandanlage. Ich habe hier die Sattel, die ich steuere. Drüben ist auf Kippe ein Kollege oder zwei Kollegen, die die Verkippung machen mit den seitlichen Austragsförderern. Dieser Sattelwagen ist besetzt mit einem Mann, der fährt den Sattel vor Ort. Das kann ich nicht einsehen. Weiß ist alles im Betrieb. Das blaue Band, das steht. Und hier kann ich dann gucken, ob sie, das sind die einzelnen Bagger. Der große Eimerketten-Bagger hilft heute wieder mit, die Förderbänder zu bestücken. Auf der Brücke treffen die Bänder der verschiedenen Grabgeräte aufeinander. Das Förderband auf der obersten Arbeitsebene transportiert Sand zum Abwurf am anderen Ende der Förderbrücke. Sand, den die Vorschnitt-Bagger abgraben, damit die Kohlebagger an die Kohle herankommen. Mehrmals täglich müssen Bandinspekteure ihre Bänder ablaufen, um Beschädigungen auszuschließen. Da gibt es viel zu beachten. Inspekteur Nico kümmert sich heute um Band 5. Kein dankbarer Job, denn dieses Förderband gehört mit einer Länge von knapp 190 Metern zu den längsten der F60. Dazu kommen etliche Treppenstufen. Also ich gehe die ganze Anlage hier ab, von hier hinten bis hoch, kontrolliere die ganzen Rollen, die Aufhänger, die hier ist, die Lautstärke der Rollen quasi, ob es irgendwelche kratzenden Geräusche machen, wegen Lagerschaden. Dann kontrolliere ich die Sicherheitseinrichtung. Die Gurtspannung muss kontrolliert werden. Der ganze Gurt an sich, ob Einschläge sind, wegen Steinen. Und die ganzen Antriebe da rundherum. Und dann halt im Groben und Ganzen die ganzen Versputzer. Die Bagger buddeln im Moment im weichen Tiefschnitt. Deshalb muss Nico heute besonders genau hinschauen. Denn je matschiger der Sand, umso leichter kommt es zu Beschädigungen am Förderband. Fällt Nico etwas Ungewöhnliches auf, zieht er sofort die Reißleine. Ja, im Prinzip ist das dann für den Notfall. Wenn man jetzt sieht, ein großer Fremdkörper wie ein Stein, dass man den nicht über die ganze Anlage jagt, weil der überall Schäden hinterlässt. Wie gesagt, der Gurt, der kriegt dann Durchschläge, sagen wir dazu. Also wenn er den auftrifft, kann er den ganzen Gurt kaputt machen, sodass ein Loch drin ist. Dazu sagen wir, Gurt-Schaden, Durchschlag, wenn man sieht, hinten im hinteren Bereich kommt der Stein, dass ich hier die Reißleine ziehe und dann die Schäden im hinteren Bereich minimiere. Fällt Nico einen Schaden am Band auf, muss die gesamte Anlage gestoppt werden, um Reparaturen vorzunehmen. Bei der Bandinspektion nehmen die Inspekteure auch Antriebsmotor und Getriebe unter die Lupe, denn auch die sind sensibel. Hier ist natürlich wichtig, es sollte natürlich nur irgendwo irgendwo Öl auslaufen oder auch irgendwelche Flüssigkeiten. Es muss natürlich kontrolliert werden und ab und zu mal, wie gesagt, die Hand auflegen, um zu gucken, ob sich höhere Temperaturen entwickeln. Im Prinzip, man steckt in der Maschine ja nicht drinnen. Also von außen sieht es immer gut aus, aber drinnen geht schnell was kaputt. Und dann entwickeln sich immer schnell knirschende Geräusche. Ja, wir haben dann vor Ort unsere eigene Instandhaltungstruppe, unsere Schlosser, die rufen wir dann, machen dann quasi die erste Kontrolle und schätzen dann ein, können wir damit weiterfahren, muss es repariert werden, brauchen wir einen größeren Stillstand, muss das ganze Teil gewechselt werden und je nachdem, wie es weitergeht. Muss das Gerät im Tagebau ausgebaut werden, landet es in der Hauptwerkstatt in Schwarze Pumpe im äußersten Süden Brandenburgs. Dort werden sämtliche Tagebaukomponenten repariert. Kleinere Ausbesserungen werden direkt in den Tagebauern vorgenommen. Bevor ein aufgearbeitetes Gerät die Werkstatt wieder verlässt, wird es nochmal genauestens durchgecheckt. Ein Großgetriebe aus der Förderbrücke steckt bereits mitten in dieser Prozedur. Stefan Baal ist gelernter Industrie-Schlosser. Er bedient den Lastprüfstand. Das Gerät meldet zwar über Schwingungssensoren Probleme automatisch, doch nicht alle Fehlfunktionen kann der erfahrene Mechaniker am Computer erkennen. Manchmal muss eben der geschulte Blick ins Innere der Maschine sein, um Fehler auszuschließen. Deshalb muss der Mechaniker immer auch selbst Hand anlegen, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Das ist bei uns in der Werkstatt aufgearbeitet worden. Und um zu schauen, ob alle Parameter der Aufarbeitung entsprechen, wird es jetzt eben durch uns geprüft. Ein letzter Blick ins Innere, damit der Prüflauf zeitnah beginnen kann. Und zwar während des Prüflaufes machen wir regelmäßig eine Verzahnungskontrolle. Wir haben die Getriebe zwar schwingungsüberwacht, aber alle Parameter kann man halt nicht so exakt ansehen, dass man genau weiß, was immer passiert. Deswegen ist eine Sichtkontrolle halt unerlässlich. Stefan Bahl startet das Getriebe manuell. Nun kann er erkennen, ob Verzahnungen verklemmt oder kaputt sind. Als Getriebemonteur weiß er genau, worauf er zu achten hat. Betragsbilder in Ordnung, Verzahnung, alles in Ordnung, keine Schäden zu sehen oder Mängel. Damit steht einem Prüflauf vom Steuerstand aus nichts mehr im Wege. Im Leitstand startet Stefan Bahl die Prozedur. Am Computer kann der Mechaniker sehen, wie das Getriebe arbeitet. Dabei interessieren ihn sowohl Temperatur als auch Schwingungen während des Betriebs. Jedes Bauteil hat eine bestimmte Frequenz. In jeder Peak ist quasi bezogen auf ein Bauteil. Und wenn man das halt richtig lesen kann, kann man halt auch da drin lesen wie in einem Buch. Und ich kann jetzt quasi nur anhand der Frequenzen sagen, wie es in dem Getriebe aussieht, wie der Zustand ist und wie es läuft. Ich habe jetzt hier eine Abschaltung. Einwert ist ein klein wenig zu hoch. Ist aber nicht schlimm. Habe ich gerade kontrolliert. Kann ich quasi die Abschaltgrenze nach oben anpassen und wir können quasi den Prüflauf fortsetzen. Abschaltung bedeutet, dass das Gerät einen zu hohen Schwingungswert meldet und sich ausschaltet. Bahl muss dann entscheiden, ob der Wert im Rahmen liegt oder nicht. Sein Computer unterstützt ihn dabei. Das Getriebe ist hier im Schema halt aufgemalt. Und hier haben wir jetzt auch dieses Ampelsystem, was man sieht. Das ganze Getriebe ist mit sechs Sensoren überwacht, was die Schwingung angeht. Und solange wie alles grün ist, sind die Werte in Ordnung. Bei Gelb wird es langsam brenzlig und bei Rot muss man reagieren. Im Moment hat Bahl alles unter Kontrolle. Ja, die Werte sind hier wirklich sehr gut. Wir haben zwar hohe Ausschläge, aber die Höhe der Ausschläge muss nicht immer gleich schlecht sein. Der Mechaniker hat genug gesehen. Wie ich es jetzt sagen kann, wird es auf jeden Fall im Prüflauf bestehen und kann im Außendienst dann verwendet werden. Wenn es im Getriebe knirscht, erledigen Stefan Bahl und seine Kollegen aber auch Reparaturen vor Ort im Tagebau. Bandinspektor Nico ist mit seinem Arbeitsgerät heute aber äußerst zufrieden. Auch Band 5 arbeitet absolut zuverlässig. Nikos Arbeitsplatz liegt in 77 Metern Höhe. Den Bergmann fasziniert vor allem die große Technik der Maschine. Ich bin jeden Tag wie ein kleiner Junge. Das ist ja natürlich Faszination pur, wie so eine große Maschine einfach funktionieren kann. Wie die hin und her fährt, man kann die ja quasi fast Zentimeter gedauern steuern. Nach Abschluss der Bandkontrolle trifft sich Nico im Aufenthaltsraum mit Thomas Bukatz, um von der Kontrolle zu berichten. Noch ahnt der erfahrene Bergmann nicht, dass später ein anderes Band Probleme machen wird. Hi Nico. Und? Alles schick, alles gut? Ja, bei mir ist alles stabil, Thomas. Also 4,5. 94 ist rausgegangen, jetzt fahren wir auf die Markscheide, habe ich gerade gehört, gesehen. Ja. Ach, mit dem 1300, ja genau. Ja. Ah, siehst du, jetzt wird es mit dem Boden auch wesentlich weniger. Naja, schauen wir mal. Oh, klingt das nicht gut. Boah, dann schauen wir mal. Die Brückenfahrerin hat gesagt, Anlage vom Leitstand aus angehalten, Störung, Fahrwerk, Kippenarbeitsebene. Das ist jetzt das. Der Wacker da drüben steht auf der Markscheide, der bewegt sich jetzt kaum mit den Fahrwerken. Und jetzt bleiben die Fahrwerke von der Brücke stehen, da drüben auf der Seite, und jetzt müssen die Kippenfahrwerke immer ausgleichen. Und wenn ich da eine Störung habe, und ich mit den Fahrwerken nicht fahren kann, stürte ich auf jeden Punkt. Und das ist das, was keiner will. Der Stopp ruft die Schlosser auf den Plan. Eine Rolle ist kaputt und muss gewechselt werden. Jetzt hat gerade die Absprache stattgefunden zwischen den Schlossern und dem Leitstand. Die Schlosser haben jetzt mitgekriegt, dass die Anlage steht. Jetzt sagen die Schlosser, wir sind schon vor Ort, wir haben alle Werkzeuge, alles da, die Rolle ist da. Dann sagt die Brückenfahrerin, okay. Das war jetzt die Sicherungsmaßnahme, die immer eingelegt werden muss. Also das Band 8 wird gesperrt, oder ist gesperrt, sodass die Schlosser gefahrlos jetzt am Band 8 die Rolle wechseln können. Also die müssen richtig reinkriechen ins Band und damit keiner aus Versehen aus Versehen das Band anfährt. Dann gibt es ein Chaos. Also gibt es Tote oder wird es Tote geben, das will ja keiner. Dann wird das Band gesperrt. Das Förderband erreicht Geschwindigkeiten von 8,95 Metern pro Sekunde und reißt jeden mit, der sich darin verfängt. Auch wenn das Band steht, stellt die Reparatur für die Schlosser eine Herausforderung dar. Der feine Unterschied ist, wenn man mal runterguckt. Also der Kollege sitzt jetzt auf einem Gurt, der über 2 Meter oder ungefähr 2 Meter breit ist. Und wenn dem jetzt der Schlüssel runterfallen würde, bräuchte er nicht suchen. Der liegt einige Meter tiefer. Ich würde mal so schätzen, so 30 Meter tiefer. Keine 10 Minuten später haben die Männer das Problem gelöst. Das Band ist wieder einsatzbereit. Erneut nimmt die Förderbrücke ihre Arbeit auf. Jetzt kann dieses Band wieder 34.000 Kubikmeter Abraum pro Stunde von der einen auf die andere Seite der Förderbrücke transportieren. In der Hauptwerkstatt wird derweil weiter an Eimerschaufeln gearbeitet. Durchschnittlich brauchen die Männer von der Eimerwerkstatt 22 Stunden pro Schaufel. Der Zeitplan ist eng getaktet, denn die Eimer müssen wieder raus. Ein Großteil der Arbeiten spielt sich in der Schweißerei ab. An einem Eimer müssen die sogenannten Schaken ausgewechselt werden. Dieser bekommt sogar ein Upgrade. Marco Matschke erklärt. Das sind sogenannte Adapter-Schaken, die man quasi im Falle, wenn die Schake kaputt ist oder zu sehr abgefahren ist und der Adapter an sich noch gut ist, rennt man einfach die Schrauben ab, drückt das ab, kommt eine neue ran. Bei denen natürlich, da hilft nur eh ins Abschneiden. Diesen Arbeitsschritt hat Matschke auf einer Seite schon abgeschlossen. Er kann mit dem Befestigen der neuen Schake beginnen. Einige Ersatzteile bekommt die Hauptwerkstatt zugeliefert. Das meiste stellen die Mechaniker aber selbst her. Wie diese Guss-Schake, die in der Eimerwerkstatt komplett neu gefertigt wurde. Marco Matschke schweißt die Schake nur vor, den Rest macht später ein Roboter. Auf der anderen Eimerseite muss Matschke die Schake genau an der richtigen Stelle abbrennen. Der Toleranzbereich liegt bei 25 Millimetern. Gut, dass er nicht mit dem Maßband ran muss. So, hier haben wir unseren kleinen Helferlein. So, das ist unser Laser. Weil wir die Schake natürlich auch in der richtigen Höhe abbrennen müssen, damit die Höhe im Endeffekt wieder vom Eimer stimmt. Haben wir hier unsere Punkte. Jetzt ist natürlich hier schon die neue drauf. Hier drüben sieht man dann, hier sind die Bohrungen. Das muss eine Linie ergeben, damit das alles in Waage ist und auch die richtige Höhe zu den Ecken hat. Sodass der zum Beispiel auf den Bagger nicht klemmen kann oder im Tauschgerät nicht klemmen kann. Weil dann wird es schwierig, wenn einer einmal Übermaße hat und irgendwo hängen bleibt. Das ist natürlich doof. Der Industriemechaniker ist an jedem Eimerteil einsetzbar. In der Werkstatt entwickelt aber jeder eigene Spezialisierungen. Jetzt darf der Mechaniker keinen Fehler machen. Matschke muss darauf achten, dass der Schnitt gerade wird. Brennt er die Schake schief ab, wird auch die neue Schake schief angeschweißt und der Eimer muss anschließend wieder auseinander oder zusammengedrückt werden, um auf das richtige Spurmaß gebracht zu werden. Unnötige Extraarbeit, die der Mechaniker den Kollegen gerne erspart. Marco Matschke arbeitet jeden Tag ausschließlich mit Eimern. Langweilig findet er diese Tätigkeit aber nie. Ich finde, man ist manchmal überrascht, wie viel Kraft so ein Bagger hat. Wenn so ein Eimer einfach mal wie so ein Blatt Papier zerrissen wird oder die großen Schaufeln, das ist schon wahnsinnig, oder was so ein Kindling ausrichten kann. Ich habe ja auch schon zig Kettenwechsel hinter mir, aber man macht ab und zu doch nochmal ein Foto für Freunde oder so, die das halt nicht überhaupt begreifen können, wie groß sowas ist. Oder auch für die Kinder zu Hause. Die machen dann natürlich auch große Augen. Nachdem beide Schaken befestigt sind, muss Matschke den Eimer fertig schweißen. Auch dafür hat er ein technisches Helferlein. Für die Arbeit mit dem Schweißroboter musste der Industriemechaniker eine Zusatzqualifikation erwerben. Also ich sage mal so, bei Robotern ist das A und O eigentlich die Sauberkeit von den Kappen, damit das Gas strömen kann. Das sind ja nur große Nähte, da sind viele Spritzerbildungen, die setzen sich dann alle hier drinnen zu. Und dann kann das Gas nicht mehr fließen und dann schweißt er nur noch Bohren und das ist dann immer sehr viel Nacharbeit und großer Aufwand dann. Per Fernbedienung stellt Matschke die exakten Positionen ein, an denen sein mechanischer Kollege schweißen soll. Der Roboter sucht sich seine Naht. Also wenn er wirklich optimal läuft, wenn keine Störungen sind oder sowas, dann ist er schon bedeutend schneller. Der muss nicht essen, der muss nicht trinken, der hat keine Kopfschmerzen oder was weiß ich. Der braucht keine Rogen, der macht einfach. Der will halt nur bestückt werden und das Ähnlichste. Für einen Neueimer benötigt der Roboter etwa einen Tag weniger als ein Handschweißer. Alles kann er aber nicht. Der Roboter ist, sage ich mal so, der Mann fürs Grobe. Der schweißt wirklich die langen, die großen, die viel Zeitkosten, da schweißt der alles zu. Und gerade bei den kleinen Nähten, da ist jetzt der Roboter nicht schneller als der Handschweißer. Der Roboter kommt auch nicht überall ran. So ist es auch nicht. Ganz ohne Kontrolle geht es nicht. Matschke behält den Roboter im Auge, um eventuelle Fehler sofort korrigieren zu können. Die Maschine hat ihren Job erfüllt. Nun muss noch per Hand nachgeschweißt werden, dann kommt er einmal in die Endkontrolle. Dort wird er einmal ein letztes Mal genau vermessen, bevor er an die Kette kommt. Die Mechaniker übersehen nichts. Die Schraubensicherungen quasi, die werden festgeschraubt mit einem Newton-Drehmomentenschrauber. Dann werden die Muttern verschweißt. Dann wird der komplette Eimer auf eventuelle, sag ich mal so, ob der Schweißer vergessen hat, eine Naht vergessen hat oder ob der Eimer das richtige Spurmaß hat. Der wird nun mal komplett kontrolliert von einem Mitarbeiter. Dann hat er eine Checkliste, welche Punkte es geht. Risse am Eimer Mantel, Risse am Adapter. Das trägt er ein, bestätigt das mit seiner Unterschrift, trägt die Maße ein und dann ist der Eimer fertig, abgenommen und kann das Haus verlassen. Der Tagebaubetreiber ist verpflichtet, hinter der Förderbrücke aufzuräumen. So wird die Grube mit dem gesamten Abraum wieder zugeschüttet und renaturiert. Das geschieht über mehrere Abwürfe. Thomas Bukratz schaut bei Abwurf 3 am Ende vom Förderband 10 vorbei. Etwa 16.000 Kubikmeter Abraum kommen hier pro Stunde an und werden etwa 70 Meter runtergeschüttet. Die Abwürfe sind beweglich. Momentan wird die Entböschung am Strassenanfang aufgeschüttet. Der Abwurf 3 ist der letzte Punkt, wo praktisch die Abraummassen, die drüben auf der Baggerseite gefördert werden, verkippt werden. Wenn man hier rüber guckt auf die rechte Seite, sieht man, das geht so langsam runter. Dort ist dann abgesteckt, wie weit der Kippenstützenfahrer mit der Kippe hier rüberfährt, bis der Massenstrom hier oben dran ist. Eine Etage tiefer steht ein Kollege, der beobachtet das und sagt über Funk dem Kippenstützenfahrer, so, jetzt nicht weiter, du hast den Endpunkt erreicht. Also das heißt, die Kollegen, es ist viel mit Technik zu machen, aber das Beobachten mit dem Auge, also richtig sehen vor Ort, kann eigentlich noch nicht ersetzt werden. Also jedenfalls nicht so. Man guckt noch mal gerne hin. Über die seitlichen Abwürfe wird die Kippenarbeitsedene aufgeschüttet, wo die Gleise verlegt werden, auf denen die Förderbrücke fährt. Die gesamte Förderbrücke muss regelmäßig um 80 Zentimeter nach links versetzt werden, wofür die Grube wieder aufgeschüttet wird. Der Kippenaufbau erfolgt natürlich logischerweise von unten nach oben. Wir fangen mit der Bärme an. Das ist wie der Unterbau, die Vorschüttung. Dann wird eine Vorkippe geschüttet und diese Vorkippe wird durch Planierraupen einplaniert. Und das ist später der Bereich, wo dann die Gleise, die wir dort sehen, das sind die beiden Gleise da unten, dann zum Liegen kommen, wenn der Tagebau wieder in diese Richtung, Richtung Norden, weiter in Verhieb geht. Und damit wir vernünftige Verhältnisse haben im Planung, ist auch klar definiert, was dort für einen Boden hinzuschütten ist. Mehr als 13.500 Tonnen Stahl muss das Plan umtragen. Im Leitstand melden sich die Baggerfahrer per Telefon zum Dienst. Leitstand, Schulz. Jo, 7, 6, äh, 6, 2, 9, 5 fahren wir jetzt. Jürgen Schulz muss an seinem Leitstand den gesamten Förderbetrieb koordinieren und dafür sorgen, dass Bagger und Förderbänder genau aufeinander abgestimmt arbeiten. Ein Job mit großer Verantwortung. Ja, kann viel falsch machen, wenn man falsch betätigt warst. Wenn jetzt ein Bagger in die Richtung schon fährt und die fahren in die andere Richtung weiter, kann schon was Schlimmes passieren, alles halt oder so. Auch wenn es halt darauf fahren, die ganze Zeit in die Richtung. Also da muss man schon noch aufpassen. Bis 2023 haben Schulz und seine Kollegen noch einen sicheren Arbeitsplatz. Dann soll der Tagebau geschlossen werden und nur ein großer Baggersee wird noch daran erinnern, dass hier mal Braunkohle gefördert wurde. Bis zum letzten Moment kostet Thomas Buckert seine Arbeit aus. Die allermeisten Kollegen, wenn nicht sogar alle, machen hier eine vernünftige, harte Arbeit und wir sind auch stolz drauf, dass, oder ich auch, dass wir dazu beitragen, dass es warm ist, dass das Licht an ist und dass sich die Gesellschaft weiterentwickeln kann. Und ohne Strom ist das eher schlecht möglich, inwieweit die Regenerativen uns da unterstützen oder wir die Generativen unterstützen. Das wird sich sicherlich irgendwann umkehren. Das wird die Zukunft zeigen. Aber so weit kann ich nicht vorausschauen. Aber ich bin mit Stolz Bergmann. Wir schaffen was. Und hier draußen sieht man ja schon, dass wir große Dinge bauen. Ein Bürojob wäre überhaupt nichts für mich. Also den ganzen Tag irgendwo drin zu sitzen, da bin ich wirklich froh, dass ich draußen bin. Ich wollte immer was bewegen und hier bewegt sich auf dieser Baustelle wirklich viel. Es ist jedes Mal ein kritischer Moment, auch für uns. Darum mit sehr viel Gefühl muss der Baggerfahrer arbeiten. Man hat manchmal knifflige Sachen, wo man am liebsten aussteigen würde und sich auch dahinter stellen würde, wo die alle zugucken. Rund 2500 Straßenbrücken in Deutschland sind so marode, dass sie abgerissen werden müssen. Eine davon, die Talbrücke Schraudenbach bei Schweinfurt. Die 1965 errichtete Brücke muss an dem Neubau weichen und wird von einem unerbittlichen Brecher zerstört. Spitzname des Abbruch-Buggers? Der Long-Front-Bagger ist eine Spezialanfertigung. Sein 50-Meter-Ausleger ist der längste in Deutschland. Heute reicht allerdings der kürzere 30-Meter-Ausleger. Seinen Spitznamen trägt der Bagger, weil er einem Abbruchunternehmen aus Sachsen gehört hat. Es gibt fast nichts, was die Bestie nicht abbrechen kann. Heute geht es dem Mittelteil der Autobahnbrücke an den Kragen. Mit schwerem Gerät zerstört der Bagger mühelos Stahl und Beton. Matthias Kluge ist polier und auf der Baustelle dafür verantwortlich, dass der Abbruch zügig und sicher über die Bühne geht. Wir befinden uns jetzt an dem folgenden Zeitpunkt, dass wir den ersten Unterzug, der auf unserer Seite ist, trennen vom zweiten Unterzug. Das ist der erste Arbeitsschritt, den wir jetzt machen. Der nächste Arbeitsschritt ist wirklich dann maiskolbenartig den Unterzug abzubrechen, indem wir den runterknabbern wie ein Maiskolben. So gibt es die Abbruchstatik vor, dass wir dann praktisch gefahrlos von der Stütze wegkommen. Unterzüge sind die waagerechten Stahlbetonträger, die einmal die Last der Fahrbahn getragen und auf die Stützen verteilt haben. Die auf Rollen gelagerten Unterzüge dürfen nicht verrutschen. Eine heikle Aufgabe für den Baggerfahrer. Matthias Kluge und seine Männer wollen verhindern, dass die Brücke unkontrolliert herunterkracht. Der Polier geht in Deckung. So, jetzt sind wir im sogenannten Widerlager. Das Widerlager ist der Übergang praktisch zur festen Fahrbahn in das Brückenteil. Und in dem Bereich sehen wir zum Beispiel hier hinten die Eisenstangen hinter mir. Und die sind jetzt dafür verantwortlich, die haben wir zusätzlich eingebracht, dass die Brücke während dem Abbruch nicht mit den Rollen in den Tal abwärts rutschen kann. Beziehungsweise zu den Baggernohaden runterfallen kann. Dann wurde diese Festhaltung noch eingebaut. Das sind zwei Gewindestangen mit einer Kernbruch durch das Widerlager und wird da durchgehalten. Zwei Wochen sind die Abbrecher schon dabei, die alte Brücke dem Erdboden gleich zu machen. Angefangen haben die Männer oben auf der Brücke. Das ist der erste Schritt, den wir praktisch machen. Wir nehmen erst die rechte Kappe weg, dann nehmen wir einen Teil von der linken Kappe weg. Immer so im Schnitt zwei Meter, wie es die Abbruchstatik vorsieht. Und dann nehmen wir immer das Mittelteil von der Fahrbahn raus. In dem Fall 2,75 Meter. Und arbeiten uns so von Anfang bis Ende. Diese Arbeit haben kleinere Bagger auf der Fahrbahn selbst übernommen. Dann erst kam der große Longfront-Bagger ins Spiel. Thomas Ortelt hat die Ehre, the beast of the east zu zähnen. Aber nur ein bisschen. Immerhin erwartet man von ihm die totale Zerstörung. Die elektrische Fahrbahnplatte wegmachen. Die Gelenke herstellen, im nächsten Fall dann immer schon vorher. Diese Sollbruch stellen praktisch, falls doch mal irgendwie was nicht so fällt, wie es soll. Oder eher fällt, dass es die Kraft dort in dem Gelenk praktisch aufnimmt. Dass das nächste Teil nichts irgendwie, keinen Schaden davon trägt. Die Brücke hat ausgedehnt, weil die Autobahn auf sechs Spuren ausgebaut und deshalb ein breiteres Viadukt benötigt wird. Bauleiter Christian Gans beaufsichtigt Abbruch und Neubau. Er erklärt, warum der sogenannte konventionelle Abbruch an dieser Stelle das Mittel der Wahl ist. Bei Sprengung ist es so, dass wir zu nah an dem neuen Bestandsbauwerk dran sind. Da befürchtet man, dass Schäden entstehen könnten. Wir haben uns jetzt hier für die Lösung von einem konventionellen Abbruch entschieden. Da es gangengebe ist und es keine Umstände jetzt erfordert, irgendwas Spezielleres durchzuführen. Und Gans ist zufrieden. Die Spezialisten aus Sachsen arbeiten brutal effizient. Wir sind jetzt gute zwei Wochen dabei. Die Hälfte der Brücke ist weg. Das ist schneller als erwartet. Und wir erhoffen uns, dass in den nächsten zwei Wochen die ganze Brücke weg ist. Die Abbruchspezialisten arbeiten schnell, ohne sich zu sehr stressen zu lassen. Denn die Arbeit direkt neben dem Neubau ist auch mit dem Bagger heikel. Knapp anderthalb Meter kann die Bestie ihr Maul aufreißen. Das sieht brutal aus. Aber Thomas Ortelt weiß, dass pure Gewalt auch hier keine Lösung ist. Drüben an der neuen Brücke ist es mit dem Hammer zum Beispiel gefährlich, weil dann kann es passieren, dass Teile auf die neue Brücke rüberfliegen, wo der Verkehr rollt. Dann kann ich also praktisch nur mit der Zange arbeiten, mit der Kombizange. Das ist eine, ja, wie man schon sagt, eine Kombizange, mit der kann ich Beton schneiden und aber auch Stahl. Der Stahl ist natürlich hier, dieses Federstahl, macht sich mit der Schere nicht so gut, weil der Stahl ist sehr zäh. Da drängeln wir die Messer mal auseinander. Dafür habe ich extra nochmal eine Stahlschere, eine reine Stahlschere, mit der ich dann die Spannstähle durchdreine. Die Sachsen ließen sich von einer Spezialfirma, den Hitachi ZX-870XXL Demolition, modifizieren. Bauleiter David Kloppe weiß, dass es nicht nur auf die Länge ankommt. Der Packer ist hier im Einsatz mit dem 30-Meter-Ausleger, weil wir hier ein relativ massives Stahlbeton-Bauwerk haben, wo wir halt bei 30 Metern immer noch mit einem Anbaugerätegewicht von 6 Tonnen arbeiten, was halt die Maschine in Deutschland eigentlich einzigartig macht. Normale Maschinen bei einer Auslage von 30 Metern haben ein Anbaugerätegewicht irgendwo von 2,5 bis 3 Tonnen. Und mit den 6 Tonnen können wir hier halt die Stahlbetonriegel von der Brücke knacken. Der Long-Front-Bagger ist deutscher Rekordhalter. Mit seinem 50-Meter-Ausleger eignet er sich besonders für den Abbruch in großen Höhen. Thomas Ortelt hat zunächst auf kleineren Geräten angefangen. An die Arbeit mit dem Long-Front-Bagger gewöhnte er sich schnell. Zwei Joysticks, wie im normalen Bagger auch. Ja, also hier links drehen, rechts drehen, ganze Maschine. Nach vorn ist mein Stiel, den ich damit bewege. Nach vorn geht er weg, nach hinten ziehe ich ihn ran. Diese Seite, nach rechts, nach links ist Löffelzylinder, auf, zu. Und nach hinten oder nach unten ist der ganze Arm. Also nach hinten heben, nach vorn senken. Dann habe ich hier links eine Wippe. Damit drehe ich mein Werkzeug. Und die rechte Wippe, damit kann ich es öffnen und schließen. Mit dem Teil wechsle ich meine Ausleger zum Beispiel. Dann kann ich hier oben umstellen. Jetzt haben wir Schnellwechsel 1, das ist der Werkzeugwechsler. Stell ich den auf Schnellwechsel 2, dann kann ich die Ausleger wechseln. Die sind hier programmiert. Oben ist halt für die Seite nochmal eine Kamera, dass man doch ein bisschen mehr sieht, weil hier drin... Das Biest ist zwar leistungsfähiger als herkömmliche Maschinen, es hat aber auch seine Nachteile. Er ist natürlich nicht so beweglich wie ein normaler Bagger, den man jetzt kennt, mit Schaufel und normalen Ausleger. Man muss halt, ich sage mal, sicherlich vorsichtiger umgehen mit dem Gerät. Das bedeutet, man kann sich nicht auf normale Hände herbewegen, weil er hat zum Ende ein Grundgewicht von 145 Tonnen. Dort braucht man schon irgendwo in gewissen Bereichen Sicherungsmaßnahmen für den Untergrund. Auf der Autobahnseite ist Thomas Ortelt fertig und kann anfangen, den Beton im ersten Unterzug zu schwächen. Die Kombizange braucht er erstmal dafür nicht mehr. Praktisch. Für den Gerätewechsel muss Thomas nicht einmal aussteigen. Er macht mit dem gigantischen Abbruchhammer weiter. Der Hammer arbeitet weniger filigran als die Zange, eignet sich aber besonders gut dafür, Beton zu zerkleinern. So ein fachmännischer Abbruch ist nicht billig. Wie überall im Baugewerbe steigt aber auch im Abbruchwesen der Kostendruck. Eine Entwicklung, die Polia Matthias Kluge mit Sorge betrachtet. Ich habe ja eine Verantwortung den Leuten gegenüber, dass man dann schon sagt, okay, was kann passieren, was kann nicht passieren. Man will ja auch, dass die Leute gesund und munter zu ihren Familien zurückkehren. Sicherlich macht man sich dann jeden Tag Gedanken, was kann ich schneller machen, was kann ich ökonomischer machen. Weil diese Baustellen, Bahnbaustellen, Brücken, sind in einem Zeitfaktor mittlerweile, wo man sagt, man hat keine Zeit mehr. Das ist das Riesenproblem. Innen sind die Unterzüge mit Spanngliedern verstärkt. Nur noch die Stahlseile halten den Betonträger zusammen. Matthias Kluge ist gespannt. Das ist jedes Mal ein kritischer Moment auch für uns. Darum mit sehr viel Gefühl muss der Baggerfahrer arbeiten, um das wirklich den richtigen Punkt zu erwischen. Dass wir dort gefahrlos die Brücke runterholen. Es ist ja schon mit der Maschine wirklich punktuell da reinzukommen. Und ich sage mal, es kann passieren, dass wir auch mal so ein Spannglied erwischen. Und eins ist nicht schlimm, aber wenn man mehrere erwischt, kann das dann schon mal passieren, dass dann unkontrolliert runterkommt. Aber es soll immer noch so runterkommen, dass uns nichts passiert. Auch Bauleiter Christian Gans möchte natürlich Unfälle vermeiden. An vorderster Front ist Thomas Ortelt als Baggerfahrer besonders gefährdet, falls Betonteile unkontrolliert herunterkommen. Aber Ortelt weiß, was er tut. Diese Brücke ist schließlich nicht das erste Bauwerk, das er abbricht. Auch auf die nächste Aufgabe ist er vorbereitet. Das ist zum Beispiel diese Gerberträger. Also diese zwei Stück, diese langen, das ist, ich sage mal, der erste, das geht immer noch. Dann ist noch irgendwo der Halt drin. Aber dann bei dem Hinteren ist es dann immer irgendwo, fängt er dann an zu kollabieren. Wenn man da irgendwo mit der Kombizange irgendwo in den Spanngliedern drin ist schon und das Ding kommt, dann geht man hinterher. Weil so schnell geht die Zange nicht auf. Und da muss man dann schon immer gucken, wo gehen die Spannglieder wieder hoch. Bis wohin kann ich mit der Zange arbeiten, weil ich dann merke, er wird langsam instabil. Dann gehe ich dort nicht mehr rein. Thomas Ortelt geht gelassen mit seinem Berufsrisiko um. Er weiß, was seine Maschine leisten kann. Klar ist es schon, teilweise ist es gefährlich. Aber ich sage mal, hier drinnen sitze ich eigentlich auch relativ sicher. Also da muss schon was Großes, was ganz Großes runterfallen. Wie gesagt, vorn Panzerglas, oben Panzerglas. Dieses Abbruch geht auch, ist auch speziell für die Maschine gebaut worden, was auch viel abkann. Ja, ansonsten. Ein bisschen Respekt sollte man schon haben, was man macht. Da oben, weil das meiste, was man da macht, kommt zu einem geflogen. Ist so. Geht leider manchmal nicht anders oder fast nie. Dass man da alles irgendwo seitlich weg oder nach hinten weg, fast nie. Da muss man schon ein bisschen überlegen. Der Longfront-Bagger ist nicht der einzige Bagger auf der Baustelle. Mit zwei etwa 38 Tonnen schweren Leichtgewichten zerkleinern und sortieren die Kollegen all das Abbruchmaterial, das Thomas von oben herunterholt. Schließlich muss jemand hinter der Bestie wieder aufräumen. Auch diese Maschinen sind mit speziellen Abbruchgeräten ausgestattet. Die Spezialisten gehen nach einem klaren Plan vor. Jetzt, nachdem wir mit dem Großen das Material so weit runtergebrochen haben, haben wir immer noch Stahl, Beton, also Moniereisen von Spannbeton, Beton durchmischt. Und die Bagger bereiten das jetzt auf, indem sie praktisch den Stahl von dem Beton trennen, indem sie das mit einem Pulverisierer pulverisieren. Damit wird das fast sauber, sodass es praktisch zur Wertstoffverwertung wieder zurückgeführt werden kann. Des Weiteren tun die Kleinbagger dann mit Magneten aufbereiten, weil das Material, da kommt eine große Brecheranlage, wird aufbereitet und bleibt hier vor Ort und wird wiederverwendet. Dann tun die Kleinbagger noch die restlichen Fundamente, die drin sind, zerstämmen, rausholen, sodass dann praktisch die neue Brücke wieder gegründet werden kann. Was aus den alten Brückenteilen wird, gibt der Auftraggeber vor. Die Bagger leisten lediglich die Vorarbeit. Für das Recycling wird spezielles Gerät hergebracht. Es gibt zwei verschiedene Maschinen, die wir besitzen. Das ist einmal eine Prallmühle bzw. ein Backenbrecher. Hierher kommt die Prallmühle. Dort sagt unser Auftraggeber, was er für eine Grundgröße haben möchte. In dem Fall möchte er eine 0 bis 80 haben. Dann werden die entsprechende Siebe eingesetzt. Die Brecheranlage, die wird dann von dem Bagger bestückt. Dann läuft das in das Werk rein, wird dann dort praktisch gebrochen, wird dann praktisch als in dem Fall 0,80 ausgespuckt. 0,80 ist die Grundgröße, die wir herstellen in dem Fall. Die längste Kante hat acht Zentimeter. Thomas Ortl schwächt weiter den ersten Unterzug. Seit 2011 demoliert er mit dem Longfront-Bagger Gebäude und Brücken in der ganzen Bundesrepublik. Von Anfang ist Ortl Stammfahrer der Maschine. Das macht man stolz, klar. Man hat immer ein Publikum. Guckt jeder. Das sieht man nicht jeden Tag. Spaß macht es nicht immer. Man hat manchmal knifflige Sachen, wo man am liebsten aussteigen würde und sich auch dahinter stellen würde, wo die alle zugucken. Und dann mal sagen, komm, mach, tu mal. Aber ja, am Ende hat es alles seine Vor- und Nachteile. Wenn ich auf einem kleineren Bagger sitze, dann habe ich manchmal Arbeiten, die mir keinen Spaß machen. Das ist hier genauso. Manchmal gibt es Tage, wo die, zum Beispiel wenn umgesetzt wird, wird die Tieflader alle kommen. Weil da nicht immer alles so hinhaut, wie es soll. Das ist dann manchmal nervig. Die heikelste Aufgabe steht Ortl noch bevor. Hat der Baggerfahrer heute Grund zur Freude? Im Elsass baut ein namhafter Konkurrent ähnlich leistungsstarke Longfront-Bagger. Jährlich werden in Colmar etwa 2000 Raupenbagger aller Art ausgeliefert. Bevor eine Maschine das Werk verlässt, wird sie gründlich durchgecheckt, damit das Gerät den Kunden in Top-Zustand erreicht. Philipp Obrecht ist Mechaniker und kontrolliert jeden Schlauch und jede Schraube noch einmal nach. Hier machen wir einen Streif. Ich würde sagen, dass man die Schraube festmachen will. Und dann, wenn sie gezogen ist, ist der Streif auf eine andere Position. Dann ist man sicher, dass die Schraube fest ist. Das wird dann überall auf der ganzen Maschine so gemacht. Und zweimal nachgeschaut, dann sind wir normalerweise sicher, alles ist okay. Diese Maschine wurde nach Norwegen verkauft. Der R960 ist einer der leistungsstärksten Abbruch-Bagger der Franzosen. Dieser Ausleger kann mit Anbaugeräten von 3,5 Tonnen bestückt werden. Ganze 32 Meter ist der Arm lang, was für den Mechaniker viel Arbeit bedeutet, denn das Gerät wird hydraulisch betrieben. Obrecht muss viele Schläuche kontrollieren. Fällt ihm etwas auf, braucht er keinen Mechaniker. Obrecht ist fit an der Maschine. Das machen wir alles selber. Wir machen die Maschine von vorne bis am Ende. Und so ungefähr vier Personen arbeiten auf der Maschine von Anfang bis am Ende. Dann entweder ich oder meine Kollegen, wenn die nach der Mittagsschicht arbeiten, dann machen sie weiter. Filippo Brecht hält die Ergebnisse der Kontrolle ganz genau fest, damit seine Kollegen keine doppelte Arbeit machen müssen. Jetzt ist soweit alles in Ordnung. Jetzt muss ich Kontakt mit der Maschine machen, elektrisch testen machen und dann Motor anmachen und schauen, ob noch alles klappt. Im Abbruch-Gewerbe ist die Unfallzahl dreimal so hoch wie in anderen Bauberufen. Für die Sicherheit wurde bei diesem Bagger ein neu entwickeltes Computersystem eingebaut. Das ist das LTC-System. Dann kann man sehen, Position für die Maschine. Dann kann man sehen, dass der Ausrüstung ganz aus ist. Dann sieht man von oben, wo man ist. Hier haben wir so ein Wasserwogen. Dann kann man sehen, ob der Bagger gerade ist oder nicht. Und hier vorne die Kamera ganz am Ende auf dem Stiel. Direkt neben der Werkshalle befindet sich das Schulungszentrum des Baumaschinenherstellers. 1000 Service-Mitarbeiter werden hier jährlich weiter qualifiziert. Wir haben verschiedene Kodierstecker. Dieser Kodierstecker sagt meiner Elektronik, mit welcher Umstrichung ich habe zu tun. Dann wird Thierry seinen Laptop anhängen und kann sein Fahrer durch ein Wizard-Fenster die Fehlersuche durchführen. Moderne Long-Front-Bagger unterscheiden sich von älteren Geräten vor allem in einem Punkt. Der Unterschied ist, dass dieses große Geräte mit viel elektronisch ist. Zum Beispiel die Überwahrung, um sicher zu sein, dass der Fahrer in Sicherheitsarbeitsbedingungen arbeitet. Das ist die meinte elektronische, die am Gerät ist. Sonst gibt es keinen großen Unterschied mit dem anderen Produkt, nur die Überwahrung. Du hast sie nicht umgekehrt. Gut, Thierry? Ja, gut, Sir. Dankeschön. Wie Sie dort hinten sehen können, das ist ein von unseren älteren Systemen. Hier zum Beispiel gab es noch keinen Bildschirm. Aber man hat gesehen, wie das Gerät steht, wie weit er steht mit seiner Ausrüstung, mit nur so kleinen Läden. Jetzt haben wir einen Bildschirm und wir sehen ganz genau, das Gerät steht und wo er steht. Bei so viel Elektronik muss man erst mal durchsteigen. Während die Servicetechniker weiter fleißig büffeln, kontrolliert Philipp Obrecht, ob seine Maschine so funktioniert, wie sie soll. Dafür zerstört der Mechaniker nichts mit dem Bagger, sondern checkt nur die Grundfunktionen. Jetzt kann man Maschine einmachen. 340 PS hat der Bagger unter der Haube. Der Fahrer kann seine Kabine um 30 Grad kippen. Trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen wie Integralschutzgittern ist so eine Schräglage sicher nicht jedermanns Sache. Obrecht kennt sich mit vielen Baggern aus. Longfront-Bagger sind aber sehr speziell. Man muss immer probieren, immer weiter gehen. Manchmal hat man Angst mit so einer Maschine, wenn die Ausrüstung ganz in die Höhe ist. Am Anfang ist das ein bisschen komisch, aber man verwöhnt sich drauf und das geht. Das geht kein Problem. Sowieso, die ganze Sicherheitssysteme sind geprüft jedes Mal, kann fast nichts passieren. Der Hydraulikarm besteht aus drei Teilen. Zwischen Abbruchstiel und Abbruchausleger steckt ein Zwischenstück. Mithilfe seines elektronischen Helfers behält Obrecht den Arm jederzeit komplett im Auge. Und hier sieht man jetzt, wo Ausrüstung steht. Der R960 hat einen sehr langen Arm. Der Oberwagen ist allerdings mit einer Länge von 4,28 Meter sehr kompakt gebaut. Damit trägt er den Anforderungen Rechnung, die sich für Abbruchbagger in den letzten Jahren sehr verschärft haben. Dass weniger COO auskommt und so weiter. Maschine kürzer wegen dem Transport. Aber längere Arm, damit man höher arbeiten kann. Jetzt bin ich fertig. Alles ist geprüft. Elektrik, Hydraulik, Ausrüstung geht, alles. Jetzt kommt die Maschine raus. Und dann kommt sie nochmal auf der anderen Seite. Die ganze Farbe, alles wird sauber gemacht. Die Türen kommen dann drauf. Wird die Maschine geklebt. Und dann wird es auseinander gemacht. Und dann müssen wir warten. LKW kommen und geht die Maschine fort beim Kunden. Für den Transport schiebt Ubrecht die Kettenfahrwerke hydraulisch zusammen. Sonst passt der Bagger nicht durchs Tor. Serienproduktion gibt es in Kolmar nicht. Alle Abbruchbagger sind auf den jeweiligen Käufer genau abgestimmte Sonderanfertigungen. Dieser Bagger für einen Kunden aus Deutschland ist besonders leistungsstark. Vor der Auslieferung werden noch einmal wichtige Grundparameter eingestellt und letzte Funktionstests absolviert. Kundenbetreuer Philipp Böhrer weiß genau, welche Anforderungen seine Kunden an das Produkt stellen. In Deutschland gibt es ja diesen ganzen Brückenabbau im Moment, wegen der Brückenbeschädigung. Und solche Geräte kommen dann mit riesengroßen Werkzeugen, um diese Betonbrücken zu abbauen. Abbruchunternehmer brauchen inzwischen so schweres Werkzeug. Denn sie stehen vor einem ganz wuchtigen Problem. Wir haben schon bei unserer neuen Baureihe größere Werkzeug gemacht. Da muss man wissen, die Beton gegenüber früher, die sind stabiler. Und damit muss man mehr Kräfte haben, die zu abbauen. Weil da kommen wir jetzt bei den Gebäuden von den Jahren 70er, wo wir abbauen im Moment. Und das Beton ist schwieriger eigentlich kaputt zu machen, sag ich mal so. Bei einer Auslegerlänge von 25 Metern ist der Kraftprotz in der Lage, ein 9,5 Tonnen Anbaugerät zu tragen. Zudem ist dieser Bagger so klein wie möglich konstruiert. Denn europäische Innenstädte sind sehr eng gebaut. Deshalb hat sich auch ein anderer Bagger zum Verkaufsschlager entwickelt. Der R920 hat zwar deutlich weniger Reichweite, ist dafür aber ein äußerst kompakter Allrounder. Bei allen Baggern hat der Hersteller ein spezielles, selbstentwickeltes Hydrauliksystem eingebaut, mit dem der Wechsel von Anbaugeräten in wenigen Minuten möglich ist. Hier kommen diese zwei Bolzen auf jeder Seite hydraulisch rein. Dann können Sie das Löffel am Platz lassen. Und wenn jetzt auf der anderen Seite ein normaler Löffel ist oder eine Schere, eine Zange, dann hangen die Bolzen raus und ist alles automatisch, hydraulisch und mechanisch geschlossen. Auf 140.000 Quadratmetern bauen 1250 Mitarbeiter komplette Bagger. Jean-Baptiste Meunier kümmert sich um den Ausleger für eine neue Abbruchmaschine. Der Mechaniker muss verschiedene Teile für das Hydrauliksystem schweißen. Das ist eine Stütze. Man kann die Abrissarme auf dieser Stütze ablegen, wenn man zwar einen größeren oder kleineren Arm wechselt. Und man kann die Brüder für eine Dämolition ändern. Und hier ist es um die Stütze zu verändern. Und hier ist es um die Stütze zu verändern. Die Brüder stellen auf einem Stütze, die Brüder. Und dann werden sie verändern und nehmen einen anderen, kleiner oder größer. In so einem Bagger steckt viel Handarbeit. Meunier sollte sich nicht vermessen, wobei Genauigkeit relativ ist. Das ist nicht sehr genau. Ich benutze auch nur Kreide. Meunier fixiert die Teile auf dem Auslegerarm, um mit dem nächsten Arbeitsschritt fortzufahren. Ich habe jetzt alle Platten richtig hingelegt und schweiße sie jetzt. Jean-Baptiste Meunier kümmert sich ganz alleine um den Ausleger. Für den kompletten Arm benötigt der Mechaniker anderthalb Wochen, bis alles fertig ist. Meunier versucht sich nicht zu hetzen, denn beim Schweißen darf er keine groben Fehler machen. Das Wichtigste ist, dass das Teil am richtigen Platz bleibt. Dafür gibt es eine Toleranz von ungefähr drei Millimetern. Denn wenn nicht, muss man das Teil noch einmal abnehmen und überarbeiten. Jean-Baptiste Meunier kann sich nichts Schöneres vorstellen als einen anstrengenden Job. Ich mag meine Arbeit gerne. Jeden Tag gibt es etwas Neues. Ich weiß nicht, dass es interessant bei Null anzufangen und am Schluss kommt etwas dabei heraus. Außerdem je größer das Teil, desto interessanter ist es. Und danach, wenn man in der Montage, in der Verarbeitung sieht, wozu das benutzt wird, das ist doch toll, oder? Bevor die Endmontage erfolgen kann, landen die Einzelteile in der Zerspanung. Jean-Marc Mendlain bringt seine Drehbank in Position. Er bearbeitet den Unterwagen, auf denen später Oberwagen und Ausleger montiert werden. Jährlich verarbeiten die Franzosen 6.000 Tonnen Stahl. Mendlain bearbeitet das Teil so weit, dass es um die Endmontage kann. Jetzt machen wir weiter mit dem Fräsen von Motor, Ausfräsen, Motorauflage. Und dann, wenn das gemacht ist, wird gebohrt und gewinnt geschnitten. Und dann die Durchschmesser bearbeitet, dann ist das Teil fertig. Die Maschine ist zwar schon Jahrzehnte alt. Mendlain kann sich allerdings auf aktuelle Computertechnik verlassen, um genau arbeiten zu können. Und er muss wirklich sehr genau sein. Die Durchschmesser, das sind der H7, das ist zwischen 0 und plus 5 Hundertstel Toleranz, sonst hat der Park zu viel Spiel. Einen Tag braucht Mendlain für das Fräsen. Danach können beide Teile für den Unterwagen zusammengefügt werden. Derweil ist ein anderer Bagger schon bereit für die Auslieferung an den Kunden. Philipp Obrecht schaut noch einmal nach, ob alles gut verteut ist. Dieser Vorteil von so einer Abholmaschine kann man hoher arbeiten vom Boden. Das ist der richtige Vorteil. Sonst muss man schauen, dass man Grund bringt oder Material bringt für eine normale Maschine. Wenn man die Maschine höher machen und dann anfangen an zu arbeiten mit dieser Maschine, kann man von unten bis jetzt mit 1,60 bis 35 Meter. Ausleger, Kabine und Unterwagen werden getent ausgeliefert. Philipp Obrecht ist zufrieden. Dieser Arm kann so rausgehen. Jetzt ist Ausrüstung bereit für Transport. Jetzt muss man ihn gerade noch in die Höhe machen mit dem Kran, auf dem LKW stellen und Richtung Hunde. Für uns ist jetzt alles in Ordnung. Geklebt ist der, alles ist sauber. Noch eine letzte Prüfung, nochmal schauen, ob alles am Platz ist und ob man nichts kaputt gemacht hat. Beim Stellen kann auch mal vorkommen, normalerweise nicht, aber kann immer einmal vorkommen. Das ist für uns alles in Ordnung. Die meisten Geräte aus Colmar bleiben in Frankreich oder gehen nach Deutschland. Dieser gelbe Riese wird schon in wenigen Wochen Altes zerstören und Platz machen für Neues. Bei Schweinfurt beginnt der nächste Tag früh mit einer Speziallieferung. Ein weiterer Bagger wird gebracht, während The Beast of the East schon wieder an der Brücke knabbert. Gestern stand das neue Gerät noch auf einer Baustelle in Sachsen. Die knapp 300 Kilometer hat der Tieflader mit der neuen Maschine über Nacht zurückgelegt. Es läuft jetzt so, der Tieflader wird entladen, die Ketten sind alle abgemacht, damit sich die Zugmaschine von dem Tieflader abhängen. Dann fährt der Bagger runter, dann schiebt der Tieflader die Zugmaschine wieder an den Tieflader ran, fährt zusammen auf 2 Meter zu kurz, dass ich dann, und dann reißt er wieder ab. Der Großbagger wurde auf der Baustelle schon erwartet. Eine Motorleistung von 367 PS und eine Reichweite von etwa 11 Metern sind die beeindruckenden Eckdaten des Zaxis 490. Seine Brechkraft von fast 300 Kilo Newton ist fast 30 Mal so stark wie der Biss eines ausgewachsenen Alligators. Der Bagger hat eine Gesamtmasse von 50 Tonnen. Damit kann er ein größeres Anbaubringen anbauen. Sprich, die kleinen Bagger haben einen Hammer dran von circa 2,5 Tonnen, wo der 50 Tonner ein Anbauwerkzeug von 5,5 Tonnen dran bauen kann. Und damit ist die Schlagkraft besser, um den Beton schneller zu zerkleinern. Zudem wird der Bagger ganz zum Schluss die Zerstörung der Brückenpfeiler übernehmen. Bis seine eigenen Anbaugeräte geliefert werden, muss er sich Schere und Hammer mit dem Longfront-Bagger teilen. Erst mal in Ruhe ankommen, geht nicht. Dafür ist zu viel zu tun. Also der Saxis 490, der trennt jetzt praktisch den Spannstahl, Moniereisen, schneidet es auf Containerlänge, sodass wir es verladen können. Und bereitet den Beton weiter auf, sodass am Montag die Brechanlage das Material brechen kann in die gewünschte Grundgröße, was unser Auftrittgeber haben möchte. Die Stahlschere wird hydraulisch mit einem Druck von bis zu 350 bar betrieben und schließt sich in 2,9 Sekunden. Besonders sensible Menschen werden für diese Aufgabe nicht gebraucht. Feingefühl ist hier überflüssig. Das ist eigentlich pure Gewalt. Er muss bloß wissen, okay, wie nehme ich den Spannstahl auf? Wo muss ich Ansätze zum Schneiden? Da muss er schon ein bisschen gucken, aber wenn er dann zusammendrückt, ist es rohe Gewalt. Währenddessen kommt immer mehr Nachschub von oben. Thomas Ortelt hat den ersten Unterzug schon stark geschwächt. Um an die Spannglieder in der Mitte heranzukommen, muss er aber noch mehr Beton abtragen. Das ist jetzt ein kritischer Moment, weil wir den ersten Unterzug fast durch haben und wir die unteren Spannseile freilegen. Da laufen wir Gefahr, dass praktisch, wenn wir den durch haben, hinten der Querriegel, der auf der Säule aufliegt, verdreht, runterrutschen kann und den zweiten Unterzug mit hinterherziehen kann. Darum, das ist die Geschichte, an der wir mit Fingerspitzengefühl rangehen müssen, wo der Baggerfahrer auch sehr viel Fingerspitzengefühl haben muss. Wir können das nicht genau abschätzen, ob das passiert, ob es nicht passiert. Das ist wirklich unterschiedlich, weil ja auch der Unterzug jetzt eine gewisse Schwingung aufnimmt, wenn wir praktisch reinweißen und die Unterzüge dafür nicht konstruiert sind. Bis jetzt hat Thomas Ortels keine großen Probleme, den Stahlbeton sicher nach unten zu befördern. Den Unterzug hört er fast durch, fehlen nur noch kleine Aussteifungen links und rechts. Das ist dann halt immer das letzte Stückchen, was wir wegnehmen, was die Spannstelle dann nicht mehr halten können, weil ja der Verbund, die Spannstelle sind ja aufgebaut wie ein Seil. Umso viele kleine Ardern halten ganz viel und umso wir mehr das schwächen und dann bloß und einzelne Ardern haben und dann die Last zu hoch ist, reißen die halt. Matthias Kluge ist fürs Erste sehr zufrieden. Aber das Wichtigste kommt hier erst noch. Die knüfligen Spannstähle, die sich durch hohe Elastizität und besondere Härte auszeichnen. Bis jetzt läuft alles wie geplant. Wir beißen jetzt unten die bisschen Aussteifung noch zurück und dann werden die Spannseile oben an dem letzten Querriegel getrennt mit der Schrottschere. Es zeigt sich, das bisschen Stahl ist für die rund fünf Tonnen schwere Schere kein großes Problem. Thomas Ortelt kann zufrieden sein. Fehlt nur noch ein wenig Nacharbeit, dann kann er zum zweiten Unterzug übergehen. Das wird komplizierter werden. Währenddessen räumen die kleineren Bagger weiter auf. Hier kommen sogenannte Baggergreifer zum Einsatz. Auch der 50-Tonner bekommt jetzt seine Anbaugeräte angeliefert. Die Baggerschaufel kann wie Hammer und Zange hydraulisch bedient werden. Das Abladen übernimmt aber einer der kleineren Bagger. Schaufel, Zange, Hammer sind die klassischen Werkzeuge eines Abrissbackers. Viel zu beachten gibt es beim Abladen nicht. Ja, man muss versuchen, dass man die gerade anheben tut. Weil, dass sie nicht so schief hängen, wenn man die anhebt. Die Bagger nehmt ihr dann selbst auf. Aber jetzt ist das nicht so, dass man die gerade, wenn es geht, dran hängt. Thomas Ortelt hat einen von zwei Unterzügen zerstört und gönnt sich jetzt erst einmal eine Pause. Der Baggerfahrer nutzt die Zeit, um sich um seine Werkzeuge zu kümmern. Die werden stark beansprucht und müssen deshalb zwischendurch immer mal wieder überprüft werden. Und das ist eine sogenannte Kombischere. Größenordnung CT6000 ist das. Die große Stärke der Kombizange ist, dass sie mit einer Brechkraft von 180 Tonnen nicht nur Beton, sondern auch Stahl zerstören kann. Also der untere Bereich ist zur Hälfte sogar, mit dem breche ich den Beton auf bis hierher. Vor allem gerade bei diesem Spannstahl versuche ich halt wirklich immer nur bis hierhin in den Beton reinzugehen, dass ich den Spannstahl nicht mit den Messern erwische. Weil, wie gesagt, die Zange hat auf der Seite keine Führung, wenn ich schneiden tue. Ich schneide da einfach nur drüben mit den zwei Schneiden. Das ist der Bereich. Und wenn ich diesen zehn Spannstahl dort versuche zu schneiden, dann drängelt mir das an diesen Bolzen. Das heißt, die Zange geht auseinander, verwindet sich. Und machen mir dadurch, drin diese Büchsen kaputt, inklusive Bolzen. Thomas Ortelt kennt die Stellen, die besonders stark beansprucht werden. Ja, man sollte gucken nach Rissen, ob sich Risse irgendwo bilden, ob die Zähne alle dran sind. Geht manchmal einer verloren. Passiert, bleibt mal am Eisen hängen, reißt die Schraube weg. Und da bricht einfach so ab, gerade bei diesem Brückenbeton. Nach dem Messer schauen, dass Schrauben alle drin sind. Die ganzen Befestigungen nachgucken, dass die Schrauben, die werden dann auch manchmal locker. Aber man hört es ja, wie die Zange zugeht, was da für Kräfte wirken. Ja, und halt abschmieren. Das ist auch noch fett. In den Anbaugeräten sind hydraulische Wechselsysteme verbaut, die einen bequemen Wechsel der Werkzeuge ermöglichen. Nachteil, sie sind wartungsintensiv. Das Wechselsystem nennt sich Ölquick. Das heißt, ich kann von drinnen, von der Kabine aus, vorausgesetzt alles in Ordnung und sauber, kann ich das komplett automatisch von innen wechseln. Das heißt, ich fahre diesen Wechseler auf. Der schiebt sich hier. Schiebt sich dann das Gegenstück, was am Bagger ist, schiebt sich über diese Stecker, so genannt. Und ist automatisch dann hydraulisch verbunden mit der Maschine. Meistens wird der Hammer für die Vorarbeit in den Bereichen der Stützpfeiler eingesetzt. Dort ist der Beton besonders hart. Der Abbruchhammer HB 4700 verteilt harte Schläge in hoher Frequenz. Der 80 Zentimeter lange Meißel wird durch eine Stickstoffblase im Hammer betrieben, die hohen Druck erzeugt, wenn sie sich aufbläst. Thomas Ottelt macht sich bereit für den nächsten Ritt auf dem Beast of the East. Schließlich soll heute noch der zweite Unterzug dran glauben. Zunächst schnappt der Baggerfahrer sich noch einmal die Kombizange für letzte Nacharbeiten am ersten Unterzug. Im mittleren Bereich ist der Beton nicht ganz so fest. Die Zange das ideale Werkzeug, um Beton und Stahl zu zerstören. Obwohl die Bestie aus dem Osten keine Schönwettermaschine ist, macht ihr die klirrende Kälte heute ein wenig zu schaffen. Temperaturen von minus 15 Grad sind ein echter Härtetest für den Hydraulikbagger. Für Bauleiter David Klappe hat sich der Longfront-Bagger dennoch bereits bewährt. Man kann mit dem Bagger eigentlich bei Wind und Wetter arbeiten. Das ist eigentlich egal. Er ist ja nicht anfällig auf Strom oder auf Regen. Das Einzige, was ihn zu schaffen macht, sind halt Temperaturen, die unter 10 Grad minus gehen. Dort macht halt die Hydraulik, ich sag mal, die Vorgänge etwas langsamer, weil das Öl bei der Länge des Auslegers einfach nicht die Temperatur erreicht, die sie haben müsste, um die Anbauwerkzeuge vernünftig auf und zu gehen zu lassen. Das merkt man heute ja. Die Zange zum Beispiel, die jetzt dran hat zum Abbrechen von den Betonbalken, die geht natürlich bedeutend langsamer auf und zu als halt bei Temperaturen um die 10, 15 Grad. Jetzt wird es haarig. Thomas Ortl setzt seine Bestie auf den zweiten Unterzug an, der Dichter an der Autobahn ist. Kein Teil darf unkontrolliert abstürzen. Routine kann man sich nie erlauben. Weil wenn eine Routine reinkommt, kommt eine Leichtsinnigkeit rein. Und bei Leichtsinnigkeit passiert meistens der größte Blödsinn. Und das können wir uns absolut nicht leisten. Darum müssen wir jedes Projekt wirklich neu angehen, frisch, fröhlich rangehen und das abbrechen. Diese äußerst vorsichtige Einstellung hat ihren Grund. Im Abbruchgewerbe passieren etwa 1600 meldepflichtige Arbeitsunfälle pro Jahr. Der Plan für den zweiten Unterzug sieht anders aus als das Vorgehen bei dem ersten Betonträger. Thomas Ortl zerknabbert zwar auch dieses Bauteil mit der Kombizange, aber nicht komplett. Ich habe das Teil von oben her geschwächt. Das heißt, stückchenweise in der Länge lang einfach erleichtert. Und irgendwann kommt man dann in den Bereich, ab der Hälfte, wie ich schon mal sagte, dass ich die Druckzone, dass ich die zu sehr zerstöre. Das heißt, das Gewicht, was drüben auf der Stütze noch hing, das ist dann zu stark und drückt ganz einfach den restlichen, den verbliebenen Binder einfach kaputt. Mehr als 250 Tonnen Stahlbeton sollen herunterfallen, wie geplant. Ortl ist mittendrin. Wichtig, dass jetzt nichts schief geht. Gelingt es Ortl, den Unterzug planmäßig zu zerstören? Geschafft. Das Werk der Zerstörung gelang bilderbuchmäßig. Nur noch Reste des Stahlbetons müssen sicher zu Boden gebracht werden. Bis hierhin ist alles gut gegangen. Jeder andere Verlauf hätte Thomas Ortl auch überrascht. Der Baggerfahrer bleibt ganz cool. So wie ich es gedacht habe, ist es passiert. Das ist das, was wir vor uns gesehen haben. Ich habe den bis zur Hälfte gemacht. Dann habe ich schon gemerkt, okay, jetzt fängt er schon irgendwo ein bisschen an zu reisen nach unten. Das ist für mich dann ein Zeichen, okay, jetzt brauchst du nur noch mal ganz kurz ein bisschen ankneipen und dann bricht das Ding runter. Erleichterung macht sich breit. Die Männer haben aber noch viel Arbeit vor sich. Denn die gesamte Brücke ist etwa 230 Meter lang. Vorarbeiter Matthias Kluge blickt optimistisch in die Nahezukunft. Bis jetzt ist es so gelaufen wie geplant in dem Teilstück. Ich denke, dass die anderen Teilstücke sich jetzt auch mittlerweile so weiterentwickeln werden, weil wir jetzt die Erfahrung aus den ersten Feldern mitgenommen haben, wie weit wir gehen können in jedem Feld. Das wird weiter so reibungslos abgehen. Einen reinen Bürojob kann sich Kluge nicht vorstellen. Er liebt den Adrenalinkick und die kindliche Freude am Kaputtmachen. Wenn etwas Schönes passiert, dann freuen wir uns sicherlich, weil das hast du in keinem Bürojob. Wenn dann mal wirklich so etwas Spektakuläres passiert, die Pfeiler umfallen oder es kann doch mal etwas unkontrolliert runtergehen. Und wenn das gut gegangen ist, dann freut man sich dann sicherlich schon, dass man sagt, Mensch, das fahr doch mal aus. Da hat es geraschelt, sagen wir dann immer. Arbeitslos werden Matthias Kluge und Kollegen nicht so schnell, denn es warten noch hunderte marode Brücken und Gebäude auf ihren Abriss. Es ist jedes Mal ein kritischer Moment auch für uns. Darum mit sehr viel Gefühl muss ja der Baggerfahrer arbeiten. Der Tunnel ist fertig und den habe ich mitgebrochen. Nur nach Gefühl geht das. Und den Rest machen mit Kraft und Brechstang. Ein Bürojob wäre überhaupt nichts für mich. Also den ganzen Tag irgendwo drin zu sitzen, da bin ich wirklich froh, dass ich draußen bin. Die sind dann schon immer wieder faszinierend, was die da noch mehr schaffen. Bayern. Knapp 600 Meter über Normalhöhen Null ist alles ganz friedlich. Der Tennisberger Wald in der Oberpfalz ist in morgendliche Ruhe getaucht. Edmund Volker wird diese Idylle gleich stören. Er ist Harvesterfahrer oder auf Deutsch Erntemaschinenfahrer. Sein Baumschubser ist etwas Besonderes. Ein Raupenharvester mit extra langem Arm. Volker macht seine Maschine klar. Da ist der Aufstieg für die Maschine drin. Und Magneten und der Batteriehauptschalter, ob der eingeschaltet ist. Und das muss ich in der Früh immer machen. Auf dieser Seite ist schon mal alles in Ordnung. Drüben hat man einen Motor. Da muss ich auch das Öl kontrollieren schnell. Für diesen Check muss Volker fit sein. Denn Öl prüfen setzt zunächst eine kleine Kletterpartie voraus. Immerhin sind schon die gewaltigen Raupenschiffe knapp 1,30 Meter hoch. Ansonsten gestaltet sich die Aufgabe nicht viel anders als bei einem Auto. So gut. Nach etwa 10 Minuten ist die Morgenroutine abgeschlossen. Jetzt kann es losgehen. Volker hat Zeitdruck, denn er muss heute knapp 300 Festmeter oder gut 150 Bäume fällen. Doch in der Ruhe liegt die Kraft. Der Harvesterfahrer bringt seinen Hannibal T50 auf Touren, das ist der Name seiner Maschine, und setzt den 2,3 Tonnen schweren Harvesterkopf in Bewegung. Das geht bequem mit Joysticks. Also die Maschine wird mit den zwei Joysticks bedient. Das ist einmal mit dem Kran. Das sind die Bewegungen hinten vorne, links, rechts, die ganze Maschine. Und mit den Tassen an den Joysticks bediene ich den Harvesterkopf. Öffnen, schließen, Messer einzeln öffnen, schließen. Je weiter ich den ziehe, umso schneller geht die Bewegung. Also es ist schon so, wie ich die ansteuere, sanft oder schnell, so bewegt sich auch die Maschine. Ja, da habe ich dann auch die Pedale, vorwärts, rückwärts, einzeln, die Ketten. Und da bediene ich den Stammhalter, dass ich meinen Baum in der Senkrechten halten kann. Bevor Edmund Folger Bäume fällen kann, muss er zunächst einen Eingang ins Gehölz finden. Mit seiner Maschine darf er nur in bestimmten Waldbereichen fahren, um den Unterwuchs zu schonen. Denn junge Fichten brauchen etwa 20 Jahre zum Wachsen. Der Harvesterfahrer steuert seine Maschine durch sogenannte Rückegassen, die er extra für diesen Zweck eingerichtet hat. Mit dem 15 Meter langen Arm kommt er links und rechts an alle Bäume ran. In diesem Bereich fällt Folger Fichten. Welche Bäume weichen müssen, das hat ihm der Förster vorgegeben. Ganz viel Gefühl muss Folger aufbringen, denn auf sein Schneidgerät hat er nur bedingte Sicht. Der erfahrene Harvesterfahrer weiß aber genau, worauf er achten muss. Ja, es gibt einen kleinen Ruck, wenn er ab ist. Und du musst halt aufpassen, dass der Harvesterkopf den Baum auch richtig in der Zange hat. Dass die Säge richtig durchkommt durch den ganzen Stamm, dass er den auf einem Mal abschneiden kann. Und dann muss man halt auch das können, dass halt der Baum ziemlich in der senkrechten gehalten wird, dass er nicht wegkippt. Mit dem Holzvollernter geht die Arbeit erheblich schneller als mit der Handsäge. Ruckzuck ist der Baum portioniert. Das liegt auch daran, dass die Maschine mitdenkt. Folger bereitet das Holz schon in der Rückegasse auf. Das macht die Maschine, ja. Das ist ein Computer, dem kann ich die Längen vorgeben, den Diameter, die Größe von der Stämme, wie ich es machen darf. Und da fährt er automatisch auf die Länge hin. Und ich gebe ihm nur noch den Befehl zum Kappen. Das ist praktisch die Länge, das ist ein Durchmesser. Und wenn das grüne Licht kommt, ist er sägebereit. Bei rotem Licht ist die Säge ausgefahren. Jetzt fährt er wieder auf der Länge, rotes Licht, sägebereit. Er kann nicht sägen. Innerhalb weniger Minuten schneidet Folger die Stämme nicht nur auf Länge, sondern entastet sie auch direkt. Hermann Geilinger hat die Harvester der Baureihe Hannibal konstruiert. Dieser Koloss ist eine Weiterentwicklung und die er zum ersten Mal im Einsatz. Die Idee kam dem Bayern, weil er einen konkreten Bedarf erkannte. Jetzt möchte der Entwickler wissen, wie sich Hannibal T50 bewährt. Was gibt's zum Sagen, wie läuft's? Gut. Wie läuft die Hubkopf? Wie schaut's aus? Standfestigkeit? Sehr gut. Sehr starke Bäume schon rausgehebt. Selbst die, die der Förster gemacht hat, die schaffe ich nicht. Und trotzdem rausgegangen. Ja, das ist natürlich auch interessant, weil die Buche ja immer mehr kommt. Angefangen haben wir zum Bauen von diesen Hannibals vor 20 Jahren. Das waren dann umgebaute Baubacker mit einem riesigen Schwenkradius hinten draus, um die Standfestigkeit zusammenzubringen. Dann haben wir bei den zweiten haben wir dann versucht, auch die Laufwerke zu verbreitern. Aber wir konnten keine Berge fahren. Wir konnten also nur auf der Ebene da hinfahren, bis zu einer Steigung und haben dann so Abräumungen gemacht. Und darum kam die Entwicklung, die Maschinen kompakter zu machen, in der Durchforstung drin zu fahren, keine Flächenräumungen mehr zu machen, sondern gezielt einen Stamm nach dem anderen, wie eine Durchforstung. Und so entscheidet der Förster, wie oft er reinfährt, alle Jahre, alle fünf Jahre, alle zehn Jahre, um den Zielstamm zu nehmen und wann er eine Kompletträumung machen will. Die Überlegungen waren die, wie kann ich Holz ernten, ohne den Unterwuchs, den Naturwuchs zu erkappt zu machen. Und das ist mit diesem System gelungen und mit diesen Weiterentwicklungen der Maschinen natürlich immer mehr. Von einer kleinen Halle in Bogen bei Straubing aus starten die bayerischen Hannibals ihren Weg über die Berge. Hier werden diese Harvester gebaut. Wer einen Holzvollernter kauft, bekommt einen umfangreichen Kundenservice dazu. Michael Bartsch wartet ein Gerät, das zufällig gerade in der Nähe im Einsatz war. Gut für ihn, denn normalerweise muss er dafür in den Wald. Dem Mechaniker wurde vom Fahrer ein Leck gemeldet. Die Ursachensuche beginnt. Ich baue quasi einen gewissen Druck auf und wenn er den jetzt auf Sichtprobe im Endeffekt nichts mehr sehe und er den Druck quasi jetzt verlässt und ungefähr in einer halben Stunde die 0,5 Bar dann verlässt, dann weiß ich, muss ich noch woanders weitersuchen, irgendwo doch ein Schlauch und nicht wäre. Jedes Teil schaut sich der Mechaniker genau an. Alle 500 Stunden inspizieren Bartsch und seine Kollegen die Maschinen der Kunden. Bei jeder Wartung muss man quasi noch die Panolin-Filter, generell alle Filter tauschen, aber Panolin-Filter ganz wichtig, weil alle unsere Maschinen fahren mit Bioöl. Es hat quasi Bioöl, hat die schlechte Eigenschaft, dass es quasi hyproskopisch ist. Das heißt, es zieht Wasser an und dafür haben wir unsere Panolin-Filter drin, die zieht quasi das Wasser aus der Hydraulik raus im Endeffekt. Die Bayern bauen die komplette Maschine. Bei den Wartungsarbeiten zahlt sich das später aus, denn an so einem Gerät kann viel kaputt gehen. Routine gibt es bei dem Job eigentlich gar nicht, weil du hast immer was Neues. Vor allem bei der Maschine, die gibt es halt nur einmal im Endeffekt. Und da hatte ich die Ehre gehabt, dass ich von Anfang an mit dabei war bei der Maschine. Und das ist natürlich was Schönes, weil ich weiß, wo jede Schraube ist, ich weiß, wo jede Mutter ist, also ich kenne mir da schon gut aus mit der Maschine. Und das ist natürlich, wenn du weißt, wo du hinlangen musst, dann ist das halt das Schöne. Das ist perfekt. Michael Bartsch ist noch den ganzen Tag mit dieser Maschine beschäftigt. Seine Kollegen bauen währenddessen schon am nächsten Harvester, genauer am Raupenschiff für den Unterwagen. Die Rollen sind bereits eingebaut, auf denen später die Kette läuft. Schwerstarbeit. Efraim Kembo Ansar bringt dann den Fettspannzylinder für den Einbau. Man kann jetzt nicht einfach so mit dem Kran fahren und irgendwo anders hinschauen, wenn man nämlich irgendwo anfährt oder so. Das sind halt große Teile, haben auch einen sehr großen Betrag, wenn man da jetzt zum Beispiel was kaputt macht. Klar passiert es. Aber es ist vermeidbar, wenn man nicht einfach aufmerksam und so gefällt, ich fährt und arbeitet. Viel Platz zum Rangieren haben die Mechaniker nicht. Hier ist alles sehr effizient konstruiert. Manchmal kann es auch schon sehr nervend aufreibend sein, aber am Schluss funktioniert dann doch immer alles. Das nächste Teil stammt von einem externen Zulieferer, ein äußerst leistungsstarkes Bauteil. Was wir hier haben, das sind die Fahrmotoren. Das ist quasi der Antrieb von dem ganzen Geschehen hier. Efraim Kembo Ansar macht eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker und lernt jeden einzelnen Produktionsschritt von der Pika auf. Nach einem Praktikum in der Firma war ihm sofort klar, dass er bleiben wollte. Es fasziniert mich schon einfach, deswegen habe ich auch diesen Beruf hier gewählt. Und wenn ich jetzt mit so Kleinigkeiten, aber es wird jetzt auch wahrscheinlich interessant, aber so große Arbeiten, so große Sachen sind viel cooler, mit denen zu arbeiten. Florian Ströbel leitet die Werkstatt. Der Meister für Landmaschinentechnik bestellt Teile für die Montage, denn die nächste Maschine ist schon in Planung. Wir beginnen meistens mit dem Unterwagen zum Bauen, Raupenschiffe, Mittelteil. Der Unterwagen ist komplett montiert. Dann kommt der fertige Uhrwagen mit der Kabinenheit rauf und dann zum Schluss werden die einzelnen Ausleger, Ausrüstungsteile montiert. Langweilig wird der Job auch für Florian Ströbel nie. Dazu ist er einfach zu abwechslungsreich. Es gibt viele Herausforderungen, zum Beispiel, wir machen ja auch viele Neukonstruktionen und Eigenentwicklungen, die Maschine dann zu konfigurieren und dem Einsatz anzupassen. Das sind schon oft Herausforderungen, aber auch ist auch spannend. Michael Bartsch hat derweil das Leck gefunden, das der Harvesterfahrer gemeldet hatte. Leider an einer unbequemen Stelle. Direkt am Kühler, da ist eine Schlauchschelle lose und da drückt es mir das Wasser raus. Ich habe jetzt den Druck oben nochmal ein bisschen erhöht auf ein Bar. Und jetzt sehe ich halt direkt, wie das Wasser da aus der Schlauchschelle so oben drüber raus drückt. Und das wird passieren, wenn er halt richtig schön heiß ist, dann drückt es sich mal. Und weil hier normalerweise ein Deckel drüber ist, läuft es halt alles in den Rahmen rein. Das siehst du später nur, wie es halt so ganz leicht rauskommt im Endeffekt. Jetzt einfach nur eine neue Schelle drauf und dann ist er wieder dicht. Das Problem sollte sich schnell beheben lassen. Michael Bartsch macht sich ans Werk. Das Komplizierteste dabei ist, überhaupt an die Stelle heranzukommen. Das war es doch bloß einfache Lösung, weil mit der Zeit hat sich quasi, weil es ja doch relativ alles neue Schläuche waren im Endeffekt. Die geben halt auch ein bisschen nach. Dementsprechend ist die Schelle dann auch nicht mehr dementsprechend gespannt. Jetzt hat es auch schon aufgehört. Schelle einfach nur ein bisschen nachspannen und schon ist er wieder dicht. Dann passt es wieder. Wenn Bäume nicht komplett gefällt, sondern nur beschnitten werden sollen, kommen tollkühne Männer mit großem Schneidwerkzeug. Mauro Balestra und seine Kollegen bedienen eine Helikoptersäge. Die Experten sind die einzigen Hubschrauberpiloten in Deutschland, die eine fliegende Säge bedienen können. Heute sind sie aus Koblenz in Saarland gekommen, um eine Stromleitung freizuschneiden. Auf einem Parkplatz in Lohsheim am See checkt Co-Pilot Balestra noch einmal die wichtigsten Komponenten der Maschine genau durch, damit er und sein Kollege in der Luft keine bösen Überraschungen erleben. Wir machen jeden Morgen eine Vorflugkontrolle. Das ist so der Standardcheck, wo wir alle wichtigen Komponenten des Hubschraubers kontrollieren. Haben die Triebwerke genug Öl, die Getriebe genug Öl? Oben am Rotorkopf, diese Blattansteuerstangen, haben auch kleine Lager, die können ausschlagen. Genauso wie hinten am Heckrotor ist genau dasselbe System und das wird jeden Morgen gecheckt. Das ist das ganze Hexenwerk. Es geht selten etwas kaputt, aber die Männer aber lassen trotzdem nichts dem Zufall. Denn die Arbeit mit der Helikoptersäge ist gefährlich, zumal das Wetter später noch sehr schlecht werden soll. Es drohen miserable Sicht und starker Wind, beides Gift für ihre Arbeit. Pilot Benjamin Reichmann baut schon mal die Türen ein. Sie sind speziell auf Einsätze wie diesen zugeschnitten. Ich habe unsere Außenlasttüren eingebaut, weil wir ja beim Sägen kopfüber hier rausgucken. Also, dass wir hier freie Sicht nach unten haben und die Säge sehen können. Wenn Reichmann mit den Türen fertig ist, wird das wichtigste Gerät vorbereitet. Die etwa sieben Meter lange Säge. Das Teil wird mit der Rohrkonstruktion verbunden, mit der das Gerät später am Hubschrauber befestigt wird. Dafür muss erstmal der Hänger mit den beiden 550 Kilo schweren Sägen in Position gebracht werden. Wird alles funktionieren? Der Teufel steckt ja häufig im Detail. Das ist unser Steuergerät für die Säge und wir werden jetzt einen Probelauf durchführen, damit wir nicht später in die Schneise kommen und feststellen, geht nicht. System 1. System 1. Und mal runter. So, 1 funktioniert. System 2. Geht auch. Beine zusammen, lass ruhig mal nicht den Kopf laufen. Alles in Ordnung. Das Gerät schnurrt wie ein Kätzchen. Wie ein sehr wildes Kätzchen. Die Männer haben bei jedem Einsatz ein Tauschgerät dabei. Sägen wie diese gibt es nicht zu kaufen. Die Piloten ließen ihre langjährige Erfahrung in die Entwicklung einfließen. Es handelt sich schon um das zweite, verbesserte Modell. Das ist eine von uns neu entwickelte und auch selbst entwickelte Säge. Seit einem Jahr fliegen wir jetzt mit einer elektrobetriebenen Säge. Da sind acht Kreissägeblätter drauf. Früher hatten wir eine Benzinsäge. Mit der hatten wir ein bisschen mehr Probleme immer. Da muss man viel dran reparieren. Alte Technik drin gewesen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt irgendwie was Neues machen. Was zuverlässiger ist. Aber wir saßen doch auch wirklich im Team zusammen und haben uns Überlegungen gemacht. Wie können wir das machen? Wäre es besser so oder wäre es besser so? Und es ist schon so ein bisschen unser Weh wie das Ding. Angetrieben von einem leistungsstarken Elektromotor ist die Helisäge deutlich effizienter als eine Handsäge. Aber mit einem Gewicht von 550 Kilo ist sie nicht gerade handlich. Inklusive Tragekonstruktion kommt sie auf eine Länge von mehr als 30 Metern. Teamwork ist beim Fliegen gefragt. Alle packen bei der Rohrkonstruktion für die Säge mit an. Jedes der vier Aluminiumteile ist immerhin sechs Meter lang. Auch Stefan Goethe, dessen Einsatzbereich später am Boden sein wird, legt Hand an. Jetzt werden die Rohre erstmal an die Säge hier verschraubt. Und dann hängen die Säge über diese Rohre am Hubschrauber dran. Als Außenlast oder als Pendel, wie man sagen will. Und dann geht es daher los. Die Rohrkonstruktion muss absolut sicher sein. Wir sind jetzt beim ganz normalen Zusammenbau von den Rohren, die unsere Säge mit dem Hubschrauber verbindet. Zur Sicherung haben wir hier in der Mitte nochmal einen Schluck. Es sollte mal eines der Gelenke brechen, dann hängen wir hier immer noch an einem Zugband. Zusammengesetzt ist die Sägeblatthalterung 24 Meter lang. Da muss Benjamin Reichmann später weit gucken, um sein Arbeitsgerät im Auge zu behalten. Hektik gilt hier als Gefahrenquelle. Am Ende vom Tag dauert alles so lange, wie es dauert. Mein Stress führt bloß zu Fehler. Und deswegen, wenn eine Schneise nicht geschnitten werden kann, dann schneiden wir sie halt morgen. Also Stress versuchen wir immer zu vermeiden, denn Sicherheit geht auf jeden Fall vor. Letzte Einsatzbesprechung. Eine Sache bereitet Stefan Göthel und seinen Kollegen heute Sorgen. Wenn wir mit hingucken, haben wir halt eventuell Probleme mit dem Wetter. Über das ganz Waldgebiet da rüber, ne? Nee, eigentlich nicht so weit. Ich glaube nicht über den Hubschrauber. In Bogen bei Staubing kann völlig wetterunabhängig gearbeitet werden. 15 feste Mitarbeiter stellen hier bis zu 5 Neubauten pro Jahr her. Unter- und Oberwagen werden am Stück geliefert und später auf die Raupenschiffe montiert, die die Männer im Werk selbst herstellen. Das ist der Antriebsmotor. Hier dieses Bauteil hier, das nennt man den, das ist der Turas. Diese Zacken hier greifen dann quasi in das Kettenglied ein. Und wenn das dann antriebt, das lässt dann die Kette rotieren. Mit 24 Schrauben mussten Kembo Anza den Motor fixieren. Dabei darf er die Schrauben weder zu fest noch zu locker anziehen. Jede Schraube hat seinen bestimmten Drehmoment. Wir ziehen jetzt diese Schrauben hier mit dem Drehmoment von 610 Newton Metern. Jede Schraube hat seinen eigenen Drehmoment. Wenn er noch fest, kommt ab und dann kommt viel Arbeit. Die Raupenschiffe verteilen die 50 Tonnen Gewicht des Harvesters gleichmäßig auf den Waldboden. Also die Kette, die kommt jetzt hier drüber, liegt auf diesen Rollen auf. Hier wird dann quasi durch diesen Schmiernippel hier, wird Hochdruckfett reingepumpt. Wenn dann die Kette hier so drüber liegt und dann das Leitrad rausgedrückt wird, spannt sich die Kette natürlich gleichzeitig. Nun montieren Kembo Anza und seine Kollegen noch die Kufen. Die sollen verhindern, dass die Kette während des Betriebs verrutscht. Dann sind sie soweit fertig mit diesem Bauteil. Die Kette kommt drauf, wenn später der Unterwagen montiert ist. Als letztes folgt der Oberwagen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Florian Ströbel schaut nach dem Rechten. Geht's vorruh mit euch? Ja, das geht's eigentlich so weit vorruh, ja. Das ist gut. Die würdest du jetzt noch fertig zusammenbauen, oder? Ja. Und dann bereiten wir gleich die Wippen vor für den Oberwagen. Wir haben ein Nischenprodukt mit einem konkreten Konkurrenten, sage ich mal. Der macht eigentlich speziell fast das Gleiche. Aber die anderen großen Hersteller, die es am Weltmarkt gibt, befassen sich nicht mit der Raupenharvestertechnik so intensiv wie wir. Michael Bartsch ist unterdessen mit der Hannibal-Wartung gut vorangekommen. Ihm ist ein kaputter Hydraulikschlauch am Ausleger aufgefallen, den er auswechseln muss. Das ist der Vorteil hier. Wir können halt fast alle Schlauche machen, die die Maschinen halt haben. Von unseren Maschinen sowieso alles. Aber es kamen manchmal ja auch Fremdfirmen daher und fragen uns, ob man schnell einen Schlauch für ihn machen kann. Und da können wir auch fast alles machen. So eine große Maschine kann viele verschiedene Zipperlein haben. Mal sind es die großen Teile, mal sind es die kleinen Teile. Das ist immer ein totaler Unterschied bei uns. Es fuchst manchmal da, wo du es nie denkst, dass es da sein kann. Also das ist... Manchmal ist quasi kleine Ursache ein großer Fehler. Dass du ewig suchst und es nicht findest. Und dann denkst du dir, ach, ich hau es mal da nach. Nun muss der Mechaniker noch die Hülse pressen. Jetzt brauche ich quasi, weil jeder Schlauch hat ein anderes Pressmaß. Das heißt, womit ich die Hülse zusammenpresse, damit der Nippel auch hält. Und dann presse ich es halt richtig zusammen. Und dann kannst du nichts noch verkehrt machen. Den Rest macht die Presse dann. Musst du nur nochmal nachkontrollieren und messen, aber sonst mehr brauchst du nicht mehr machen. Das geht ganz schnell. Schaut ja quasi im Endeffekt dann so aus. Fertig gepresst. Jetzt kann Michael Bartsch den neuen Schlauch für die Kettenschmierung einbauen. An dieser Stelle gehen die Hydraulikschläuche besonders leicht kaputt, denn sie sind im Randbereich verbaut, der vom Holz stark beansprucht wird. Bei so viel Hydraulik ist der Wechsel reine Routine. So, fertig. Ein Harvesterkopf ist ein komplexes Gerät. Der Mechaniker behält trotzdem den Überblick. Im Endeffekt haben wir da oben unser Pendel, was quasi da vorne eingebolzt wird. Am Teleskop und am Kranspitz. Hier unseren Rotator, wo er in alle Richtungen sich drehen kann. So weit wie die Schläuche halt reichen. Und dann hat er hier sein Entastungsmesser, womit er auch gleichzeitig den Baum greift. Er macht quasi auf. Und in dem Sinne, wo er dann quasi zufährt, weiß er auch gleich die Dicke des Baumes. Weil er hat dann hier auf der Seite, sieht man hier recht schön, über die Kette hat er hier auch wieder einen Sensor drin, wo der Kabel wieder hoch geht, auch wieder nach vorne zum Computer, wo er dann gleichzeitig die Dicke messen kann. Eine Menge Holz. Vor der Wartung hat die Maschine eine ausführliche Grundreinigung bekommen. Auf umfangreiche Nacharbeiten kann der Mechaniker aber nicht verzichten, denn Stammreste finden sich in allen Ritzen. So auch in den Lagerungen, die Batsch jetzt eigentlich schmieren müsste. Rund 80 Kilometer weiter nördlich, unweit der tschechischen Grenze, steht der Harvester gerade. Edmund Volger verliert den Wald vor lauter Bäumen nie aus den Augen. Mit einem Plan des Revierförsters schaut er, wo die nächsten Rückegassen sind, in denen er fällen darf. Hier und hier. Da wird's in die nächste Gasse. Wir sind jetzt ungefähr hier. Dann kommen noch drei. Alle 30 Meter richtet Volger diese dauerhaften Rückegassen ein. Hier sieht man da die zwei Striche, das ist eine Rückegassenbegrenzung. Und dann kommt als nächstes nochmal wieder auf der linken Seite einer, der auch grün, mit Schrägstich angezeichnet ist. Das sind dann die Begrenzungsbäume für die Rückegasse. Da zwischendrin darf man fahren und außerhalb nicht. Und die mit den Kreuzen, die sind praktisch Rückegassenmitte, die werden entnommen, dass man fahren kann. Zudem schreibt der Revierförster vor, welche Bäume gefällt werden sollen und in welche Sortimente Volger die Stämme einsortieren muss. Also hier sieht man recht schön, vorne an der Stirnseite, die sind weiß, das ist eine gute Qualität. Die Längen haben auch fünf Meter. Wir schneiden hier nur fünf Meter gute Qualität. Schlechtere Qualität wäre dann vier Meter. Da oben haben wir einen vier Meter Dora-Stick. Das ist eine schlechte Qualität von der Fichte, wie man da sieht. Man sieht auch da vorne, diese Fichte hat einen Faulfleck, das ist eine mindere Qualität und hat auch eine andere Länge, die ist noch vier Meter lang. Dadurch ist sie auch zu unterscheiden für den Rücker, der später das rausfährt. Und muss die auf einen extra Polter legen für einen anderen Käufer. Da sagt man, das ist noch ein Beiler-Nagelfest, da geht er ins Dora, hätte er ein Loch, wäre es eigentlich nur ein Zwei-Meter-Brennholz. Also dann ist das keine Schnittware mehr. Zufrieden macht sich Volger weiter ans Bäume fällen. Sein Arbeitsgerät ist für einen Einsatz im Gebirge absolut prädestiniert. Hangneigungen von bis zu 70 Prozent sind kein Problem für einen Hannibal. Der Fahrer sitzt dabei dank einer kippbaren Kabine stets gerade. Die große Stärke des Hannibal T50? Er kann Bäume stehend entnehmen, also senkrecht aus dem Wald herausheben. Waldboden und Unterwuchs bleiben so unberührt. Nur die Rückegasse nicht, aber dafür ist sie ja da. Auf 4,20 Meter Arbeitshöhe hat Edmund Folge alles gut im Blick. Doch mit dem Harvesterkopf stimmt etwas nicht. Tropfen an einer Stelle sind dem Harvesterfahrer verdächtig. Deuten sie auf ein gravierendes Problem? Volger schaut sich die Sache genauer an, denn eine ruhende Maschine kostet viel Geld. Zum Glück sind alle technischen Komponenten des Hannibal leicht zu erreichen. Da habe ich jetzt eine kleine Habarie. Irgendwo kommt Öl. Jetzt muss ich mal schauen, was da locker ist. Volger hat die undichte Stelle schnell gefunden. Ein Hydraulikschlauch. Solche Dinge sollten einen Harvesterfahrer nicht überfordern. Hier draußen, da bist du immer auf dich alleine gestellt. Da musst du eigentlich einfach alles Sachen, die Schläuche mal tauschen oder Schrauben nachziehen. Das muss man auch schon können. Ab und zu auch dann mal einen Sensor tauschen. Also ab und zu geht es dann schon auch ein bisschen ins Fachwissen, was man haben muss. Aber wenn man jedes Mal einen kleinen Monteur braucht, das kostet dann wirklich Geld. Edmund Volger erkennt, ganz so schnell geht die Reparatur wohl doch nicht. Ja, okay. Ich brauche jetzt da wahrscheinlich zuerst einen Schlauch. Den muss ich tauschen. So ein Schlauch ist zwar schnell ausgebaut, nur leider hat Volger kein Ersatzteil dabei. Mit dem Einbau muss er sich gedulden. Da hat die Kassung ein Riss. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Das sind eine neue Schläuche. Passiert eigentlich normalerweise nie sowas. In solchen Momenten ist Volger sehr einsam, denn er ist ja ganz auf sich allein gestellt. Und wo bekommt er einen neuen Schlauch her? Tief im Wald. Ja, ich muss jetzt zum Hydraulikdienst fahren. Da muss man den nachmachen. Der wird dann genau auf dieses Maß gefertigt. Vor Ort. Und jetzt muss ich bloß schnell fahren, dass ich bald wieder herkomme. Und dass das Wetter noch schlechter wird. Ob der Harvesterfahrer heute noch Bäume fällen kann? Es ist Schnee angesagt. Schlechtes Wetter droht auch im Saarland. Die Piloten machen sich deshalb schnell für ihren Einsatz in der Luft bereit, damit sie gleich abheben können. Der Kollege steht schon in der Schneise. Wir fliegen jetzt dahin, der weist uns ein, wo es losgeht. Und dann machen wir Holz. Stefan Goethe ist mit dem Auto zur Schneise gefahren und wartet auf die Piloten. Benjamin Reichmann hat in einer privaten Flugschule fliegen gelernt. Seit vier Jahren bedient er die Helikoptersäge, eine der anspruchsvollsten fliegerischen Tätigkeiten überhaupt. Der Mehrzweck-Hubschrauber vom Typ BO 105 wird sonst unter anderem von der Polizei, im Katastrophenschutz und in der Luftrettung eingesetzt. Viel Zeit zum Rumtrödeln bleibt nicht, denn der nächste Auftrag wartet schon. Mit dem Hubschrauber setzt der Pilot auch die knapp 30 Meter lange Außenlast in Bewegung. Ganz vorsichtig. Ab jetzt hat Reichmann nur noch die Säge im Blick. Das zweite Gerät bleibt am Boden und wird aufgeladen, um die Sägen nach den ersten von vier geplanten Turns zu tauschen. Damit sich Benjamin Reichmann ganz auf die Säge konzentrieren kann, behält Co-Pilot Mauro Balestra für ihn permanent Luftraum und Instrumente im Auge. Heute ist es doch schon ein bisschen kälter, ne? Ja, zwei Grad. Der Wind, der pfeift mir eher um die Nase. Zwei Grad Minus. Zwei Minus? Ja, gestern noch bei sechs oder sieben Grad eben. Ich habe das Gefühl, der Nebel drückt von links langsam runter. Okay. Überhaupt noch gar kein Problem, aber ich glaube, der kommt runter. Ja. Wollte mal gucken, dass wir in die Richtung möglichst viel schaffen, bevor der Wind losgeht, ne? Ja. Windgeschwindigkeiten ab etwa 35 Knoten wären das Aus für die Arbeiten. Ob heute alles gut geht? Die Piloten machen sich sofort an die Arbeit. Alles gut bei dir, Venni. Alles gut, Jungs, ja? Wir fing jetzt an. Säge an. Reichmann muss sich konzentrieren. Das Ganze ist halt schon wirklich eine kummeler Arbeit. Die Säge hängt 30 Meter unter dem Hubschrauber. Und zwischen Leitung und den Bäumen ist nicht viel Platz. Das Fliegen, selber den Hubschrauber fliegen, das muss vollautomatisch alles laufen. Da darf man sich keine Gedanken drüber machen. In diesem Fall jetzt hier mit der Säge haben wir noch eine zusätzliche Schwierigkeit, dass wir die Säge ja nicht nur statisch versuchen, so ruhig wie möglich zu halten. Die Säge, die schwingen wir absichtlich hin und her, bringen die in Bewegung, aber müssen die auch im richtigen Moment wieder abstoppen, dass da alles funktioniert. Normalerweise sollten Außenlasten immer ruhig gehalten werden. Stefan Götel unterstützt die Kollegen vom Bodenhaus. Jetzt kommst du mal runter. Alles klar, noch ein bisschen runter, ein bisschen mehr runter, noch ein bisschen runter. So ist die Höhe gut. Und so machst du bitte mal einen Schwung nach vorne und noch gleich einen Schwung nach hinten. Ah, prima, sehr gut, so passt es genau. Also mein Job ist der, dass ich den Heli hier verfolge, fußläufig. Ich sage ihm halt Höhen an. Ich sage ihm, wenn er jetzt Äste vergessen hat, ich führe ihn, dirigiere ihn ein bisschen manchmal, weil er hat ja von oben einen anderen Blick für die Höhe als ich von unten. Also ganz unten, die Äste braucht er eigentlich nicht wegzuschneiden, die sind nicht so wichtig. In der Hauptsache ist es ganz wichtig, dass die Äste auf Leitungshöhe, dass die weg sind, weil die Gefahr des Kurzschlosses durch die hereinwachsenden Äste gegeben ist. Die Bäume sollten mindestens drei Meter Abstand zur Stromleitung haben. Das ist aber nicht alles, worauf Gürtel achtet. Ab und an kommt es auch mal vor, dass auch mal Fußgänger, die neugierig sind, auf einmal aus dem Wald raustreten. Da muss man die auch schnell warnen, muss die rausschicken. Man muss dann auch die Sicherheit im Auge haben. Bis jetzt läuft alles gut. Zwischen 1500 und 2000 Meter schaffen die Sägepiloten in einer Stunde. Doch das Wetter wird immer bedrohlicher. Mauro, kannst du mir sagen, was er gesagt hat? Ja, eure Entscheidung. Ihr müsst sagen, wie lang es so geht. Das ist gefährlich. Jetzt kann ich die Leitungkammer relativ schlecht sehen. Okay, gut. Nun müssen die Piloten eine Entscheidung treffen. Das einsetzende Schneegestöber behindert die Sicht enorm. Mauro Balestra hat zudem noch mehr Schnee ausgemacht. Wir müssen abbrechen jetzt. Wir müssen abbrechen. Die Sichten gehen so stark zurück, dass er jetzt oben nicht mehr sieht. Er muss auch direkt zum Landeplatz. Und jetzt hat er noch den Platz gerade noch in Sicht. Und es scheint es mehr zu werden, sodass er aus Sicherheitsgründen zurückgeht. Sicherheit geht vor. Nicht nur für die Piloten. Auch Stefan Gürtel wäre unter dem Heli in akuter Gefahr. Um die Säge aus dem Flug in die 40 mal 60 Zentimeter kleine Ablegefläche zu buxieren, muss Reichmann sein ganzes Können aufbieten. Ja, es ist gerade eine Schneeschauer durchgezogen. Schneekraupel. Und das war dann doch schon so viel, dass wir nicht mehr gut nach vorne rausgesehen haben aus dem Hubschrauber. Nach unten natürlich schon. Man sieht ja gerade runter. Sägen lief auch sehr gut. Aber der Kollege, der Mauro, der hat gesagt, nach vorne geht alles zu. Und dann haben wir entschieden, uns wird dann immer mehr, haben wir entschieden, fliegen wir zurück zum Landeplatz. Machen erstmal Pause und lassen den Schrauber durchziehen. Jetzt warten wir ein bisschen und dann können wir hoffentlich nochmal rangehen. Ob die Hubschrauberpiloten heute noch einmal in die Luft können? Bei Straubing gehen die Arbeiten auf jeden Fall gut voran. Ein neuer Harvester wird gebaut. Nicht alle Teile stellen die Mechaniker selbst her. Der Arm wurde von einem externen Hersteller nach Plänen der Firma gefertigt. Im Werk werden noch die letzten Feinarbeiten ausgeführt. Unter anderem Anbauteile für Hydraulikschläuche. Florian Ströbel schaut nach dem Rechten. Der Werkstattleiter erklärt, wie es mit dem Teil weitergeht. In dem Montagebereich haben wir hier den Grundausleger liegen und den Teleskoparm. Grundausleger ist ja nur ein Stück. Der Teleskopzimmer besteht natürlich, auch der Teleskop besteht aus mehreren Stücken. Da haben wir hier den Grundarm und den Teleskopstiel. Und da vorne kommt man nach der Baumhalter ran. Das ist der Hauptarm. Das sieht man auch hier an der Maschine, wo das Impax Hannibal T50 dran steht. Kommt quasi so, wie er jetzt liegt, an die Maschine ran. Der Ausleg wird einmal gedreht und wird unten in den Lagerstellen angepolzt. Der holzvollernter Hannibal T50 kann mit seiner enormen Kraft auch große Bäume mit bis zu 40 Metern Höhe entnehmen. Ihre 3,9 Tonnen Hubleistung erreicht die Maschine auch dann noch, wenn sie die gesamte Auslegerlänge von rund 15 Metern ausnutzt. Die Mechaniker lassen bei der Wartung wirklich kein Fettnäpfchen aus. Ich schraube jetzt den Deckel ab an der Maschine, damit ich an das Fettnäpfchen ran kann. Für zum Spann der Kette. Eine Arbeit, die schnell gemacht ist. Peter Göhler muss an den innen verbauten Fettspannzylinder ran. So, jetzt hab ich den Deckel abgemacht. Diese Arbeit gehört zu den Standardmaßnahmen bei der Wartung. Der Mechaniker verwendet handelsübliches Schmierfett. Göhler hilft Routene. Das macht man auch viel. Man tut so drei, vier, fünf Anschläge rein. Und dann tut es sich alleine Spann. Erledigt. Peter Göhler ist fertig. Michael Bartsch muss dagegen noch einen letzten Filter wechseln. Einen Druckfilter, der Verunreinigungen aus dem System sammelt. Jede Arbeit an seinem Hannibal C50 erfüllt er gewissenhaft. Dabei hätte der Mechaniker früher nicht gedacht, einmal Harvester zu bauen und zu warten. Ganz ehrlich, ich bin gelernter KFZ-Mechaniker. Eigentlich. Und dann hab ich mich halt immer für große Maschinen interessiert. Immer. Hab dann mal Landmaschinen gemacht, dann ein bisschen Hydraulik gemacht. Und dann bin ich so durch Zufall bei der Firma Impex quasi gelandet. Und da war die gleich so große Augen, weil es dann große Maschinen und dann gleich rein. Dann ab und zu bist du rausgefahren und dann die neuen großen Maschinen gebaut. Und das ist schon. Für mich ist es ein Traum, weil es halt was Schönes ist. Schöne große Maschinen und die hat dann nicht jeder. Das ist halt das Herrliche dabei. Der Filterwechsel geht schnell. Nun hat dieser Hannibal wieder ein sauberes System und kann für weitere 500 Stunden in den Wald. Florian Ströbel ist zufrieden mit der Arbeit seiner Jungs. Es war ein erfolgreicher Arbeitstag. Der Werkstattleiter sieht für die Zukunft noch Innovationsspielraum, wenn noch nicht mehr so viel. Die Entwicklung geht bestimmt noch einen Schritt weiter. Nur wahrscheinlich sind wir irgendwann an den Dimensionen erreicht, wo wir jetzt sind. Weil ja irgendwann die Gewichte zu groß werden und das Verhältnis zu Naturschutz und Maschine ja doch noch im Ausgleich sein soll. Die Weiterentwicklung findet nie ein Ende. Auch im Saarland geht es voran. Die Schneewolken haben sich verzogen. Die Männer können einen letzten Turn pflegen. Das Schwierige hier ist natürlich immer, du musst dich neu einstellen auf verschiedene Bedingungen. Und du hast das Wetter, was dich limitiert, dann ist der Wald natürlich immer anders. Dann hast du mal Laubbäume, man hast Nadelbäume. Dann muss man seine Säge-Technik natürlich darauf anfassen. Auch die örtlichen Gegebenheiten sind immer wieder anders. Heute sägen die Piloten an einer ungünstigen Stelle. Die Schneise ist weiter hinten, relativ nah an der Bundesstraße. Da hat der Stemmer jetzt die Polizei organisiert, dass die gleich mal absperrt. Die Autos. Genau, so hier ist gut, kommt nach vorne. Also der einzelne Baum, der an der Straße steht, also der größere, nicht der ganz kleine. Okay. Mit Unterstützung der Polizei gehen die Arbeiten jetzt gut voran. Benjamin Reichmann ist glücklich. So liebt er seinen Job. Der Wunschroberflieger an sich ist tatsächlich von mir ein Kindheitstraum, den ich mir erfüllen konnte zum Glück. Und dann in der Fliegerei ist es natürlich spannend, viele verschiedene Aufgaben zu machen. Also nicht nur eine Arbeit, sondern wirklich ganz vielfältige Arbeiten. Jetzt hier das Sägen, vielleicht woanders Kontrollflüge, Rundflüge, Filmfotoflüge. Da gibt es so viel Verschiedenes. Das macht dann doch Spaß, die Abwechslung. Für den Routjob wäre überhaupt nichts für mich. Also den ganzen Tag immer drin zu sitzen, da bin ich wirklich froh, dass ich draußen bin. Und wie wir solche Arbeiten machen können, das macht schon mehr Spaß. Für heute haben die Flieger genug getan. Sie kommen zurück zum Flugplatz. Beim Sägen muss Reichmann hochkonzentriert bleiben und zudem permanent nach unten schauen. Nach einer Stunde Flugzeit sollte der Pilot deshalb eine Pause einlegen. Dieser Turn war aber sowieso der letzte für heute. Alles ging gut, die Männer kommen heil unten an. Benjamin Reichmann fasst den Einsatz zusammen. Sehr gut. Zwar mal mit Pause durch Schlechtwetter, aber dennoch haben wir jetzt die komplette Schneise fertig gemacht. Hätten wir selber nicht damit gerechnet. Also ging wirklich gut voran. Ich glaube, der Auftraggeber ist auch ganz froh. Ja, so müsste es jeden Tag laufen. Zum Schluss werden die Sägen wieder warm verpackt, aufgeladen und für den Transport vorbereitet. Später können sich die Piloten endlich ausruhen, wenn auch der Heli wieder eingepackt ist. Der Job ist herausfordernd. Doch Benjamin Reichmann und seine Kollegen haben nur eine kurze Verschnaufpause. Schon morgen schwingen sich die Piloten wieder in die Lüfte, um die nächste Schneise freizuschneiden. In der Oberpfalz kann Harvesterfahrer Edmund Folger noch nicht den Feierabend einläuten. Eine gute Stunde hat der Ausflug zum nächstgelegenen Hydraulikdienst gedauert. Dafür hat der Harvesterfahrer einen neuen Schlauch bekommen, den er sofort einbaut. Ein fummeliges Unterfangen. Bis er richtig anbeißt, dann geht's schon. Das machen wir jetzt am ersten Mal, dass so ein Schlauch kaputt geht. Jetzt hat er einen Schlüssel. Nichts Neues und nichts Besonderes, da ist so ein kleiner Schlauch zum Wechseln. Da sind die größeren Schläuche, die hinten von der Maschine kommen oder in der Maschine verbaut sind, schon schwieriger zum Aus- und Einbauen. Der neue Schlauch passt. Und das Wetter hat sich auch gehalten. Sobald der Schlauch festsitzt, kann Folger weiter ernten. Holzreste können beim Klappeschließen schon nerven. Forstarbeiten gehören zu den gefährlichsten Tätigkeiten in Deutschland. Denn nicht jeder Baum fällt so, wie er soll. Harvester sind deshalb nicht nur eine schnellere, sondern auch eine sicherere Alternative zur klassischen Holzernte mit der Handsäge. Dieser Vollernter kann zudem Stämme mit einem Durchmesser von bis zu 1,20 Meter ernten. Mit einer 1,35 Meter langen Säge. Das Fahrwerk lässt sich auf 4,70 Meter verbreitern, wodurch die Maschine eine hohe Standfestigkeit erhält. In Deutschland haben sich Holzvollernter seit den späten 1980er Jahren durchgesetzt. Edmund Folger hat schon viele gesehen. Auf dem Hannibal T50 hat er sich bestens eingegroovt. Jetzt wieder eine neue Maschine und die ist immer was anderes. Da gibt es Neuerungen, Verbesserungen und die sind dann schon immer wieder faszinierend, was die dann noch mehr schaffen. Weil im Laufe der Zeit, ich fahre jetzt fast 30 Jahre Harvester, hat sich dann schon sehr viel getan in Bezug auf Harvester. Ob das Radmaschinen sind oder Kettenmaschinen, da ist die Technik schon enorm vorangeschritten. Edmund Folger liebt seinen Job nicht nur wegen der interessanten Technik. Man ist hier draußen schon etwas selbstständiger, muss selbstständiger agieren. Man muss selbst entscheiden, was man macht, wo man fährt und was man tut. Fahrer macht natürlich schon viel aus. Weil jetzt nicht für mich etwas Ungewöhnliches oder Herausforderungen irgendwie schon, aber ich weiß, wenn man was kann, das ist in jedem Beruf, dann fällt es mir nicht so schwer. Der Harvesterfahrer fühlt sich wohl auf der neuen Maschine. Nach knapp 150 gekappten Bäumen ist dann für ihn heute Schluss. Hannibal zieht weiter. Es kehrt wieder Ruhe ein in den Tennisberger Wald. All Ass Am Vielen Dank.